So, Freunde, ich steig jetzt hier schon mal ein. Wir haben etwa eine halbe Stunde, bevor es losgeht. Wie der Titel hoffentlich verrät, gucken wir uns mit Schlomo zusammen das Duell zwischen Herrn Vogt und Herrn Höcke an. Jo, jo. Jo, hallo Schlomo. Wir nehmen uns schon live. Jetzt dein Preis. Perfekt. Ja, und ich würde vorher noch kurz ein bisschen mit dir quatschen. Also wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Wir können noch ein bisschen Zuschauerkommentare machen, was reinkommt. Kann jetzt aktuell beantwortet werden. Bisschen wir mal gucken. Ich würde gerne noch zwei, drei Sachen zuvor loswerden, die ich ganz interessant fand. Also zum einen, die Presse überschlägt sich. Das ist jetzt einfach nur der Suchbegriff Höcke Vogt. Von daher sind das, also bei weitem nicht alle Artikel, aber es gab einige Artikel in der Geschmacksrichtung, wie zum Beispiel der vom ZDF, Höcke gegen Vogt im TV-Duell. Zu viel Bühne für die AfD. NTV, ist es klug, mit einem Nazi zu diskutieren? Du willst wahrscheinlich ein Bild haben, Schlomo, ne? Sehr gern. Ich stecke direkt hart ein, wie du siehst. Da hast du hören, kannst du alles. Wie feige, dass immer als Frage formuliert werden muss, ne? Wollen wir nur mal in den Raum stellen. Sollte man ihm eine Bühne geben? Ja. Sollte man mit einem Nazi diskutieren? Hm. Ich meine, ZDF hat da auch einen Artikel, weil man ZDF, wo es hieß, irgendwie, ja, gar keine gute Idee. Ne, das ist der mit zu viel Bühne. Klug oder fahrlässig? Markus Lanz und ein Erschreckender, das ist vor einer Woche, das ist was anderes. Thüringen TV, der mit CDU-Kandidat könnte Höcke nutzen. Um Gottes Willen. Das ist natürlich undemokratisch, ne? Wenn das einer der beiden Parteien helfen könnte, dann ist das sehr kritisch zu sehen. Ja, ich meine, wieso sollte Höcke überhaupt kommen, wenn das ausgeschlossen wäre? Ja. Also wollt ihr den da einfach vorführenden Ketten, oder wie? Der Idiot darf nur im Fernsehen erscheinen, wenn sichergestellt ist vorab, dass das ihm und seiner Partei schaden wird. Ja? Genau, genau. Gut, ich hab hier noch zwei Sachen für dich. Zum einen Video von mir, du hast er heute hochgeladen, würde ich gerne kurz mit dir zusammen gucken. Du kennst das wahrscheinlich noch nicht, ne? Ne. Okay, also los geht's. Ich habe gerade aus Berlin gehört, dass die AfD gerade einen Fackelzug zum Reichstag plant. Es gibt die ersten Demonstrationen auf der Straße, dann sage ich, ich könnte berechnen. Heute Abend um 20.15 Uhr kommt ja das Duell zwischen Mario Vogt und Björn Höcke. Und da sind ja die Linken schon komplett durchgedreht, weil man Björn Höcke eine Bühne gibt. Das muss man ja auch nochmal sagen. Es ist nicht das erste Mal, dass Herr Höcke im Fernsehen auftritt. Er hat dem MDR zum Beispiel mehrere Sommerinterviews gegeben in den vergangenen Jahren. Ja, wow, er wurde vom MDR einmal im Jahr zum Sommerinterview eingeladen. Weil er muss, weil er muss, wohlgemerkt. Sie es machen müssen als öffentlich-rechtliche Senderanstalt. Und wie oft war Höcke jetzt sonst noch im privaten Fernsehen? So, äh, keinmal? Und jetzt kommt Höcke einmal ins private Fernsehen und die Linken drehen einfach komplett durch. Also jetzt schon, bevor die Sendung überhaupt angefangen hat, beste Unterhaltung. Aber liebe Linke, ich kann euch beruhigen, von der Moderation und von allem drumherum wird dieses Duell genauso beschissen laufen, wie ihr es von den Interviews mit Höcke bisher gewohnt seid. Und deswegen glaube ich, dass diese besondere Duell-Situation mit Mario Vogt ein geeignetes Format ist, um den Menschen in Thüringen mal klar machen zu können, was wirklich passieren würde, wenn ein Rechtsextremist in Regierungsverantwortung käme. Ich hoffe, dass er ganz viele, ich hoffe, dass er ganz viele Zitate bringt, ja. Der Chefredakteur, auch lustig, ne, der Chefredakteur der Plattform, wo ein Duell stattfindet, eine Debatte, sagt schon vorher, ja, das wird ihm mal klar machen oder das wird allen klar machen, dass man die AfD nicht wählen soll. Ja, ganz sicher. Es wäre das erste Mal, glaube ich, dass Höcke versagt, ne, in einer Situation dieser Art, also bei einem Fernsehauftritt. Kleines Nachtreten zu gestern, das will ich auch mal sehen, dass das im Vorfeld gesagt wird, wenn Wagenknecht oder Amira Mohamed Ali irgendwo auftritt, dass der Chefredakteur der Plattform schon sagt, ja, ich bin mir aber sicher, das wird den Prozente kosten. Ja. Also damit nicht noch irgendein Zuschauer auf die dumme Idee kommt, ein eigenes Bild davon zu machen, wird das alles schön eingeordnet von den Moderatoren und dann auch noch während der Sendung sogar Fakten geprüft. Ja, es wird einen Faktencheck geben, während der Sendung schon, weil wir natürlich in der Live-Situation nicht immer in der Lage sind, alles sofort zu überprüfen, ob das richtig ist oder nicht und manches wird sich vielleicht nicht sofort klären lassen, deswegen wollen wir diesen besonderen Service anbieten, spätestens bis zum nächsten Tag einen Faktencheck anbieten zu können, sofern das nötig ist. Äh, ja, logisch, braucht ihr den Faktencheck, denn ansonsten kommen die Zuschauer, wie gesagt, noch auf die dumme Idee, ohne irgendwelche Faktenchecks die Dinge selbst einzuordnen. Und weil man sich zufällig den Jahrestag der Befreiung Buchenwalds ausgesucht hat für dieses Duell, wird natürlich auch noch auf die Aussage zum Mahnmal der Schande eingegangen. Also uns war natürlich die historische Bedeutung dieses Tages bewusst, wir haben ihn nicht gezielt danach ausgesucht für das Duell, aber uns war das bewusst bei der Terminfindung und wir haben gesagt, es ist genau der richtige Tag eigentlich, um jemanden zu einer Diskussion einzuladen, zu der sich selbst verabredet hat, der per Gerichtsurteil ja als Faschist bezeichnet werden darf. Das darf auch nicht fehlen, ja, das muss man immer wieder erwähnen, weil die Leute haben das auch noch nicht gehört, Schlomo. Da sitzen jetzt ein paar Leute vom Fernseher und denken sich, wie, wie, nee, also, also jetzt überdenke ich meine Wahlentscheidung. Also am Weltvaginatag wollten wir jemanden einladen, der gerichtlich bestätigt als Drecksf*** zu bezeichnen werden darf. Also liebe Linke, kein Grund zur Panik, es wird wie immer, man hat die Moderatoren und den Gast und jetzt sogar auch noch Faktenchecker gegen den einen AfDler und dieselben ausgelutschten Fragen. So wirklich interessant wird dann nur eine Sache sein und zwar, wie geht Höcke damit um? Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und ansonsten bitte nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, beziehungsweise mir hier zu folgen. Und dann gibt's morgen die Zusammenfassung von dem Duell beim Deutschlandkurier. Auf YouTube, Freunde. Äh, gut, Schlomo, kurz zwei, drei Kommentare hier. Ich habe einmal, Mann, Merkel, Alter, 14. Monat, vielen, vielen Dank, ich habe soeben eine Stolztasse für 99,99 Euro. Ja, Ehrenmann, würde ich sagen. Ich meine, es ist schon auf Twitter kommuniziert worden, wir haben damit nichts zu tun. Also es gibt halt den Shop Unwoked, da kann im Grunde nicht jeder, ihr müsst da schon ins Gespräch kommen mit dem Betreiber, aber theoretisch ist es möglich, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ja, wir haben damit nichts zu tun. Also wir verdienen auch an dieser Stolztasse nicht einen Cent. Wenn die für 10.000 Euro in den Tisch geht, verdienen wir daran nicht einen einzigen Cent, weil wir haben mit diesem Untershop, ich weiß nicht, wie der heißt, Stolz, Stolzshop oder sowas, haben wir nichts zu tun. Ja, aber trotzdem, ehrenhaft von dir, dass du bereit warst, 100 Euro dafür auf den Tisch zu legen. Ich bin auch mit diesem Zustand unglücklich. So viel wird man wohl noch sagen dürfen. Ja, das ist auch nicht ideal gelaufen, denke ich. Wir müssen gucken, wie sich das jetzt die kommenden Wochen und Monate entwickelt, insbesondere bis zum Stolzmonat hin. Da ist einfach ein bisschen was in Bewegung. Von daher, also nicht alles uns in die Schuhe schieben, was da beim Shop möglicherweise schief läuft oder bei der Kommunikation, wir haben damit gar nichts zu tun. Da betreibt jemand anderes und dann wiederum gibt es halt Unterkategorien, die dann von anderen gemanagt werden. Also, ich finde es auch albern, also auch 30 Euro für so eine Tasse oder 25 Euro, das war, finde ich, albern. Ja, aber muss jeder für sich vergessen. Das war ja quasi die Verarsche, die dann oben drauf kam mit den 99 Euro, nachdem sich halt Leute darüber aufgeregt haben, dass die 25 kostet. Ich denke, unsere Weste wird dann spätestens reingewaschen, wenn die ganz, ganz billige Flagge kommt von uns tatsächlich. Inschallah, mein Lieber. Ich werde möglicherweise nicht alle Kommentare machen müssen. Ich muss das jetzt so ein bisschen hektisch alles machen, um zumindest noch ein bisschen was unterzubekommen. Wenn ich euch überlesen sollte, seid mir nicht böse. Ist nicht mit Absicht geschehen. Hypnopedic. Äh, was haben wir da? 33. Monat. Vielen, vielen Dank. Höcke versagt nicht, wenn, dann versellert er. Ja, Celeste ist da nicht sonderlich gut weggekommen, auch bei der Beurteilung der Zuschauer, wie ich gesehen habe. Wobei natürlich die Latte jetzt so niedrig lag, dass vielen er jetzt wieder positiv aufgefallen ist im Vergleich mit dem ersten Gespräch. Ja. Was natürlich der Fall ist. Also er hat sich da wesentlich zurückgehalten. Genau, genau, ein Ehrenmann. Ja. Gut, Krokuta Bruta, 36. Monat. Vielen, vielen Dank. Drei Jahre und dann so eine Folge. Kasper, ich liebe dich und möchte Lavendelwasser von dir. Ja, wenn ich könnte, würde es im Shop angeboten werden. Vielen, vielen Dank, Krokuta Bruta. Tunguska Event. Zum ersten Mal sage ich dir den Namen richtig. 13. Monat. Vielen, vielen Dank, Metal-Leute und einen schönen Donnerstagabend. Ich danke dir ebenfalls. Viel Spaß heute. Tester The Cat, 23. Monat. Vielen, vielen Dank, Höcke ist das personifizierte kommunistische Manifest plus Abschiebungen. Aber lustig wird es bestimmt trotzdem. PS steuern sich drauf und der Staat ist eine kriminelle Vereinigung. Ja, da stimme ich ein Stück weit zu. Ich danke dich vielmals. Grof, 13. Monat. Vielen, vielen Dank, Höcke, Höcke, Höcke. Bin gespannt. Wie ein Bett laken. Wie stehst du zur Ausweitung des Vorfelds? Sie ist Schlomo. Frank Franz hat das ganze Potenzial. Am Ende sollten wir gerade nicht über Brandmauern reden. Ich habe das mir letztes Mal schon kundgetan. Ich würde es selber nicht tun. Ich weiß nicht, ob es hilfreich ist. Ich denke, aktuell ist das Over the Advanced in unserer Szene ein Stück weit ausgelebt. Von daher wird es keinen Schaden anrichten. Zumal der Schaden würde dann angerichtet für jeden rational denkenden Menschen, wenn dort Sachen gesagt werden, die in irgendeiner Form unter der Gürtellinie wären. Das war ja offensichtlich nicht der Fall. Also ich habe nichts dergleichen auf Twitter vernehmen können oder so. Es gab diesen einen Zusammenschnitt, ne? Diesen Zusammenschnitt von irgendeinem linken Genre, genau, wo dann reingehaut wurde. Teilweise Halbsätze, Cut, Halbsatz, Cut, irgendwie sowas. Also das war fast schon YouTube-Kacke, ne? Ja, genau, genau. Wo ich dann ein Weder-Noch aufgemacht hatte und dann gesagt habe irgendwie noch, ich habe kein sonderlich emotionales Verhältnis zur deutschen Geschichte. Und das Noch klingt dann in dem Zusammenhang so, als wenn ich gesagt hätte, es ist noch nicht Zeit, dass wir mit den Nazi-Sachen kommen. Es ist noch nicht Zeit, dass wir mit irgendeiner NS-Symbolik kommen oder so. Und nicht wie ein Weder-Noch. Ja, ich meine, also das heißt, unterm Strich, wenn man wirklich das nimmt, was du da gesagt hast, dann kann man dir höchstens denselben Vorwurf machen, den man selber machen könnte. Der war ja auch bei Frank Franz im Talk, hast du das mitbekommen? Ja. War da komischerweise sehr viel entspannter als mit mir. Daraus könnten wir nicht im Strick drehen, ja? Warum kannst du mit ihm ein weitestgehend normales Gespräch führen, mit mir aber nicht? Ich hatte drüber nachgedacht, ob ich einen Joke mache. Irgendwie im Sinne von, ja, eigentlich wollte Silla noch Frank Franz dabei haben oder hast du schon deinen Mitgliedsantrag ausgefüllt? Aber ich dachte mir, es wäre etwas asozial gewesen, weil das Gespräch ja auch ein bisschen seriöser war. Wäre es aber witzig, wäre es gewesen, ja. Greedy RL, 8. Monat, vielen Dank. Hey ihr beiden, sehr coole Debatte mit dem Agitator und Silla. Mir ist der Agitator allgemein sehr sympathisch und ich denke, insgeheim herrschte dort eine hohe Homoerotik zwischen euch. Mir auch. Ist mir ohne jeden Zweifel sympathisch. Ist ein korrekter Typ. Labert keinen Schwachsinn, ja? Bei den Sachen, bei denen ich nicht durchsteige. Zum Beispiel Mindestlohn, also den ich jetzt mich nicht wirklich großartig beschäftigt habe. Aber ich glaube, es gibt dort gute Gegenargumente, die Krautzone hat zum Beispiel unter dem Video kommentiert und meinte, dass das völliger Blödsinn ist. Ich würde ihn gerne zum Talk einladen, also derjenige, der den Krautzone-Kanal betreibt, weil ich mir gerne mal die Gegenseite anhören würde. Ich würde ganz gerne wissen, was würde geschehen, wenn ein Silla mit einem, äh Quatsch, nein, ein Agitator mit Markus Krall zum Beispiel debattiert. Fände ich super interessant, aber im Großen und Ganzen, ähm, da, wo ich im Thema drin bin, ja, und das ist natürlich dann immer wieder Migration, äh, vertritt er keine schwachsinnigen Ansichten. Also von daher, äh, ist mir super sympathisch. Außerhalb, wie man politisch darauf hinwirkt, dass die Migration sich ändert, ne? Ja, das stimmt schon, aber zumindest hat er anerkannt, dass das nicht zielführend ist, in keiner Form zielführend ist, ne? Also wenn das das BSW wäre, äh, dann wären mir das gern gesehene Juniorpartner für, für eine... Das Ding ist, der, der Kernpunkt der Debatte wurde ja eigentlich fast beigelegt, indem er dann sagte, ja, wenn, ähm, da irgendein FDP-Typ zum Chef gemacht worden wäre, der gesagt hätte, ich will den Sozialstaat komplett zurückbauen, dann wäre das kompletter Wahnsinn. Und dann im Anschluss, ja, ähm, das liegt, also meine Bewertung der Partei liegt sicherlich auch daran, dass mir Migration nicht so wichtig ist wie Wirtschaft. Und damit sind wir ja quasi auf einem Nenner, ne? Dann haben wir keine wirkliche Meinungsverschiedenheit mehr. Ja. Ja. Dann habe ich noch Derbion für 25 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben hier ein Hassverbrechen. Hallo! Ich weiß gar nicht, wie ich das vorlesen soll, Schrägstrich muss, äh, denn das Kampf offensichtlich gestern Abend rein und antworten kann ich dir auf jeden Fall, aber ich mach's mal trotzdem. Ich habe eine Nachricht über Patreon gesendet mit einem Video von dem Bürgergespräch mit Maximilian Kram. Ich war dort vor Ort und fragte ihn über die Honigwabe. Gern auch schreiben über Discord. Und dann ein Name, den werde ich jetzt hier mal nicht wiederholen. Ähm, wir sind da bereits über Bande im Gespräch. Also, wie es aussieht, wird er möglicherweise am 19. Mai in der Honigwabe sein, sofern Schlomo da nichts gegen einzuwenden hat. Klar. Alles klar. Hassvocado für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Allwache, allwache. Rassismus gegen Ausländer. Bei der CDU muss doch der Stift 3 cm in der Hose malen. Die wissen bestimmt, wie krass Höcke in Interviews zer***en kann. Mal schauen, wie viel nach der Debatte vom Kack-Servative übrig bleibt. Ey, Leute, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, wirklich, ich bin extremst gespannt, was wir Leute zu sehen bekommen. Es ist natürlich für ihn auch Heimspiel, 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 Heimspiel. Nicht mal wegen den Öffis, auch das wäre schon ein Heimspiel, einfach weil er zumindest nicht der böse AfD-Typ ist, müsste ja am Ende besser aussehen. Aber Welt ist ja quasi ein CDU-FDP-Medium. Insofern mehr Heimspiel geht nicht. Ich wäre auch gespannt, ob ihm da das eine oder andere vorher auch zugesichert wurde, was ihm in die Karten spielen wird. Aber naja, keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall für die Welt eine kranke Werbemaßnahme heute. Also garantiert haben die heute zehnmal so viele Zuschauer wie in ihrer bisher meistgesehenen Sendung, die es jemals gab. Und die Daumen, wie immer, ne? 271 zu 551. Ja, ich wollte dir direkt das nächste Ding, das ist übrigens noch nicht die Ankündigung zum kommenden Livestream. Das ist ein Video, was die vor zwei Stunden, also vor einer Stunde hochgeladen haben. Da will ich mal kurz mit dir reingucken. Der Typ rechts heißt irgendwas Alexander Kiefer, glaube ich. Und der will ein Ex-Schüler von Björn Höcke gewesen sein. Und den fragen sie da mal, was ist denn da zu holen? Der hat übrigens vor Jahren schon ein Buch geschrieben, ja, auf Klassenfahrt mit Bernd Höcke. Ne, mit Björn Höcke, oder so, wie nicht heißt das. Ganz so schlimm ist es nicht. In Zeitjugendherberge. Ja, so in der Art. Was mich ein bisschen wundert, er wird das hier auch gleich ansprechen, dass es Höcke war, der ihn letztendlich von der Schule verwiesen hat. Ich konnte partout nicht herausfinden per Google, warum denn? Denn über den Grund wird geschwiegen. Höcke war ein einfacher Lehrer, oder? Der war kein Schulleiter oder so. Ja, aber er soll sehr steif und sehr streng gewesen sein. Aber ein einfacher Lehrer kann dich gar nicht der Schule verweisen. Schlobo, frag mich nicht. Ist auch nebensichtig. Mir geht es darum, wir kriegen jetzt den besten Punkt serviert vom Herrn Kiefer. Ja, warum, ja, also Herr Höcke mit Vorsicht zu genießen ist. Und zugeschaltet ist mir jetzt... Also, sorry, Double Time, weil wir keine Zeit haben und weil es bietet auch keinen Mehrwert. Er wird gleich einen Punkt droppen und das war's. André Alexander Kiefer, er ist der ehemalige, ein ehemaliger Schüler von Björn Höcke. Björn Höcke war ja bekanntlich Gymnasiallehrer. Ich grüße Sie. Hallo. Was ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben von den Unterrichtsstunden mit Herrn Höcke? Na, für mich besonders auf jeden Fall die Klassenfahrt, die dann zu meinem Schulverweis geführt hat durch Björn Höcke. Aber was jetzt für die Allgemeinheit, glaube ich, interessant wäre, wäre vor allem der Punkt, dass... Und dann nochmal, also ich habe versucht herauszufinden, was es denn war, keine Chance. Also, mit Google keine Chance. Das ist auch so ein bisschen wie das Anstecken von irgendwelchen Soldaten-Insignien oder so, wenn man nicht gedient hat, ne? Nur die linke Version davon. Ich wurde von der Schule verwiesen, von Höcke, das ist halt wirklich was, was man sich anheften kann. Ja, oh ja, da kann man stolz auch sein. Aber was jetzt für die Allgemeinheit, glaube ich, interessant wäre, wäre vor allem der Punkt, dass wir so wahrscheinlich die ziemlich einzige 9. und 10. Klasse waren, die halt das Dritte Reich nicht durchgenommen hat. Das habe ich mir auch von anderen Mitschülern nochmal bestätigen lassen. Na, erste Frage. Also, wenn du dir das von anderen Schülern hast bestätigen lassen, das ist ja großartig. Warum hat sich die Welt das nicht bestätigen lassen? Also, angeblich hat man in der 9. und 10. Klasse komplett, das ist das, was er uns gerade sagt, auf die Behandlung des Dritten Reichs verzichtet, die aber per Lehrplan vorgesehen wäre. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Finden die nicht wenigstens zwei, drei weitere Schülern, die sagen, ja, wir haben in der 9. und 10. Klasse nicht über das Dritte Reich gesprochen? Da wäre auch die Antwort, ne? Das ist ja immer die Frage, wieso wusste Höcke nicht, was alles für Deutschland mal bedeutet hat? Hat es nicht unterrichtet. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung. Also, das war gar nicht böse gemeint, ja. Also, vor allem, was impliziert das denn jetzt? Also, Höcke vermeidet das, damit er dann jedes Jahr 20 Schüler hat, die nicht wissen, wie schlimm das damals war. Und das macht dann einen Unterschied für die Gesellschaft oder was? Weil von der, keine Ahnung, eine Million Schüler, die jedes Jahr eine 9. Klasse besuchen, haben 20 halt noch nichts vom Dritten Reich gehört. Und der Plan ist was? Die haben da keine Ahnung, was das war oder wie? Doch, haben sie alle aus Hollywood oder so. Ja, und dann wählen sie die AfD. Es wäre doch viel effektiver, den eigenen Spin draufzupacken, wenn er der böse Fan vom Dritten Reich wäre, als den sie in Zeichnen. Oder zumindest irgendein Verharmlosungsspin oder so, als das einfach auszusparen, weil sonst wird halt irgendwer anders das für sie prägen. So ist es. Und das ist halt auf jeden Fall sehr auffällig, wenn man in der 9. und 10. Klasse das nicht durchnimmt, weil es eigentlich standardmäßig im Lehrplan drin ist. Richtig, also ich finde, das ist so auffällig, dass bei diesem Vorwurf kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass die Medien nicht graben würden, bis sie dafür einen Beweis hätten. Also ich finde das tatsächlich, wenn das im Lehrplan steht, und das ist ein großes Thema, gefühlt haben wir von der 7. bis zur 10. Klasse im Geschichtsunterricht über fast nichts anderes gesprochen. Ja, es wäre doch zumindest sehr interessant. Und da gräbt keiner mal tiefer und kann das irgendwie belegen. Wir haben also einen Schüler, der ein Buch geschrieben hat, über seine Erfahrungen mit Höcke, der das behauptet. Und wir haben ansonsten niemanden, ich finde es sehr merkwürdig. Auch noch mal eine Frage. Hat ja schon mal irgendwer ein Gespräch mit einem tatsächlichen Neonazi geführt? Ich habe solche Gespräche schon geführt. Und was auffällt ist, die reden über nichts anderes als das Dritte Reich. Ja, man hat ja schon gesagt, es wäre sinnvoller, dem einen weniger negativen Spin zu geben, wenn ich die Schüler da nicht im Sinne des Establishments indoktriniert sehen möchte. Anstatt es gar nicht zu behandeln. Was halt so ein offensichtlicher, eklatanter Verstoß gegen den Lehrauftrag ist, dass ich denke, man würde da ein bisschen genauer hingucken. DG.meddliakaspar für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Meddli, auch dir. Im Summit-Interview beim MDR 2022, da habe ich die Frage eingeschickt, warum er das nicht durchgenommen hat. Und da hat er gesagt, dass er das auf jeden Fall getan hat und dass man das in den Klassenbüchern nachlesen kann. Wobei Klassenbücher nach fünf Jahren vernichtet werden, was er eigentlich wissen müsste. Oh, schade. Auch da, ja, auch da. Also, wie lange ist seine Schulzeit jetzt her, als er das gesagt hat? Da gab es nicht mal von der Folgeklasse oder der Klasse danach oder der Klasse danach noch ein Klassenbuch, wo wir da reingucken können. Und wenn man das dann gefunden hätte, dann war es genau diese eine Klasse, in der André Alexander Kiefer saß, wo er das nicht durchgenommen hat. Und ich habe mich vorhin versucht, mal ein bisschen stolz zu machen, was das Vernichten von Materialien dieser Art in der Schule betrifft. Und ja, es scheint so zu sein, dass die Frist fünf Jahre ist, aber nach fünf Jahren darf ein Klassenbuch vernichtet werden. Also, auch da hat man sich oft nicht mehr die Mühe gemacht, vielleicht wurden die ja nicht vernichtet. Vielleicht ist ja die Schule eine, die sagt, wir gucken in unser Archiv alle 15 Jahre mal rein und schmeißen alles weg, was weggeschmissen werden kann. Man hat es halt offensichtlich nicht mehr versucht. Er sagt einfach, ja, nach fünf Jahren werden die vernichtet. Das weiß auch Herr Höcke. Ja, wurden sie denn vernichtet? Weil sie müssen nicht vernichtet werden. Nach fünf Jahren dürfen sie vernichtet werden. Also, auch da ein Ansatz für die Presse, mal ein bisschen tiefer zu graben. Aber irgendwie tut es keiner. Ja, ich finde es halt nicht sonderlich glaubwürdig. Das war wahrscheinlich der erinnerungswürdigste Punkt, dass er das im Geschichtsunterricht nicht durchgenommen hat. Ja, und um das Ding jetzt hier an der Stelle zu beenden, was dann noch kommt, ist, dass er sagt, dass Höcke wohl sehr steif und streng gewesen wäre und kein besonders beliebter Lehrer. Ja, mir kommen die Tränen, aber das sind die Geschütze, die man bei Zeit Online schon auffahren muss, zwei Stunden bevor die Debatte losgeht. Ach, hier ist er schon wieder. Hier ist er sogar live noch zu hören. Na, also, man muss ihm ja zugestehen, dass er reden kann und dass er sich gut verkaufen kann, halt auch auf einer psychologischen Ebene. Dass er die Leute blenden kann. Also, in Wirklichkeit will er was ganz anderes als das, was er mal sagt. Und Herr Alexander Kiefer hat ihn durchschaut. Gut, schlubbe, ich muss noch zwei, drei Beiträge machen. Das alles in Doppel-Time, weil gleich geht's nämlich los und da können wir gar nichts mehr machen. Ich gucke hier mal schnell rein bei Streamlabs. Da gibt es... Doch, da gibt's gerade was. Uh, Cologne Stahl für 50 Euro. Vielen, vielen Dank. Versteht ihr? Bernd, 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 Bernd. Jo, kann leider nicht live dabei sein, aber euch viel Spaß. Ed Kasper, finde es beeindruckend, wie ruhig du bleibst in den letzten Debatten, aber dein Humor ist teilweise echt genial. Ich danke dir vielmals. Ed Schlomo, immer spannend, dir zuzuhören, wenn du deine Gedanken ausführst. Liebe Grüße. Freut mich. Vielen, vielen Dank, Cologne Stahl. Bei Twitch sind wir, glaube ich, sogar durch. Sind wir nicht. Veneri 12. Neunter Monat. Vielen, vielen Dank. Politikpause ist jetzt vorbei. Guter Einstieg. Direkt eine Höcke-Debatte. Hoffentlich erinnerst du dich noch an mich. Den Namen kenne ich noch. Ja, der ist mir noch geläufig. Herzlich willkommen zurück. Veneri 12. Freut mich sehr, dass du da bist. Not Any Shadow. Dritter Monat. Vielen, vielen Dank. Avocado, Leute. Avocado und Lavendelwasser, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Fenrir, nett. Sechster Monat. Vielen, vielen Dank. Hoffe, dass Höcke den CDUler vergenusswurzelt. Ed Kasper, ich finde es super, dass du meinen Namen richtig aussprichst. Die meisten verkacken es einfach. Was sagen die denn? Ach, siehst du, ich habe es, glaube ich, gerade verkackt, weil ich mich Fenrir gesagt habe. Wahrscheinlich heißt der Fenrir. Wie würdest du den aussprechen? Kannst du den Namen hier sehen? Fenrir. Wegen dem Haar halt. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Aber ich habe auf natürliche Weise Fenrir gesagt. Vielleicht erst der Fenrir. Wer weiß. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Dann haben wir noch Trenox Plays Games. 15. Monat. Vielen, vielen Dank. Bärnt. Agitator, war sehr angenehm. Allein die Fähigkeit, auch mal zuzustimmen und konkrete Fragen mit konkreten Antworten zu würdigen. Herrlich, erfrischend. Ja, also unser Urteil ist auch äußerst positiv. Was mich verblüfft hat, ist, dass er sagte, damit habe ich mich nicht wirklich beschäftigt zu meinen Sachen über Christian Laie. Weil die habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Dass die kommen würden, war ja eigentlich klar. Aber, ja gut, vielleicht interessiert ihn die Personenthematik tatsächlich einfach nicht. Ja, ich meine, die dient ja letztendlich nur darum, Zweifel zu sehen, ob der Ernsthaftigkeit des plötzlichen Wandels, was die Meinung zur Migration angeht. Ja, genau. Und der Ernsthaftigkeit der Absichten von Wagenknecht, wenn sie halt die Leute da reinholt. Wie gesagt, Sea-Watch staatlich finanzieren wollen und so. Ja. Michele 1510, 14. Der Monat. Vielen, vielen Dank. Jo, Kaspar, kannst du dich noch erinnern, dass Sella mal How I Met Your Messer gesungen hat? Das war noch zu Angry Captain Zeit. Nein. Ich weiß es noch. Also, ich weiß nicht mehr, wie das klang oder wann das war, aber ich weiß, dass das mal stattgefunden hat. Ja, schade. Dann ist er irgendwann falsch abgebogen, aber dann ist es halt so. Ja, ist nicht der allergrößte Verlust. Vielleicht findet er auch irgendwann wieder auf den rechten Pfad zurück. Ja, pun intended. Johnny Gimpo, 11. Monat. Vielen, vielen Dank. Das gestrige Gespräch war wirklich klasse. Sella, lass die Erwachsenen jetzt reden. Was denkt ihr? Leider leidet Sella am Dunning-Kruger-Effekt. Grüße aus dem schönen Bayern. Ich habe mich witzigerweise mit einem Bekannten darüber gestritten, ob Sella minderbemittelt ist oder so tut, als würde er mich nicht verstehen. Ja, wenn ich irgendwelche Fragen stelle oder so. Ähm, ich habe eigentlich die Meinung vertreten, dass er so tut, als ob. Ich frage mich auch manchmal, ob irgendwer ihm noch im Hintergrund vielleicht schreibt, sag mal das und das oder so. Es wirkt manchmal so. Vor allem bei Frank Franz, als er dann irgendwie zweimal kam mit irgendwelchen Namen, die ihm dann spontan einfielen. Irgendwie, was ist denn mit Fritz Kiesewetter oder so? Ja, ich erinnere mich, dass mindestens einen Namen habe ich gehört, wo ich mir dachte, wer ist das? Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Wer ist das? Warum geht's hier gerade? Ja, aber vielleicht ist das auch einfach nur die Randomness von einem Sella. Möglich, möglich. Gut, dann sollten wir hier bei Twitch durch sein. Das ist ganz gut. Gut, wir haben noch sechs Minuten. Habe ich noch was, was ich euch zeigen wollte? Nee, hier haben wir nochmal das Profil von DifferendMC-André-Alexander-Kiefer. Vier Follower, obwohl er seit 2019 auf Twitter ist und einen Roman rausgebracht hat. Und jetzt offensichtlich seinen nächsten Roman, in der Startbahn schon platziert hat. Also Freunde, wenn ihr mal von einem Kronzeugen in der Causa Höcke ein Buch erwerben wollt, ja, dann seid ihr hier fünfmal richtig. Das ist der gute Mann nochmal. Das war's. Damit habe ich alles gesagt, was ich Wichtiges sagen wollte, Schlomo. Bist du schon scharf? Ja, fünf Minuten, ne? So ist es. Eine kleine Warnung noch. Ich habe das vorhin probiert. Es scheint zu gehen, dass man pausiert. Das ist ja wirklich live, live. Ja, ich kann ihn nicht spulen. Es gibt aber auch einen YouTube-Stream, oder? Ist das so? Der YouTube-Welt-Livestream einfach. Die haben eigentlich immer einfach den Haupt-Livestream, wo alles läuft. Tatsache. Die sind immer wieder kriminell werden. Dann, glaube ich, müssen wir diesen Paar... Das ist der absolute Wahnsinn. Alles klar. Dann machen wir das einfach da. Weil da können wir dann im schlimmsten Fall... Also da weiß ich dann... Ich habe Folgendes befürchtet. Ich weiß nicht, wie lange buffert die Welt-TV-Webseite. Können wir, wenn wir pausieren müssen, drei Minuten reden ohne Probleme? Oder wird das nicht gebuffert und dann verpassen wir zweieinhalb Minuten oder so? Aber hier ist dann egal. Also hier wird so lange gebuffert, wie es halt geht. Du kannst das jederzeit abrufen. Weitermachen. Das heißt, wir sind doch nicht gezwungen, uns immer auf irgendwie 10-Sekunden-Einlassungen zu beschränken. Oh, Like, Dislike-Fight ist jetzt schon brutal, Alter. Die Debatte ging nicht mehr los. Ist aber immer so. Also wirklich immer. 1.000 Likes, 2.000, 4.000 Dislikes. Dieser Haupt-Livestream ist immer hardcore gedisliked aus irgendeinem Grund. Also alle hassen Welt-TV. Wahnsinn, Alter. Chat is disabled for this Livestream. Komisch, oder? Natürlich ist der das. Gut, alles klar. Ich würde übrigens trotzdem, Schlomo, versuchen, dass wir beide das nicht, also eine Stunde 45 geht die Sendung All-Inclusive, dass wir das nicht auf drei Stunden ausweiten, sondern versuchen uns weitestgehend kurz zu fassen. Ich habe übrigens gar kein Problem damit. Man muss da mal gucken, gibt es da Ärger bei YouTube oder so, wenn wir da mal zwei, drei Minuten gar nichts sagen. Also ich würde das riskieren. Wenn die mir dann einen reinwirken, dann ist das durchaus zu Recht. Ja, aber ich denke, so ist das. Bei so einem Livestream dieser Art, da kann man auch mal zwei Minuten zuhören, ohne was zu sagen. Wenn dir was einfällt, bitte jederzeit gerne. Aber wenn dir nichts einfällt, also wenn da mal zwei, drei Minuten laufen, glaube ich, ist das gar kein Problem. Ich denke auch, dass sie scharf auf die Debatte sind. Eigentlich schon unabhängig von uns. Ja, bloß ist auch eine schöne Sache, das halt irgendwie gemeinschaftlich zu machen. Klar, klar. Ja, also kurz und prägnant. Genau. Genau, machen wir das so. Alles klar. Drei Minuten, Freunde. Da kam noch irgendwas rein, höre ich gerade im Hintergrund. Haben wir noch was von Streamlabs? Haben wir mehrere Sachen sogar. Zum einen haben wir Ben Schniewend für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Heute ist ein wichtiger Tag für die AfD und somit für Deutschland. Ein großes Kompliment für die letzten betreuten Kackens und das Sellergespräch. White Bill zum Schluss. Immer mehr heiße Frauen werden rechts und sind Vollteam Remigration und Antitrans. Antitrans, Schnomo, du weißt, was diese Woche morgen, um genau zu sein, passiert? Mhm, Selbstbestimmungsgesetz. Endlich, nach irgendwie zweieinhalb Jahren oder so. Ja. Nachdem sie uns zweieinhalb Jahre damit gefoltert haben, ja, psychischen Terror ausgeübt haben, um uns klarzumachen, das wird dann demnächst kommen, ja, ist dann, morgen tatsächlich die Abstimmung, wird die CDU kacken, wird sie zustimmen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich sage, genug werden zustimmen. Ja, also ich habe auch diese Woche gelesen, dass die Prognose wohl besagt, da werden genug zustimmen. Gut, wir haben noch zwei Minuten, Schlomo. Bitte ab jetzt dann am besten zurückhalten. Also, macht, was ihr wollt, ja. Macht gerne Abos, haut ein paar Bits raus. Wir werden sie möglicherweise gar nicht verlesen können. Also, klar, am Ende, je nachdem, wie spät es dann ist, kann ich natürlich nochmal fünf, zehn Minuten oder sowas hier ein bisschen was lesen. Aber ich kann heute nicht nochmal irgendwie eine Stunde ranhängen oder so. Ich bin heute übrigens schon am Arsch. Ich schlafe quasi ein beim Reden, ja. Hornissenest für 30 Euro. Vielen, vielen Dank. Dicks Out, jetzt wird hier gesuckt. Suck, sack, 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 sack. Und die Balls auch. Und dann bekomme ich eine lange Latte. Dicks Out, jetzt wird gesuckt. Er schreibt es sogar sehr witzig. Die Balls wiegen zwei Pfund. Ich fand das Gespräch zwischen euch und dem Akitator auch sehr angenehm. Hatte ehrlich gesagt die Befürchtung, dass es so läuft wie beim Sellercast. Nee, die hatte ich gar nicht. Also ich war vor dem Gespräch ziemlich aufgeregt, weil ich befürchtet habe, ich habe den Typen von Anfang an für sehr, sehr clever gehalten, dass er auf die Idee kommt, uns mit Sachen zu konfrontieren und zwar wieder und wieder zu denen wir nichts sagen können. Es ist ja akzeptabel im Großen und Ganzen beim Thema Wirtschaft zu sagen, naja, uns ist das nicht so wichtig und wir sind da nicht so tief im Keller, im Thema, von daher nicht die ganze Zeit darüber reden, aber wer weiß, vielleicht hat er uns mit irgendwelchen Statistiken konfrontiert in Bezug auf Migration und Wirtschaft, die wir noch nie gesehen haben, aber wie gesagt, der Typ war ja vernünftig, es war alles bestens. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das Thema passt, den irgendwann nochmal in die Honigwerbe zu holen oder so. Ja, absolut, absolut, hätte ich gar kein Problem mit. Der Freistarter für 6,40 Euro. Vielen, vielen Dank, ich möchte noch mal Werbung für youtube.com slash at das vulgäre Archiv und youtube.com slash at Honigclips machen. Liebe Grüße, Stati. Ich würde den Link gerne noch einbilden, weil ich übernehme einfach mal kurz. Da ist er schon. Deine Botschaft, es geht nämlich los, Freunde. ...einen Landesverband als erwiesen, rechtsextremistisch. Die Einleitung, Hammer, Hammer. ...hier, dass ich heute hier sein darf. Einen guten Abend, liebe Zuschauer. Trotzdem oder gerade deswegen möchte der Vorsitzende und Spitzenkandidat der Thüringer CDU, Mario Vogt, mit Björn Höcke diskutieren. Im Vorfeld dieses Duells hat Herr Vogt gesagt, ich glaube, man muss Höcke ins Licht ziehen, um die AfD... Man muss ihn denn zaubern, Freunde. ...30% Umfrageergebnisse für die AfD lassen sich nicht länger ignorieren. Auf ihn, herzlich willkommen. Ich liege auf dem Boden, wenn er direkt anfängt, mit welchen Scheiß die Daten. ...zu den Regeln für dieses Duell. Wir sorgen dafür, dass die Kandidaten ausgewogen zu Wort kommen. Wir werden unter anderem über die Themen Europa, Migration und Erinnerungskultur... Ich meine übrigens, der Typ rechts hat im Vorfeld schon angekündigt, dass er versuchen wird, ebenfalls Höcke zu zaubern. Also wir können uns wahrscheinlich auf ein mindestens 2 gegen 1 einstellen, wenn nicht ein 3 gegen 1. Der erste Angriff war schon der Anmoderation. Ja, absolut. Da kann direkt... Bei der ersten Gelegenheit schon direkt eine reingewirkt. Diese Themenblöcke haben wir die Kandidaten am vergangenen Freitag informiert. Die Fragen kennen Herr Höcke und Herr Vogt selbstverständlich nicht. Im Hintergrund führen unsere Kollegen einen Faktencheck durch, der, falls nötig, morgen auf welt.de verfügbar sein wird. Der Anlass dafür, dass die beiden Herren sich hier... ...was sich für eine scheißende Angst haben, dass sie im Hintergrund einen Faktencheck laufen lassen. ...heute Abend zu diesem Duell herausgefordert haben, ist ein Satz, den Björn Höcke am Range... ...des Europa-Parteitags in einem Interview gesagt hat. Daraufhin haben sich die beiden einen Schlagabtausch bei Welt sowie auf X geliefert. Wurde Ernst gerade Björk genannt, oder was? Ja, sie hat sich versprochen, sie hat gesagt Björk Höcke. Also geil, Alter, das ist ein neuer. Jetzt haben wir Bernd und Björk. Ich habe es gerade, glaube ich, noch mal mühlauter gemacht. Lauter geht es dir denn nicht. Das ist, warum auch immer die maximale Nutzstärke, die ich euch bieten kann. ...und sich dann zu diesem Duell verabredet. Und ich zitiere diesen Satz von Herrn Höcke jetzt noch mal wörtlich. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Um an diesen Satz anzuknüpfen, geht die erste Frage an Sie beide. Ist die Europäische Union für Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand verzichtbar? Herr Höcke, beginnen Sie bitte. Wie lief das denn im Vereinigten Königreich? Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, mit dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie, die Europa als neuen Pol in einer entstehenden multipolaren Weltordnung stark macht. Da hat dann Seller übrigens, nee, nicht Seller, Alter, ich tue es immer wieder, da hat dann der Agitator auch seine Anti-Atlantik-Brücke, ne? Mhm. Klar. Herr Vogt, halten Sie die EU in der aktuellen Form für verzichtbar? Herr Höcke sagt, die EU muss sterben. Ich will, dass Europa und die EU lebt. Weil ich will das Beste für Deutschland. Die Europäische Union hat immer ein Versprechen gehabt. Das war Wohlstand, das war Frieden, das war Freiheit, das war Sicherheit. Und das hat die Europäische Union... Was davon hat das Vereinigte Königreich jetzt nicht mehr, wo sie ja ausgetreten sind? Man merkt auch direkt, das fehlt nicht jetzt zu. Also er hat das einstudiert, er wusste, dass so eine Frage kommt. Ja, so wirkt es, ja. ...löst dieses Versprechen. Über 70 Jahre haben wir Stabilität in Deutschland und in Europa. Und das, was wir erleben, ist, die Europäische Union ist nicht perfekt. Wir erleben, dass viel Bürokratie ist, diese Gängelung, das nervt die Leute, mich auch. Verbrennerverbot, das sind Dinge, die ärgern in diesem Land. Die Europäische Union könnte in den großen Dingen viel mehr bewegen und sollte sich aus den kleinen Dingen raushalten. Aber es ist das Haus, was uns immer geschützt hat. Und dieses Haus, das hat ein stabiles Fundament. Da erleben wir unsere Freiheiten, da begegnen wir uns. Das ist die zweitgrößte Demokratie der Welt. Das ist im Kern vor allen Dingen auch der größte Binnenmarkt. Wir als deutsche... Die zweitgrößte Demokratie der Welt und die, oh Gott, wie heißt sie, die von der Leyen, was ist ihre Position, die... Ein ganz, ganz hohes Amt, die ist da nicht durch eine Wahl in diesen Posten geraten. Ich möchte es mal anmerken. ...profitieren davon. Und diese Stabilität, die braucht es. Nur weil mal irgendwie eine Lampe kaputt ist oder eine Tür quietscht, reißt man doch nicht das ganze Haus ab. Und das ist das, was Herr Höcke möchte. Herr Höcke möchte, dass die europäische... Die werden halt auch nie konkret. Also konkret jetzt mal, wovon profitiere ich dank der EU? Der Krümmungsgrad der Gurke. Ich sage es immer wieder, das einzige Beispiel, was mir einfällt, wo ich der EU sage, danke dafür, ist, dass sie dafür gesorgt hat, dass ich, wenn ich im Ausland bin, im EU-Ausland, günstig nach Hause zu helfen kann. Nämlich umsonst, bis zu, weiß ich gar nicht, eine Stunde pro Tag oder irgendwie sowas. Alles andere ist mir, bekomme ich nichts mehr mit. Der Krümmungsgrad der Gurke ist mir völlig egal. Ich bin mit dem Weib bisher zufrieden, wirkt sehr hölzern von ihm. Ja, also mich holt er nicht ab. Er hat da mal so ein bisschen gesignalt, ich bin gegen die Grünen, aber das war es auch schon. Ja, auch mit dem Haus war irgendwie holprig. Irgendwie, ja, das hat ein Fundament und Wände und dann kam er später darauf zurück, ja, und Höcke will es abreißen. Wirkt irgendwie nicht gut. Ja. Und stirbt. Und damit auch ein Wohlstand, den wir in Deutschland aufgebaut haben, weil die Europäische Union uns hilft. Das wäre eine Katastrophe für Deutschland. Das wäre der Abstieg von Deutschland. Herr Höcke, Sie haben vorhin... Dann werden wir genau das im Vereinigten Königreich dann die nächsten Jahre beobachten. Bisher sehe ich davon gar nichts. Wir möchten, dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann. Und Herr Vogt hat sich hier nicht sehr gut ausgedrückt. Denn Fakt ist doch, dass die CDU mit ihrer Agenda in EU-Europa auch für das Verbrenner ausgesorgt hat. Dieses Verbrenner aus deindustrialisiert Deutschland. Sie sagen ja zur Agenda der Europäischen Union, die da heißt Fit for 55, die da heißt Klimaneutralität 2050, die da heißt Green Deal, die da heißt Dekarbonisierung, die da heißt Luftbesteuerung, das heißt CO2-Bepreisung. Schöner, weil er hat gerade den Eindruck erweckt, so ein bisschen gegen die Grünen ist er ja auch. Jetzt kriegt er direkt die Dinge, die Fresse, Alter. Ihr macht die Scheiße alle komplett mit, richtig. Alles das macht Deutschland konkurrenzunfähig auf dem globalen Markt. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist ihr Werk. Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands mit der EU, die eben diese Politik durchzieht, die Deutschland schadet. Deswegen müssen wir raus aus dieser EU und brauchen einen lockeren Bund europäischer Staaten, um das zu koordinieren, was wirklich europäisch koordiniert werden muss und das zu leben, was die europäischen Nationen besser eigenständig alleine leben. Dann haben wir weniger Konflikte und haben genauso viel freien Markt und dafür steht die AfD. Herr Kirst, ich muss mal nachfragen. Sie haben gerade gesagt, die Europäische Union ist für Deutschland ein Wohlstandsvernichter. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass Deutschland ohne Teil der EU zu sein wird. Jetzt muss ich fast zum ersten Mal kommen, mit wem debattiere ich hier. Vielleicht noch nicht jetzt, aber beim nächsten Mal. Ja, man müsste jetzt auch eine Strichliste führen. Wie oft hakt er ein, wenn der Vogt was sagt und wie oft tut er das, wenn der Höcke was sagt? Und er hat gerade Institut für deutsche Wirtschaft gesagt, also ist das der Fratscher-Verein, ja? 2,2 Millionen Arbeitsplätze verlieren würde. Haben Sie in Thüringen schon mal einen Unternehmer getroffen? Ja gut, wie viele Millionen Arbeitsplätze sind denn im Vereinigten Königreich verloren? Also sagt doch nicht immer einfach nur Sachen, sondern füttert sie doch bitte mit nachvollziehbaren Berechnungen. Ja, also hier werden 2,2 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Wie man zum Beispiel im Vereinigten Königreich sehen kann, seit die ausgetreten sind, sind dort 1,4 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. Aber sie können das halt nicht, weil es ist halt einfach nur etwas, was sie sagen. Und es ist einfach nur ein Gegenpunkt. Es ist nicht eine Nachfrage oder irgendwas. Einfach ein Gegenpunkt gegen Höcke. Im Land unterwegs ist, der Ihnen sagt, Deutschland sollte raus aus der EU oder die EU sollte in der aktuellen Form abgeschafft werden? Ja, jeder Unternehmer, der wirklich nachdenkt, der ist mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Bürokratie unerträglich geworden ist, dass die Gängelung unerträglich geworden ist, dass die weitere Zentralisierung Europas unerträglich geworden ist. Dass vor allen Dingen die Energiepreise, die, wie ich gerade skizziert habe, durch die EU in immer größere Höhen getrieben werden, für ihn nicht mehr haltbar sind. Die IHK hat vor kurzem die Zahlen bekannt gegeben und die lauten, jedes dritte große deutsche Unternehmen möchte Deutschland verlassen, weil die Energiepreise nicht mehr zu schultern sind. Wohin gehen die Unternehmen? Sie gehen in die USA, wo die Energiepreise bis zu fünffach niedriger sind. Ist das kluge Politik? Das ist die EU-Politik. Das ist die Politik, hinter der die CDU steht. Und deswegen brauchen wir eine reduzierte EU, beziehungsweise einen neuen Bund europäischer Staaten. Wie gesagt, wir haben nichts gegen einen gemeinsamen Markt, den wollen wir auch. Wir wollen einen Schutz der Außengrenzen, aber ansonsten brauchen wir Selbstständigkeit. Wir brauchen keinen Superstaat, wir brauchen keinen Zentralismus mit 50.000 Bürokraten. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das können wir uns sparen. Also machen wir erst mal einen Faktencheck. Den machen wir auch. Das Verbrennerverbot hat die CDU verhindert. Steht in Ihrem Europawahlprogramm, gucken Sie nach. Das verhindert die CDU. An die Zuschauer, es gibt auch einen alternativen Faktencheck auf meinem X-Account. Wir bleiben einfach mal sachlich. Ja, natürlich. Sie müssen nicht nervös sein hier. Sonst geht im Kern um eine ganz simple Frage. Das, was Sie wollen, ist, aus der Europäischen Union aussteigen. Und das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Ja, wie im Vereinigten Königreich. Ja, also wer hat die Videos auf Twitter nicht gesehen? Die in den letzten Monaten rausgekommen sind, bedeutet Leute, im Supermarkt stehen und die Regale sind leer. Ja, da ist die DDR ausgebrochen, Freunde. Sie wollen, dass... Das hat mir der Corona-Zeit ja zur Genüge. Dank Ihrer Politik. Ich würde nie ausreden, es wäre in Ordnung, wenn Sie mich auch ausreden lassen würden. Und wenn wir uns angucken, leere Regale im Supermarkt, Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen im Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt und brechen das Rückgrat der stärksten Exportnationen, die es innerhalb Europas gibt. Mehr Pathetik? Und das, was Sie hier wollen... Bitte? Mehr Pathetik, also überhaupt kein Inhalt, einfach nur, oh ja, das Rückgrat wird gebrochen. Komplett Inhaltshaus, komplett Inhaltshaus. Also nichts, was er in irgendeiner Form für mich jetzt nachvollziehbar belegen könnte. Dann macht doch bitte ein konkretes Beispiel. Ja, wofür hat der Austritt des Vereinigten Königreichs im Vereinigten Königreich geführt? Ich würde übrigens weiter unterbrechen. Also ich würde drauf scheißen. Einfach weiter unterbrechen. Das bringt den, glaube ich, ein wenig aus dem Konzept. Ja. Wollen. Das gibt's am Leben im Beispiel. Gucken Sie sich das doch an. Der Brexit, den wir gerade erlebt haben. Oh, okay, okay. Der Brexit führt dazu, dass in Großbritannien mittlerweile Leute ärmer dran sind, als bevor sie mit der Europäischen Union gemeinsam waren. Und das ist etwas... Sagt der jetzt einfach so. Warum nicht nachvollziehbar für mich? Also, Freunde, ich bin da nicht mal tief im Thema. Ich überzeuge mich, du hast mich am Haken, Herr Vogt, ziemlich an Land. Was genau ist da jetzt los? Er sagt es halt einfach. Mein Instinkt wäre die Frage wieder reingeworfen gewesen. Da sind die Supermärkte leer in Großbritannien. Ja. Einfach an dem Punkt. Ja. Das können Sie nicht wegdiskutieren. Ich war diese Woche bei einem Thüringer Unternehmen. Die haben 70 Prozent Exportquote in den europäischen Markt. Super, die können es auch weiterhin haben. Als ich dort am Band mit der, in der Parkiermaschine, mit der Mitarbeiterin geredet habe, die war stolz. Die hat ein Produkt gemacht, das war am nächsten Tag in Frankreich. Da war die stolz drauf. Die arbeitet 25 Jahre in dem... Die ist dann Tränen ausgebrochen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, Herr Vogt, dass ich hier gerade dieses Produkt fertige und morgen ist das dann schon in Frankreich im Regal. Das macht mich so stolz. Das Ding ist auch, der Austritt von Großbritannien hat eine EU übrig gelassen, die in der Lage war, Großbritannien dafür zu bestrafen quasi. Maßnahmen gegen die zu ergreifen. Wenn Deutschland austritt, war es das mit der EU an sich. Wie gesagt, es ist doch gut, dass wir unsere tollen Thüringer Produkte entwickeln können. Warum kannst du die ohne EU nicht entwickeln? Warum kannst du die ohne EU nicht nach Frankreich schicken? Sie wollen, ist nichts anderes. Sie wollen Zollschranken. Und hier auch wieder wie Trump sagen würde, typical politician. Er kommt mit der Story von der Frau, die ganz stolz war auf ihr Produkt und so weiter. Was für eine Politiker-Scheiße. ... abschaffen und damit Wechselkursinstabilitäten produzieren. Sie wollen im Prinzip etwas, was uns erfolgreich gemacht hat. Wir sind das erfolgreichste Land. Jedes zweite Produkt, was Deutschland exportiert, geht in die Europäische Union. Und das wollen sie abschaffen. Und genau das kann exakt so bleiben, Herr Vogt. Ich verstehe nicht den Weg von, wir verlassen die EU, zu, wir können keine Produkte mehr nach Europa verkaufen. Genau das Ziel, was Sie haben. Wir haben schon sehr lange Ausführungszeit hier. Ich sage Ihnen ganz simpel, es ist ein Abstieg für Deutschland. Und das, worum es im Kern aber bitte schön geht, ist doch was ganz Simples. Glauben Sie wirklich, dass sich Unternehmen in Thüringen niederlassen, wenn genau diese Versprechen, die Sie versuchen umzusetzen, Wirklichkeit werden? Das bedeutet doch nichts anderes. Herr Vogt, wir können jetzt ja keine Monologe halten. Also wir haben eine begrenzte Sendezeit von 45 Minuten. Sie scheinen selber wüsste sein, wenn es um die Argumente geht, Herr Höcke. Es geht nur darum, dass Sie jetzt ganz viele Sachen... Einfach unterbrechen. Ich würde es nicht so machen. Einfach unterbrechen. Einfach mit den Punkten unterbrechen. Darauf sch***en. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde das recht elegant. Also weil irgendwann hat er dann die Schnurze voll. Aber der Typ hat ja, selbst der Normie vom Fernseher, der müsste jetzt eigentlich feststellen, ja, der Herr Vogt hat tatsächlich ziemlich lange geredet gerade. Ja, aber ich weiß auch nicht. Einfach die Trump-Masche reinjumpen, gefällt mir irgendwie besser. Ja klar, Krawall finde ich auch geil. Bus, wenn du den Normie abholen willst, ich denke, das war ein sachliches, nachvollziehbares Reinquatschen, weil irgendwann war dann halt genug. ...gestellt haben, die nicht unkommentiert bleiben können. Es ist falsch, dass der Brexit Großbritannien geschaltet hat. Gucken Sie auf die aktuellen Zahlen zum BIP. Deutschland steckt nicht... Also er kommt direkt mit einem konkreten Beispiel. Mit einem Beispiel. Ich könnte das jetzt googeln. Dann, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Also man müsste ihn jetzt im Nachhinein einen Fakt checken. Stimmt denn das, was er sagt? Aber er gibt mir direkt was an die Hand, was ich überprüfen könnte. Das hat der Vogt nicht gemacht. Er hat einfach nur geredet. ...Azession. Es ist so. Und die britische Wirtschaft, die ist zumindest stabil. Und die Perspektiven sind wesentlich besser für Großbritannien als für den Euro-Raum. Das sind die aktuellen Zahlen. Nochmal, die Klimapolitik der EU, die die maßgebliche Agenda ist, hinter der sie stehen, deren Folge die CO2-Bepreisung ist, deren Folge ist, dass die Energiepreise in der EU immer weiter durch die Decke gehen, hat dazu geführt. Und der Kampf gegen den Verbrennermotor als Kampf gegen die deutsche Automobilindustrie, und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, das werden Sie nicht in Abrede stellen, hat dazu geführt, dass wir gerade in der Thüringer Automobilzulieferindustrie massive Probleme haben. Massive Probleme haben. Gerade letzten Monat ist das große Werk in Brottorode geschlossen worden. Andere Werke werden noch folgen. Wir haben schon 2020 in einer Kampagne... Frau, die so stolz war, dass ihre Produkte nach Frankreich verschifft werden, die wird sich freuen, wenn der Laden in einem Dreivierteljahr pleite ist. Wir haben ja als AfD in der Fraktion im Thüringer Landtag bei vielen Betrieben gestanden, haben mit den Mitarbeitern gesprochen und die haben genau das so analysiert. Die künstlich in die Höhe getriebenen Energiepreise brechen uns das wirtschaftliche Knick. Der hysterische Kampf gegen den Diesel, den Sie auch vorangetrieben haben mit Ihrer Klimapolitik, bricht unsere Automobilindustrie in ganz Deutschland das Knick. Sie sind eine Wohlstandsvernichterpartei, Herr Vogt, bzw. Ihre Partei ist das. Und die EU spielte ein ganz schlechtes Spiel für Deutschland. Wir brauchen eine EU für den kleinen und Mittelstand. Wir brauchen eine EU für die Angestellten und Arbeiter, für die Familien. Aber wir brauchen keine EU der Großkonzerne. Genau, 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 genau das ist es. Nicht diese EU. Genau, das ist es, Herr Vogt. Ich dachte, reinreden ist unhöflich. Die Globalisierungsinstanz, die die Nation und die den Wirtschaftstraum Europa in einer Art und Weise gleichschaltet wie das der europäischen Tradition. Er hat gleichschaltet gesagt. Stumm, er hat gleichschaltet gesagt. Also morgen kann ich euch jetzt schon sagen, eine der Headlines wird lauten, Höcke bei Weltdebatte mit Nazisprech. ...zuwiderläuft. Und das ist nicht Europa. Europa ist Vielgestaltigkeit. Europa ist Kleinteiligkeit. Herr Vogt, Europa ist alles andere als die EU. Wir brauchen dieses zentralistische Bürokratenmonster nicht. Herr Vogt, die AfD punktet in Thüringen mit dem Anti-EU-Kurs, ist derzeit in den Umfragen... Das war übrigens gerade von Vorteil, Herr Vogt. Also dem Herrn Vogt jetzt gar nicht die Möglichkeit einzuräumen, da nochmal was zu erwidern. Es wäre sowieso Bullshit gewesen. Obwohl, vielleicht stützt er am Ende Herrn Vogt, weil der sich im Kopf und Kran geredet hat. Aber das würde ich jetzt mal einen kleinen Punkt geben für den Moderator, er pro Höcke, dass er da Herrn Vogt direkt das Wort abschneidet und ihn gar nicht ganz zu Wort haben muss. Es sei denn, die Frage ist jetzt, finden Sie das überhaupt okay, dass ein Rechtsextremist wie Höcke jetzt hier mit Ihnen redet? ...stärkste Kraft und den Bund sogar auf Platz zwei. Wie erklären Sie sich, dass es Ihrer CDU offenbar nicht gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der EU ausreichend zu vermitteln? Impliziert natürlich, dass er recht hat. Ja. Pro Europäer. Ja, wir haben die Leute halt nicht abgeholt. Wir haben sie nicht mitgenommen. Wir haben nicht genug auf die Leute eingewurken. Ja genau. Höcke wurde nicht gefragt, wieso gelingt der AfD es noch nicht genug, den Leuten zu vermitteln, wie das aussieht mit der Migration? Ja. Die wollen eine starke europäische Ordnung. Ja, aber nicht pro EU. Und den Faktencheck, den sollten wir hier gleich live am Pult liefern. Es gibt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Natürlich gibt es die. Der CDUler zitiert jetzt zum zweiten Mal Herrn Fratscher, der dafür bekannt ist, nur gequirlte Scheiße von sich zu geben. Faktencheck? Bitte? Das erste Mal bei der Moderator. Oh, okay, alles klar. Ich danke dir vielmals, Schlummo. Dann ist jetzt zumindest zweimal geäußert worden. Ich möchte daran erinnern, dass uns witzigerweise bei Welt, bei einem Interview bei Welt, hat uns Herr Fratscher 2016 gesagt, dass in sieben Jahren die Flüchtlinge ein Netto-Plus für uns sein werden. Ja, und noch heute, also wir sind über diese sieben Jahre seit, ich glaube, März 23, hätte das dann eintreten müssen, stand heute so in etwa, die Hälfte arbeitet gar nicht und ein Viertel arbeitet nicht sozialversicherungspflichtig. Sie sind ein gigantischer Kostenfaktor. Wenn Hirke ihm jetzt den Fratscher aufs Brot schmiert, das wäre so. Oh ja, oh ja. Die haben genau analysiert, was ihr Plan bedeuten würde. Ich habe aber was... Ah, diese Scheiße, Alter. Du kennst das Ding? Nee. Das ist eine Untersuchung von, das ist tatsächlich witzigerweise von Herrn Fratscher, der damit dann auch wieder durch die Talkshows getingelt ist und so. Da kam raus, dass die AfD in Wirklichkeit den Leuten, die sie wählen, schaden wird. Ach so, ja, die Überschrift habe ich gelesen, ja. Du hast gefragt gerade, Herr Funk, warum gelingt es der CDU nicht die Vorteile zu vermitteln? Ich will auf diesen Punkt hinweisen, weil es wichtig ist für die Wähler, weil die ändern heute Abend auch ihre Meinung in Thüringen über diese Frage. Das, was Herr Höcke möchte, bedeutet nichts anderes, dass die Thüringen... Ich habe gerade im Live-Chat, dass auf Höckes Account wohl schon der erste Faktencheck veröffentlicht wurde. Das sind... Ach, Scheiße, ich bin hier nicht eingeloggt. Müssen wir vielleicht... Die Arbeitnehmer, 1000 Euro weniger im Portemonnaie haben pro Jahr. Das ist die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn wir aus der EU... Ja, betone es noch mehr, dass du dort einen Wahnsinnigen zitierst. ...aussteigen, wenn wir diese Chancen nicht nutzen, dann führt das am Ende... Der Mann hat uns erzählt, ich glaube 2021, dass eine Inflation, wie sie von einigen befürchtet wird, die wird nicht kommen. Dann hat er uns 2022 prophezeit, diese Inflation, die einige da kommen sehen und die jetzt auch tatsächlich kommt, die wird sehr gering ausfallen, 3-4% oder sowas. Und 2023 hat er erzählt, naja, eigentlich ist eine Inflation was Gutes, da waren wir bei 10%. Sondern bei 10%, wann hieß es, na eigentlich ist das was Gutes. Das ist, Herr Fratscher, Freunde. ...dass die Thüringer ärmer sind. Aber warum ist es Ihrer CDU bisher nicht gelungen, diese Vorteile den Bürgern zu erklären? Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg die größte Industrienation Europas. Sie war zur Zeit der EWG die größte Industrienation Europas. Und sie wird auch nach einer EU die größte Industrienation Europas. Herr Högl, Sie haben wir eines eingefordert, vielleicht die Kleines auch gegenüber Herrn Vogt auf die Frage zu antworten. Jetzt wird aber auch Sie ziemlich aggressiv, ne? Die Frage jetzt zum Dritten mal gestellt, hätte ich jetzt gerne eine Antwort. Klar, wir als CDU sind mittlerweile zweitstärkste Kraft und wir kämpfen darum, Erste zu werden. Und deswegen haben wir dieses Duell heute Abend. Und ich finde, wir müssen die Unterschiede deutlich machen. Weil das, was Herr Höcke vertritt, das ist ein Risiko, das ist schädlich für Deutschland, das ist eine Katastrophe. Und genau aus diesem Grund diskutieren wir über die harten sachlichen Fakten. Es ist einfach, ihn in Faschisten zu nehmen. Das muss ich nicht machen, das hat ein Gericht schon gemacht. Sondern es geht um eine andere Frage, es geht um die Sache. Jetzt kommt da Sachen wieder vor rein. Okay, fuck den Check. Auf diese fucking weibische, das muss ich gar nicht sagen, das wurde schon gesagt. Alter, du kleine Sch***. Ja, und fuck den Check, ein Gericht hat Ihnen nicht einen Faschisten gesagt. Ein Gericht hat gesagt, wenn jemand Höcke einen Faschisten nennt, dann ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist die Kurzwassung. Ja, das Gericht hat nicht gesagt, der ist übrigens ein Faschist. Eine Auseinandersetzung, was seine Politik an Schaden für Deutschland produziert. Und das werden wir als CDU deutlich machen im Wahlkampf. Und ich spüre viel Zuspruch. Innerhalb der letzten zwei Monate hat Herr Höckes Partei... Ja, darum ist Höcke in Thüringen auf dem ersten Platz, weil er da so viel Zuspruch erhält. Sieben Prozentpunkte verloren. Wir haben zwei zugelegt. Wir sind in den neuesten Umfragen sechs Prozentpunkte hinter ihm. Und wir werden stärker... Die sieben Prozentpunkte sind vom BSW. Die sind vom BSW und wahrscheinlich mindestens zu einem kleinen Teil zu erklären durch eine linke Medienkampagne, die sicherlich nicht zum Ziel hat, die CDU zu stärken. Klar. Herr Vogt, Herr Höcke, wir würden ganz gerne mit dem Themenbereich Wirtschaft weitermachen. Eigentlich sind wir schon so ein bisschen drin durch das EU-Thema und würden da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Und Herr Höcke, im Sofortprogramm Ihrer Partei steht, und ich zitiere wörtlich, Bürger und Unternehmen sollen entlastet werden. Wie sollen sie entlastet werden? Indem die Strom- und die Energiesteuer auf ein Minimum gesenkt, so wie die Luftverkehr- und Grundsteuer, CO2-Abgabe und der Soli ersatzlos gestrichen werden. Dadurch würden aber... Das wäre, also ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber das wäre eine brutale Senkung des Energiepreises. Also egal, ob jetzt Strom, Gas oder sonst was, das würde... Also nun mal so, kleiner Funfact, wenn ihr Benzin tankt, dann sind da so 76 Prozent oder sowas. Davon sind Steuern und Abgaben irgendeiner Art, ja. Also wenn ihr einen Euro fürs Tanken zahlt, dann zahlt ihr für das Benzin eigentlich 14 Cent oder sowas. Meinetwegen 20, ja. Ich bin gespannt, ob jetzt irgendeine Partität in dem Klima kommt, von wegen die Welt geht unter. Denn bisher war das Overton-Fenster hier so verschoben gegenüber dem Rest vom Mainstream, dass beide sich freisprechen wollten von diesen Klimaschutzsachen. Ja. Bei dem deutschen Staat Einnahmen in Höhe von knapp 50 Milliarden Euro entgehen. Das sagt unter anderem... Das deckt sich ja original mit den Kosten für Migration, die wir haben. Beziehungsweise die der Bund für Migration hat offiziell. Das sind Polizeieinsätze aufgrund von durchdrehenden Asylbewerben oder sowas nicht berücksichtigt. Da geht es wirklich um Unterkünfte und um das, was sie brauchen, um davon Lebensmittel des täglichen Bedarfs zu kaufen. Das sind offizielle Zahlen, witzigerweise auch von der Welt. Ja, 50 Milliarden. Boom, Problem gelöst. Ja, plus minus null. Unser Strom wird hier abartig billig und die Migration kostet uns dann gar nichts mehr. Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Wie würden Sie eine solche Lücke im Haushalt denn stopfen? Von wo nehmen, wenn ich es hier entlaste? Abschieben. Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben natürlich Einsparpotenzial ausgemacht. Denken Sie bitte an den großen Posten Entwicklungshilfe. Über die gesamten Einzelpläne des Bundeshaushalts haben wir da eine Summe von etwa 60 Milliarden Euro aufgeklärt. Die werden ausgegeben für Gender-Projekte in Afrika. Die werden ausgegeben für Wärmedämmung in Ulaanbaatar. Die werden ausgegeben für Entwicklungshilfe in China und für China und Indien. Unsere großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt für Radwege in Peru. Da kann man massiv zusammenstreichen. Sehr, sehr schön. Das Einzige, was mir gefallen hat, war Gender-Projekte. Er hätte sagen müssen für feministische Literaturkurse in Uganda oder so ein Scheiß. Also damit auch wirklich der Letzte versteht, was dort tatsächlich finanziert wird. Und da kann man massiv sparen. Da haben wir schon viele 10 Milliarden Euro gespart. Bei der Migrationspolitik. Es war ja Ihr Haus, Ihr Land, die Welt, die auch mal vor kurzem Gott sei Dank die Zahlen transportiert hat. Die illegale Einwanderung, die leider ja auch von der CDU maßgeblich initiiert worden ist. Hat uns oder kostet uns pro Jahr 50 Milliarden. Das ist ein Blutbad bisher. Ja, ja. ...ein Euro. Jetzt nehmen Sie die Entwicklungshilfeposten und nehmen Sie die 50 Milliarden. Da sind Sie schon bei 60, also insgesamt bei 110. Aber wir wollen die Entwicklungshilfe nicht ganz zusammenstreichen. Aber wir sind auf jeden Fall bei 70, 80 Milliarden Euro im Jahr. Das Geld ist da. Es wird nur nicht im deutschen Interesse ausgegeben. Und das muss wieder das Primat der deutschen Politik sein. Das Geld, das vom deutschen Steuer hart erarbeitet wird und erwirtschaftet wird, vier Zwecke für das eigene Land auszugeben. Weil jetzt gerade viele... Das war richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Ein richtig guter Schnipsel auch für Twitter nachher. Unfassbar gut. Wirklich, ja. Also ich würde sagen 9,8 von 10 Punkten. Das ist das einzige wirklich kleine Kritik, diese Gender-Projekte. Da hätte ich mir doch noch was Dümmeres gewünscht als Beispiel. Viele Zahlen hier durchs Studio fliegen. Nochmal der Hinweis ans Publikum. Wir checken diese Zahlen. Morgen auf welt.de gibt es den Faktencheck. Herr Vogt, aber auch an Sie die Frage. Sie fordern ebenso Steuersenkungen. Wie würden Sie die im Staatshaushalt gegenfinanzieren? Ja, das, was wir im Bundeshaushalt machen wollen, ist natürlich, uns auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Und ich sage es Ihnen relativ simpel, die zwei Dinge, die ich momentan erlebe, wenn ich im Land unterwegs bin, in Thüringen. Es regt die Leute wahnsinnig auf, dass wir die Ungerechtigkeit haben am Arbeitsmarkt. Eine Kassiererin, die arbeitet... Aber sorry, es geht darum, wie er das Geld wieder reinholen will. 30 Stunden. Die strengt sich richtig an und die hat wirklich ein Gefühl, dass es ungerecht zugeht in diesem Land. Vielleicht kann ich ihr Produkt nicht mal mehr ins Ausland verkaufen. Menschen, die arbeiten, könnten nicht arbeiten. Stichwort Bürgergeld. Und genau aus diesem Grund würden wir auch hier klipp und klar sagen, es muss eine Konzentration gehen. Und der Maßstab, jeder, der arbeiten kann, der muss auch tatsächlich arbeiten. Und derjenige, der arbeitet, der muss mehr haben, als derjenige, der nicht arbeitet. Und es bedeutet unter anderem auch, das Bürgergeld für diejenigen einzuschränken, die auch aus anderen Staaten kommen. Weil das ist eine Ungerechtigkeit, die die Leute nicht verstehen. Der zweite Punkt ist, wir wollen natürlich auch, dass wieder Fleiß sich lohnt. Und Leistung muss sich lohnen in diesem Land. Der Fleißige darf nicht der Dumme sein. Ich war kürzlich in einem Thüringer Unternehmen, Horsch. Die stellen Landmaschinen her und dort sagt mir die Belegschaft, Herr Fug, wir würden gerne mehr arbeiten. Aber es bleibt in unserem Portemonnaie nichts hängen. Von jedem Euro, den sie dazu verdienen, bleiben 41 Cent bei ihnen. Der Rest geht an den Start. Und das wegen... Jetzt kommt der gerade, also jetzt glaube ich, kommt der wirklich vom Thema ab. Denn es geht darum, wie er die Milliarden sparen will. Also wo will er sich die Gute dann herholen? Wenn die Leute weniger Steuern zahlen, darauf läuft das hier offensichtlich hinaus, dann hat er nicht mehr Geld in der Kasse, sondern weniger. Dann haben wir als CDU gesagt, okay, wir wollen die Überstunden steuerfrei stellen, weil wir wollen, dass die Menschen wieder mehr im Portemonnaie haben. Und darum geht es. Leistung muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und das jetzt eben auch voraus, wenn wir das tun, dann haben wir mehr Steuereinnahmekraft. Und durch dieses Wachstum wird das genau aufgenommen, was wir auch tatsächlich wollen. Warum schüttelt, warum guckt ihr den an und schüttelt den Kopf? Also gut, vielleicht wollt ihr sie damit nur anmerken, dass er aufhören soll zu reden. Ich halte kurz fest, also die feministischen Literaturkurse in Uganda, die wird es auch unter einer CDU-Ehrrschaft weiterhin geben. Herr Höcke, ich habe sie gerade schon schmutzeln sehen. Ich muss direkt auf antworten, es brennt jetzt einfach auf meiner Zunge in Anführungszeichen. Kollege Vogt, das war wieder dieser typische Konrad-Adenauer-Stiftungs-Sound. Dieses Aneinanderrein von Worthülsen und von Phrasen. Sie, sehr geehrter Kollege Vogt, Ihre Partei, die CDU, ist mit Abstand die längste Regierungspartei im Bund und auch in Thüringen. Warum haben wir denn diese fast weltweit einzige Abgaben- und Steuerbelastung, weil Sie in den letzten Jahrzehnten versagt haben? Und vor jeder Wahl versprechen Sie den Wählern das Blaue vom Himmel. Das glaubt Ihnen doch keiner mehr, das nimmt Ihnen doch keiner mehr ab. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Sie gerade hier vorgetragen haben, ist eine Ursache für die Politikverdrossenheit im Land. Die Leute wollen sich nicht länger an der Nase herumführen lassen. Sie wollen nochmal, dass das Geld, das hier erwirtschaftet wird, auch im Land bleibt. Vor allen Dingen die Rentner, an die müssen wir denken. Wir haben Millionen Rentner, die in schwierigen Verhältnissen sind, die in bitterster Armutsstellenweise leben. Ich bin zu zig Bürgerdialogen unterwegs gewesen in den letzten Jahren in Thüringen, wo hunderte Bürger... Du kennst dieses Mim, ich glaube, von den Simpsons. Er soll aufhören, er ist doch schon tot. Klar. ...besuchen und die kommen danach und haben Tränen in den Augen. Sie weinen, diese Menschen weinen von mir und sagen, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Das Geld reicht nicht mehr zum Leben. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, 45 Jahre, manche sogar 50 Jahre, gehen mit 900, 950 Euro Netto-Rente nach Hause. Das geht nicht. Das muss sofort aufhören. Wie gesagt, das Geld ist da. An die Rente müssen wir ran. Die Rente muss reformiert werden, damit für unsere Leute das Geld zum Leben auch im Alter reicht. Aber wenn ihr schon den Anwurf macht, dann will ich es auch klipp und da sagen. Der Bürokratie-Index. Können Ihre Faktenchecker sich mal angucken? Ich weiß, mit Faktenchecking haben Sie es ja nicht. So, Sie sind ja bei den... Doch, auf einem XK Akkord. Der hat auch einen Faktenchecker gefrühstückt heute. Der kam schon fünfmal von wegen oben. Wir müssen hier direkt live Fakten schecken. Vor allem jetzt kommt der Was-Index. Ihr habt davon nicht mehr gehört. Also, dann mach ihm jetzt bitte schmackhaft. Erklär mir bitte, was dieser Index genau aussagt und leite es so her, dass ich es verstehe. Faktencheckt werden. Und wenn wir den Bürokratie-Index uns 2021 angucken... Sorry, den Bürokratie-Index, okay. Dann werden wir feststellen, der am niedrigsten war, weil die CDU Bürokratie abgebaut hat. Das ist noch mehr... Achso, also das ist schon alles, Tutti. Also, das wundert mich auch gerade. Also, nehmen wir bitte konkrete Beispiele, wo ihr Bürokratie abgebaut habt. Es würde mich wundern, wenn in den letzten 20 Jahren zu irgendeinem Zeitpunkt mal irgendwo die Bürokratie unterm Strich weniger geworden wäre. Ist jetzt nicht das für mich wichtigste Thema. Klar, ich bin gegen überbordende Bürokratie. Aber was genau habt ihr gemacht? Wo ist die Demokratie jetzt weniger geworden? In meiner Wahrnehmung nicht. Auf europäischer Ebene werden wir für jede neue Regelung zweier streichen, dass wir das in Deutschland tun. Das ist etwas, was wir als Union wollen. Aber im Kern geht es um was anderes. Im Kern geht es doch wieder darum, dass die fleißigen Leute in diesem Land tatsächlich auch was davon im Portemonnaie haben. Und dafür haben sie nichts in der Tasche. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was Sie wollen mit Ihrem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Deutsche Produkte werden teuer im Ausland. Dadurch werden sie nicht mehr abgenommen. Und das führt dazu, dass wir Mittelständler, kleine Unternehmen und dann die Handwerker, die die unterstützen, alle hängen lassen. Das ist Ihre Politik. Und das führt zu Wirtschaftsvernichtung in diesem Land. Die EU ist der Hauptproduzent von Bürokratie. Die Lieferkettenrichtlinie ist im Bundestag von ihrer Fraktion durchgewunken worden, sogar noch in verschärfter Form. Die Lieferkettenrichtlinie ist abgelenkt worden. Das Lieferkettengesetz. Ja, das ist eine andere Baustelle. Die Vorgabe kam doch auch aus Europa. Da war übrigens ein klassischer Sally. Du hast ein falsches Wort gesagt. Ich weiß exakt, was du meinst. Du meinst nicht, ich hab's schon vergessen. Lieferketten. Lieferkettengesetz, das war durchgewunken. Genau, anstatt, was er gesagt hat, keine Ahnung, Lieferkettenregelung. Also, fucking irrelevant. Jeder, der weiß, worum's da geht, der weiß, was gemeint ist. Aber man muss darauf hinweisen, Sie haben da gerade ein falsches Wort verwendet, Herr Höcke. Stopp, ich muss dieses Beispiel einfach ausführen. Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, In Thüringen heißt das gehacktes, wenn Sie sich in der Einheit auskennen. Ich hab gerade gesagt, gehacktes Brötchen. Nee, sehr weit gesagt. Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir gehacktes. Das hat er zum, ist das, habe ich das da gerade nicht wahrgenommen, was er zum zweiten Mal in Folge ist sein, ja, weiß ich nicht, Gegenpunkt der, Sie haben da ein falsches Wort genutzt. Jetzt will dieser EU-Globalist einen auf Lokalpatriot machen. Boah, Schlinger, ey, das endet mit einem Toten, Alter. Ich hab dann auch nochmal übersetzt, Mett, weil nicht jeder gehacktes versteht. Das sollen Sie mit dem Zügel gestehen, Herr Kollege. Wir müssen an dieser Stelle auch mal einen Haken schnitten kommen. Dieser Metzger muss einen Antikorruptionsauftrag vorhalten, wenn er gehacktes von... Das ist doch ein Witz jetzt. Also Zeit dafür zu klären, ob das Mett oder Gehacktes heißt. Die gab's. Aber nicht Zeit dafür, für den Punkt, den er machen wollte, Alter. Zum Thema Wirtschaft, vielen Dank. Aber ey, Alter, also, Ey, Höcke ist brutal, Alter. Der ist brutal, dieser Mann. Er redet halt einfach weiter und macht seinen Punkt. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Er hat fünf Minuten gebraucht, um reinzukommen, aber danach wurde es brutal. Ja. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Sie haben, glaube ich, beide Ihre Punkte in Sachen Wirtschaft gemacht. Sie haben's eingangs schon gesagt. Wir haben nicht leider unendlich Zeit und wir haben so viel noch zu besprechen. Ja, dann diskutiert doch noch ein bisschen über die Begriffe Mett und Gehacktes. Lassen Sie uns mit dem Thema weitermachen. Gehackte Brötchen sind auch ein deutsches Thema. Oder gehack auf Brötchen. Aber ich glaube, Migration ist das große Thema. Ich kenne niemanden hier im Land, den es im Moment nicht bewegt. Und es ist natürlich auch in Ihren Wahlkämpfen, in Ihren Parteien ein Thema, was hochgehandelt wird. Wenn das jetzt gerade schon so brutal wird, jetzt kommen wir zum Thema Migration. Wo man schaut und wo man natürlich auch nach Lösungen guckt, das tun die Deutschen vor allen Dingen. Deshalb die Frage an Sie beide, welche schnell, schnell umsetzbaren Maßnahmen, weil wenn wir in die Kommunen schauen, dann sehen wir, das muss auch schnell gehen. Hätten Sie denn parat, um bei der Migration wirklich an Stellschrauben zu dehnen, unter anderem auch bei der Illegalen? Ich finde das interessant, dass wir offensichtlich einen Konsens erreicht haben, zumindest bei der Welt, dass wir jetzt die Frage stellen, wie leiten wir schnell Maßnahmen? Es geht nicht mehr darum, sind die nicht eigentlich hinzugewinnen, wir uns brauchen, wir nicht eigentlich Fahrkräfte und Ähnliches. Nein, also wir sind so offensichtlich zumindest bei der Welt einig, dass wir hier ein scheiß Problem haben, was gelöst werden muss. Zumindest jetzt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt geht es ja auch darum, dem potenziellen Hürke-Wähler einzureden, dass er den Hürke gar nicht wählen muss, sondern der andere Typ macht das auch okay. Das stimmt wiederum. Herr Vogt, vielleicht zuerst. Ja, klar. Die Migration ist, und die illegale Migration ist ein Riesenproblem. Das ist ein Zustand, den kann man nicht weiter akzeptieren. Ich habe bei mir im Wahlkreis Kindergärten, da können Deutsche keine Plätze erhalten, weil sie für Ausländer reserviert sind. Das ist der falsche Weg. Und deswegen müssen wir bei dem Thema illegale Migration eine ganz klare Strategie fahren. Null illegale Migration in Deutschland. Das setzt voraus. Harte Rechtsstaat. Herr soll bitte mal illegal definieren. Also wenn ich über die Grenze trete und sage Asyl, dann ist das per se nicht illegal. Also die Frage ist natürlich, wie müsste ich eigentlich zurückgeführt werden? Das ist ja ausgesetzt. Was genau meint er damit? Aber erst mal, alles klar, ich bin bei. Das würde dann illegal an dem Punkt, wo der Prozess durch ist nach zwei Jahren und du dich dann weigerst zu gehen oder versteckst. Ja. Artliche Unterstützung für unsere Polizei, für unsere Justizbehörden. Zweitens konsequentes Rückführen und Abschieben. Und das dritte, absolute Begrenzung durch Außengrenzenschutz bei der illegalen Migration. Und jetzt sage ich Ihnen eins, wir haben ein klares Prinzip als CDU in Thüringen. Wer arbeitet, wer sich an Recht und Gesetz hält, wer zu Recht hier ist und wer sich an unsere Leitkultur hält, der bleibt. Derjenige, der Recht verletzt. Ach ja, vor allem der letzte Punkt, wie willst du denn das filtern? Welche Maßnahme hast du im Kopf, um Leute, die sich nicht an die Leitkultur halten, rauszuschmeißen? Der geht. Und wir haben das konkret in Thüringen umgesetzt. Und ich will Ihnen zwei Beispiele dafür nennen. Das erste ist, eine Landrätin in Thüringen hat als erste in Deutschland die Bezahlkarte eingeführt. Okay, ich meine, es ist auch interessant, dass er jetzt in diesem Fall mit einem konkreten, für mich greifbaren Beispiel in die Ecke kommen kann, ne? Ja. Davor war alles wischiwaschi gesprochene Worte und mehr nicht. Das ist jetzt eine Sache, ah ja, alles klar. Also es gibt da tatsächlich CDUler, die machen was und ich kann jetzt nachvollziehen, was sie machen und muss sagen, okay, alles klar. Dann stimmt das erstmal, was er da sagt. Der Rest war, wie gesagt, ein bisschen absoluter Blödsinn. Er sagt, wir wollen nicht, dass deutsches Geld ins Ausland fließt, sondern wir wollen klarstellen, dass das Geld sachgerecht eingewendet wird. Und das Zweite ist, ein Landrat der CDU in Thüringen hat durchgesetzt, dass die Arbeitsverpflichtung in Gemeinschaftsunterkünften stattfindet. Das heißt, für das Geld, für das man was bekommt, müssen auch Flüchtlinge arbeiten. Und das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Und wissen Sie was? Die AfD hat einen einzigen Landrat in Deutschland, in Thüringen, in Sonneberg. Und die harte Haltung, die Herr Höcke immer versucht zu vertreten, würde ja bedeuten, dass die AfD dort beginnt. Aber was passiert? Keine Bezahlkarte, keine Arbeit. Ja gut, 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 ganz kurz, ganz kurz. Ihr habt tausende Landräte in Deutschland und einer davon führt dann eine Bezahlkarte ein. Ja. Also das ist nicht der sonderlich mich überzeugende Punkt von seiner Seite. Und vor allem mit euch kooperieren ja auch die anderen Parteien, mit uns nicht. Also was willst du denn jetzt hier vermitteln? Die AfD, das sind Kacks bei Migration, die holen doch viel mehr Migranten, oder wie? Verpflichtung, nichts. Und das ist, die Backen aufblasen, Probleme beschreiben aber kein einziges Thema. Zumal mir wurde von den Medien übrigens versprochen, dass nach dem Sieg da in Sonneberg die KZs eröffnet werden und so weiter. Also das ist das, was die Medien her beigeschrieben haben. Und dann schafft man es dort offensichtlich, die Bezahlkarte einzuführen. Auch da wird übrigens die Frage, wie viele Flüchtlinge gibt es denn in Sonneberg? Also möglicherweise ist das für diesen Landkreis tatsächlich nicht relevant. Ich weiß es nicht. Lösen. Herr Höcke, nur zu. Ich meine übrigens, er wollte zwei Beispiele nennen. Fang da mit einer Frau an und dann war es das, aber gut. Es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat, beziehungsweise nicht geschlossen hat und die die Willkommenspolitik ausgerufen hat. Ab 2015 sind in den Folgejahren 10 Millionen Menschen zu uns gekommen, viele von denen illegal. Die Gesamtkosten dieser Zuwanderung belaufen sich laut Professor Raffelüchner auf 5,8 Billionen Euro. Billionen Euro, das ist die Nachhaltigkeitslücke. Diesen Schaden haben Sie verobachten. Da würdest du uns einen Faktencheck geben, denn die Aussage ist so nicht ganz korrekt. Die Prognose lautet, diese 5 Billionen sind dann fällig bis, ich glaube, 2050 oder sowas. Aber nochmal, wir reden hier von Billionen. Das ist eine unfassbar große Zahl. Also die Scheiße kostet uns eine ganze Menge Geld, aber diese Billionen, die müssten im Kontext zum Zeitpunkt gesetzt werden. Er muss genauso asozial werden. Er muss anfangen mit wirklich gehässigen Unterbrechungen. Wenn er das macht und das nicht unterbunden wird, muss er das auch bringen. Ja, ich wundere mich erneut, weil er war, glaube ich, der Erste, der sich beschwert hat, dass er unterbrochen wurde oder so. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt. Und jetzt, nachdem Sie das Kind in den Brunnen geworfen haben, beginnen Sie, das Wasser abzuschöpfen und Symptompolitik zu machen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr. Ich glaube, das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Wer nach Deutschland kommt, kriegt diese üppigen Sozialleistungen nicht mehr. Wir müssen den Sozialstaatsmagneten stillstellen. Den müssen wir... Ich frage mich übrigens gerade, siehst du, dass er unter seiner Nase einen Schatten hat? Das ist eine Verschwörungstheorie. Ich frage mich, achte mal kurz drauf, ob die absichtlichen Licht auf seiner Position über ihm platziert haben, damit dieser Schatten entsteht. Runterfahren. Und ich glaube, das ist das wirksamste Mittel, um die illegalen Migration zu stoppen. Danach brauchen wir natürlich auch noch den Grenzschutz. Wir brauchen entsprechende Remigrationsanreize. Ja, es macht keinen Sinn, dass da oben eine Lampe ist. Das ist ein Programm, das dauert sicherlich auch Jahre. Der Schaden ist immens. Er ist über Jahre angerichtet worden. Wir werden viele Jahre brauchen, den Schaden wieder zu reduzieren. Aber da müssen wir ran. Nur die CDU, wie gesagt, wenn die sich jetzt hier als Gärtner anbietet, muss man sagen, sie ist der Bock, der das Ganze verbockt hat. Jetzt haben wir gerade vor allem über illegale Migration gesprochen. Ihr Bundesland ist geschrumpft. Nee, nee, auch der Vogt hat übrigens einen leichten Schatten unter der Nase. Also die Verschwörungstheorie ist nicht, war alles gut. Aber professionell ist das meiner Meinung nach nicht. Also dort sollte kein Schatten fallen. Ja, ja, es gibt ja diese Lampen mit quasi so einem Schirm vor, die keinen Schatten werfen. Ja. Von 2,5 auf 2,1 Millionen Einwohner. Eine halbe Million Menschen sind weniger dort. Um das zu kompensieren, brauchen sie auch Fachkräfte aus dem Ausland, um den Fachkräftemangel zu bewältigen? Ja, klar brauchen wir die. Und ich will jetzt mal bei den Zahlen bleiben, damit wir hier keinen Sand ins Getriebe stellen. Das funktioniert auf seinem AfD-Parteitag mit den 10 Millionen. Aber jetzt machen wir mal einen Faktencheck. 3,8 Millionen haben Asylanträge. Wow, 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 wow. Ich wollte es gerade sagen. Ich nehme an, dass zumindest die Zahl, die wird, da wird Höckes keine Quelle für nennen können. ...gestellt, 2,1 Millionen Flüchtlinge haben. Er wirft diejenigen in einen Topf, die als Fachkräfte... Unterbrich ihn. Unterbrich ihn. Einfach reingehen. Nein, Statista, hier ist die Quelle. Du musst... Genau, unterbrech ihn einfach. Er hat dich eben gehässig unterbrochen. Du kannst jetzt eigentlich machen, was du willst, ohne schlecht auszusehen. Unter anderem auch die 50.000 Europäer, die in Thüringen arbeiten, die wir tatsächlich brauchen. Und deswegen ist doch vollkommen klar, wir müssen klarer unterscheiden, wen brauchen wir als Fachkräfte. Die sind uns herzlich willkommen. Und wer versucht, sich ein besseres Leben hier in Deutschland zu schaffen? Das ist nicht unanständig. Wir sind ein tolles Land. Aber hier darf sich nicht jeder frei aufhalten, sondern wir als Staat... Also wenn ich das grob überschlage, also Vereni garantiert nicht von 10 Millionen Flüchtlingen selbst inklusive Familiennachzug seit 2015. Ich bin gespannt. Ich hoffe, er greift das nochmal auf. Er könnte tatsächlich sein, dass er da daneben liegt. Und da alle Migranten seit, keine Ahnung, 2000 oder sowas mit reingezählt hat. Oder, warte mal, das entspricht grob der Anzahl der Nicht-Deutschen in diesem Land hier. Wir müssen wissen, wer da ist. Deswegen stoppt mit der illegalen Migration. Und das Zweite ist, ganz klar, Fachkräftegewinnung für diejenigen, die wir brauchen. Und tatsächlich ist das so. Herr Höcke, braucht Thüringen Fachkräfte aus dem Ausland, ja oder nein? Ich verstehe es nicht, Herr Vogt. 10 Millionen Zuwanderer in den letzten knapp 10 Jahren, dass wir überhaupt noch von Fachkräftemangel reden müssen. Das ist doch eigentlich schon der Beleg für das Totalversagen Ihrer Politik. Ganz klare Frage. Wir brauchen vor allen Dingen die Nachqualifikation von jungen Leuten in Deutschland. Wir haben in der Alterskohorte 20 bis 34 Jahre. Drei Millionen junge Leute ohne Berufsabschluss. Die müssen wir erstmal zu Fachkräften ausbilden, bevor wir nach Zuwanderung aus dem Ausland rufen. Weil diese Menschen sprechen ja schon unsere Sprache. Es ist auch eine Frechheit, dass er jetzt Druck bekommt, eine konkrete Antwort darauf zu liefern, nachdem er diversen Angriffen gerade ausgesetzt war, auf die er natürlich erstmal eingehen muss. Nein, nicht grundsätzlich. Aber wir brauchen ein Gesamtpaket. Das heißt, wir brauchen eine Familienoffensive. Wir müssen das Kinderkriegen in Deutschland wieder fördern, damit wir diese demografische Katastrophensituation verlassen. Dann brauchen wir eine Remigrationsinitiative. Und zwar für die Deutschen, für die anderthalb Millionen Deutschen, hochqualifizierte junge Leute, die wegen der hohen Abgaben und Steuerlast, weil ihre Kinder in den deutschen Schulen nichts mehr lernen und weil sie das Meinungsklima in Deutschland nicht mehr ertragen konnten, in den letzten 30 Jahren ausgewandert sind. Das ist clever, das Wort da einfach mal zu droppen und dann aber die Leute zu meinen, die halt hier ausgewandert sind oder woanders. Das war ein cleverer Schachzug. Und wir drittens auf jeden Fall natürlich auch die Überlegung, wie wir Thüringen attraktiv machen, damit die Fachkräfte, die bei uns dann ausgebildet werden, auch bei uns bleiben. Das große Problem Thürings ist, dass die Altparteien Thüringen zu einem Niedriglohnland gemacht haben. Die Menschen kommen, werden ausgebildet und ziehen dann weiter, weil das Lohngefüge woanders besser ist. Und da müssen wir rangehen, wir müssen Thüringen attraktiv machen für die Menschen, vor allen Dingen für die Thüringer, die aus Thüringen weggegangen sind, die wir zurückhaben. Ich würde, darf ich ganz kurz einhaken, weil wir auch weiter wollen so ein bisschen. Aber darf ich bei dem Fachkräftethema noch einen Fakt einwerfen, weil der ganz entscheidend ist. Wir haben in Thüringen mittlerweile eine Situation am Arbeitsmarkt, wo wir händeringend Fachkräfte suchen. Tatsächlich ist es so, dass 10 Prozent der Jugendlichen die Schulen haben. Und dann war das wohl eine kacke Idee, den Frauen zu sagen, hey, Karriere ist wichtiger als Kinder oder nicht. Dann war das eine kacke Idee vor 30 Jahren, jetzt haben wir den Salat, müssen wir ausbaden und für die nächsten Generationen verbessern. Und ich hätte da ganz gerne mal erneut ein konkretes Beispiel. Also wo braucht denn Thüringen Fachkräfte? Bei Pizzalieferdiensten oder in der Fabrik, in welcher Fabrik? Also ein bisschen konkreter, weil was der Agitator gestern war, es ja noch angemerkt hat, ist, dass, und übrigens da gibt es auch Dokus von den Öffentlich-Rechtlichen, das ist jetzt keine neue Geschichte, dass wir hier eigentlich keinen Fachkräftemangel haben. Wir haben genug Leute da. Abschluss verlassen, das ist etwas, wo wir einen konkreten Plan haben, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ausländische Fachkräfte helfen uns zum Beispiel im medizinischen Bereich gerade sehr. Oh, das ist eine Lüge, die ich direkt factchecken kann. Ich habe mich gestern auf die Debatte mit den beiden vorbereitet und habe noch ein bisschen geguckt, wie ist denn das so? Mit, ich habe mir da konkret rausgesucht, die Ärzte. Und da habe ich ja gegoogelt, irgendwie Ärzte aus dem Ausland, wie viele arbeiten hier? Habe dann einen Zeit-Online-Artikel gefunden, ich mache den jetzt nicht auf, weil das würde zu viel Zeit kosten. Und habe in diesem Zeit-Online-Artikel, der wurde mir das natürlich verkauft als, guckt mal, dank der Zuwanderung haben wir hier Ärzte. Und zwar unterm Strich 30.000, 40.000, irgendwie sowas in der Art. Und da wurde aufgeführt, Nummer 1 war, glaube ich, sogar Syrien mit 6.200 Ärzten oder sowas. Türkei, ich weiß nicht, was da noch kam. Und dann stand unten im Artikel, wie viele Ärzte wir insgesamt haben. Das sind übrigens 560.000, gerade grobe Zahlen, mit denen ich arbeite. Und dann habe ich mal ins Verhältnis gesetzt, die Ärzte, die wir in Deutschland haben, gemünzt auf die Bevölkerung. Jeder wievielte Mensch in diesem Land hier ist ein Arzt. Ergebnis jeder 150. Dann habe ich die Zahl der Syrer, der syrischen Ärzte ins Verhältnis gesetzt. Jeder wievielte Syrer in diesem Land hier ist ein Arzt, Stürmer. Was kam da raus? Über oder unter 150? Ich sage mal jeder Tausendste. Nee, es ist tatsächlich, war es geringfügig weniger. Es war jeder 160 oder was. Aber das heißt, unterm Strich, unterm Strich haben wir trotzdem weniger Ärzte. Also wäre kein einziger Syrer hier, wäre das Verhältnis Ärzte-Patienten ein wenig besser, als es das jetzt ist, trotz der 6.000, was auch immer da stand, syrischen Ärzte in diesem Land hier. Der vierte Arzt an Kliniken in Thüringen kommt aus dem Ausland, hat einen ausländischen Pass. Irgendwann wird der Höcke vielleicht... Ja, die kommen aber nicht aus dem Irak und nicht aus Syrien und nicht aus dem Maghreb-Staaten. Auch mal in einem Klinikum liegen. Und wenn er dann den Knopf drückt und wenn seine Politik Wirklichkeit wird, dann kommt dann irgendwann niemand, wenn er den Knopf drückt. Und das ist die Realität. Deswegen, Fachkräfte brauchen wir, aber es braucht eine Klarheit darüber, wie wir unterwegs sind. Und die Fachkräfteanwerbung gelingt nur, wenn wir eine Offenheit haben, eine Weltoffenheit, die Thüringen ausmacht. Wissen Sie, wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich... Also jetzt überdenke ich meine Wahlentscheidung. Ich glaube auch, zu viel davon ist unklug eigentlich. Ich glaube nicht, dass er die Leute überzeugt, die tatsächlich zwischen den beiden stehen. Ja, also übrigens, es prallt auch an mir einfach ab. Also ich erinnere mich da an das Gespräch, was wir gesehen haben zwischen Chrupalla und Wolfssohn, wo er es letztendlich mit einer ähnlichen Masche probiert hat. Aber der hat mich halt wirklich aggressiv gemacht. Es war halt so richtig widerwärtig unter der Gürtellinie. Das ist einfach nur dumm. Also das ist einfach nur dumm. Ich glaube, das ist für uns von Vorteil. Ich denke, gesamtgesellschaftlich entfaltet das durchaus eine Wirkung, wenn es halt so ein dauerhaftes Geprassel von allen möglichen Medienoutlets ist. Das ist, wo das mächtig ist. Aber nicht in so einer Debatte. Weil toll, er wurde 50 Millionen Mal ein Faschist genannt. Jetzt nochmal von ihm. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Ich habe gar nichts gegen ausländische Ärzte. Aber ich habe etwas gegen die Problemlage, dass wir in Deutschland eigentlich genug Mediziner ausbilden an deutschen Universitäten auf Steuerzahlerkosten. Und dass diese dann in Deutschland ausgebildeten Mediziner lieber in die Schweiz gehen, lieber nach England gehen, lieber nach Norwegen gehen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Deutschland für wirkliche Fachkräfte so unattraktiv geworden ist, auch für internationale Fachkräfte, dass die einen großen Bogen um Deutschland machen. Die wollen gar nicht nach Deutschland. Die Leute, die ich kenne aus der Schulzeit, die studiert haben, sind ins Ausland. Also ich kenne ein, zwei wenige, aber auch diese Fälle kenne ich ja. ... und Abgabenlast so hoch ist, weil der Bürokratiewahnsinn hier über alle Grenzen aufgewuchert ist, weil dieses Land ein Land ist, in dem man nicht mehr richtig atmen kann, weil die Meinungsfreiheit eingegrenzt ist. Das ist die Situation, ja, Sie brauchen jetzt hier keine Luftblasen zu produzieren, Sie sind ja zuständig beziehungsweise verantwortlich für den miserablen Zustand dieses Landes. Machen wir raus und fragen Sie mal die Leute, ob der Zustand dieses Landes... Wieso wählen die Leute dann mich, Kumpel? Wenn dir alles so tutti ist, wenn dir alles so super ist unter eurem Regiment, wieso wählen die Leute dann mich und wieso sind sie gezwungen, hier überhaupt zu stehen? Höcke vorhin schon mehrfach aufgeworfen hat, der in den vergangenen Wochen auch für bundesweite Diskussionen und teilweise auch für Proteste bundesweit gesorgt hat, nämlich Remigration. Die Frage geht an Sie beide. Was verbinden Sie konkret mit dem Begriff Remigration? Ich glaube, jetzt wird der CDUler kacken. Jetzt wird er wieder die Nazi-Keule rausholen und sie wird halt jede Wirkung verfehlen. Und das ist eigentlich eher schlecht für ihn, weil er sich so auch wieder als den, ja, wachsweicheren Kandidaten, was Migration angeht, positioniert. Ja. Also ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Ich habe mir Herrn Höckes Rede am 12. Dezember 2023 in Gera angeguckt. Da spricht er davon, dass 20 bis... Nazi-Keule incoming. Ist das die Rede, wo er sagt, alles für Sachsen-Anhalt, alles für unsere Heimat, alles für Deutschland? 30 Prozent, auf die Deutschland verzichten kann. Damit meint er übrigens nicht nur Ausländer, nicht nur Asylsuchende, sondern nicht angepasste Deutsche. Das heißt, Deutsche... Herr Vogt. Herr Vogt ist der Erste, der im Abschiebeflieger sitzt. ...einen Pass haben, die sollen Deutschland verlassen. Das ist Remigration. Islam LM Punkt. Okay, wirst du bittere Tränen weinen, wenn wir Islam LM Punkt hier Anreize schaffen, damit er das Land verlässt? Ein Deutscher, der an einer Gruppenverhältigung beteiligt war und vor Gericht einen Dolmetscher braucht, einen Arabisch-Dolmetscher? Ja. So, und jetzt 25 Prozent. Ich übersetze es mal. Das ist so ungefähr ein Viertel unserer Bevölkerung. Das heißt doch nichts anderes. Wie soll es denn ablaufen? Wie weit wird denn dann im Stammbaum zurückgegangen? Wer passt denn dann nicht ins Bild? Heißt es dann eins, zwei, drei, raus? Das ist doch in gewisser Weise die Philosophie der... Oh, wie clever. Was steht hier? Am Ende war er dann bei Höcke und der müsste dann rausfliegen. Auch alles vorher zurechtgelegt. Total clever, ja. Höcke hier vertritt. Und deswegen, das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Ich will, dass Deutsche sich hier sicher fühlen und dass sie nicht unter der AfD zwangsausgewiesen werden können. Ich habe jetzt nicht von der... Also Höcke hat gefordert, dass man deutsche Staatsbürger zwangsausweist. Ich dachte, wir sind viel kackt. Ich dachte, wir machen eh nichts. Jetzt wollen wir alle zwangsausweisen. ...Rotation gesprochen. Herr Höcke, was bedeutet der Begriff Lemiger? Das ist ja ein Redeabgleich und Austausch zwischen uns beiden. Herr Vogt, ich freue mich, dass Sie sich meine Rede angehört haben. Aber anscheinend haben Sie diese Passage nicht verstanden. Und ich will Ihnen das nochmal erklären. Bei den 20 bis 30 Prozent ging es um das, was auf Thüringen und Deutschland zukommt. Nämlich der Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahrzehnten, den wir in dieser Größenordnung leider zu verzeichnen haben werden. Wegen der nicht vorhandenen, wegen der desaströsen Familienpolitik der Altparteien inklusive der CDU. Deswegen sagen wir als AfD Thüringen auch, wir brauchen eine Familienoffensive. Das Kinderkriegen in Thüringen wird unter einer AfD-Regierung nicht mehr am Geld scheitern. Darauf bezogen sind die 20 bis 30 Prozent. Da haben wir ein großes Defizit, da haben wir ein großes Versagen der Altparteien und da müssen wir ran. Und wie gesagt, Remigration ist ein Alltagsbefund. Jeden Tag remigrieren, remigrare, lateinisch zurückwandern, migrieren Menschen zurück in ihre Heimat. Das ist ein normaler Vorgang. Aber mir geht es vor allen Dingen um die hochkassizierten, mir geht es aber vor allen Dingen um die deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland leben, weil sie aus Deutschland geflohen sind. Das ist eine ganz neue Definition, die haben wir von Ihnen bisher noch gar nicht gehört. Das ist eigentlich eine Art Definition. Ja, dann ist das jetzt das erste Mal. Er bringt das jetzt rein in diesem Umframing, aber auch die Definition von Martin, der den Begriff erfunden hat oder auf jeden Fall geprägt hat in seinem Buch, ist auf Freiwilligkeit basierend, was deutsche Staatsbürger angeht. Es geht um Anreize, es geht darum, dass man denen Geld hinterher schickt. Die Definition von mir, 1,5 Millionen Menschen, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, sind in den letzten 30 Jahren ausgewandert, überdurchschnittlich gut qualifiziert. Die müssen wir zurückholen in unser Land, die müssen wir wieder für Deutschland begeistern. Also Sie nehmen Abstand von der Remigration derjenigen, die hier sind? Die müssen wir ganz besonders vorantreiben. Also ich hätte Ihnen mehr Mumm zugetraut, dass Sie... Beziehungsweise das zweite Mal, dass jetzt die Debatte stattfindet zwischen ihm und einem der Moderatoren, ne? Und ich kann mich daran erinnern, dass Herr Vogt sich jemals einem der Moderatoren derartig stellen musste. Und die wird doch unterbrochen. Das wäre geil, wenn nach irgendeinem Redebeitrag von Höcke alle drei gleichzeitig versuchen, was zu sagen. Die zu Ihren Thesen stehen. Ich zitiere jetzt einfach mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben aus Ihrem Buch, damit Sie mir nicht vorwerfen, dass ich Sie falsch zitiere. Lavendelwasser. Brandige Glieder. Kann man nicht mit Lavendelwasser heilen. Oh nein. Fünft sich aus Ihrem Buch. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach sind. Da geht es nicht um den demografischen Faktor. Da geht es um die Deutschen, die Ihnen nicht ins Bild passen. Das haben Sie auch nicht verstanden. Und jetzt sage ich Ihnen was ganz Simples. Es gibt viele Unterschiede. Die christliche Demokratie... Ich hatte gerade schon Angst. Ich dachte gerade schon, jetzt kommt er halt mit dem Remigrationskonzept von Martin Sellner, dass natürlich nicht sich im Fokus bezieht auf Deutsche, die ins Ausland gegangen sind und dann zurückkommen. Sondern eben darauf, dass wir hier teilweise auch deutsche Staatsbürger haben, die kein Wort Deutsch sprechen, sich selber nicht als Deutscher bezeichnen und denen Anreize zu geben, nach Hause zu gehen. Wenn er da käme mit dem, haben Sie doch den Mumm dazu zu stehen, wäre das gar kein so schlechter Punkt. Aber zum Glück greift er hier wieder ins Leere und versucht irgendwas ganz anderes. Von Ihnen als AfD-Mann unterscheiden. Aber das ist der Kernbestandteil. Der Kernbestandteil besteht darin, dass ich jeden Mensch wertschätze. Dass ich ihn nicht auf ein einziges Merkmal reduziere. Sei es seine Hautfarbe, sei es seine Religion. Sondern ich glaube daran, dass jeder etwas kann. Das ist die Würde des Menschen unantastbar. Hier, im Grundgesetz steht das drin. Cringe. Cringe as fuck, Alter. Nee, Mann. Scheiße, Mann. Was hat der für Ratgeber? Weißt du noch, als die Bullen dich festgenommen haben, wenn du damit rumstandst draußen? Das, was Sie wollen, ist diejenigen, die anders sind, die nicht in den Kram passen. Das ist Ihre völkische These. Die wollen Sie alle raushaben. Irgendwann sind es die Brillenträger. Und genau deswegen, Herr Höcke, dieser völkische Müll, der darf mein Heimatland Thüringen nicht führen. Wie er mit diesem patriotischen Bullshit kommt. Es ist unglaublich. Ich kaufe es nicht ab, Herr Vogt. Master Gregor für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Sagt mal, hat Herr Seller die Rede für Vogt geschrieben oder was ist hier los? Es kommt mir so vor, als wäre das eine Verschwörungstheorie wert. Vielen, vielen Dank, Master Gregor. Er ausrechtet quasi. Er kommt immer mit, du bist überhaupt nicht so gekackt wie ich. Und das ist ganz böse. Du magst keine Menschen. Und ich bin ein Patriot. Ich bin besser. Er versucht das noch immer irgendwie rechts zu framen. Schöner, schöner Freeswammer. Also er scheint unbeeindruckt zu sein von dem, was da abgeht. Lieber Herr Vogt, das ist ja schön, dass Sie mir einen Halbsatz aus meinem Buch zitieren. Den hätten Sie aber nicht aufschreiben müssen. Den hätten Sie eigentlich auch aus dem Kopf zitieren müssen. Diese Passage ist ja eingebettet in einen Kontext. Vielleicht lesen Sie sich zumindest die Seite nochmal durch, wenn Sie auch nicht das ganze Buch lesen. Das ich Ihnen aber wirklich zur Lektüre empfehle, weil das sicherlich auch einiges noch in der Hintergrundinformation bietet. Diese Passage mit den Volksteilen, die wir verlieren, bezieht sich ja vor allen Dingen auf diejenigen, die laut schreiend durch Deutschland laufen, Plakate vor sich her tragen, wo drauf steht, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Deutschland, Verrecke, Bomber Harris, do it again. Oder die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Ich glaube, die haben wir schon. Es geht um Menschen mit Pass, mit deutschem Pass. Ich glaube, die haben wir schon. Es geht darum, was ich in diesem Buch, an dieser Passage, in dieser Passage ausgedrückt habe. Lesen Sie es noch. Aber dann machen wir es nochmal ganz deutlich. Das kann man nochmal ganz deutlich so sagen. Das ist ein Buch, das natürlich einen gewissen philosophischen Tiefgang hat, das keinen aktuellen Themenbezug zur Remigration hat. Doch, das geht auch sehr hoch. Das kann aber nicht so hoch. Alter, okay. Ja, aber nicht diese Stelle. Drittemal, dass jetzt die Diskussion zwischen ihm und den Moderatoren stattfindet. Was sagst du, Schlemmo? Aber nicht diese Stelle. Diese Stelle hat keinen Bezug dazu. Diese Stelle spricht nicht von Einwanderung oder Abschiebung oder so. Die sagt, die haben wir schon verloren. Die irgendwie transifizierten, kastrierten Gestalten, die sind verloren. Ja. Ganz konkret nachher. Wir kommen jetzt mal vom Allgemeinen. Wir kommen vom Allgemeinen mal ins Spezielle. Wir haben natürlich ihr Buch auch in Auszügen gelesen. In Auszügen. Und da ist uns aufgefallen. Der hat übrigens hier angemalte Haare, der Herr, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Moderator. Siehst du das? Der leidet offensichtlich an ziemlich übelm Haarausfall. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe damit Erfahrung. Zum Glück bin ich geheilt. Schminkt er sich die Platte da oben? Ich wollte die ganze Zeit fragen, warum sind deine Augenbrauen blau? Wirklich irgendwie eine andere Farbe. Ja. Ja. Hamburg geborene SPD-Politikerin Frau Oesus geschrieben haben. Sie habe in Deutschland nichts verloren, weil sie jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen wolle. Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon sechs Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes, also die haben, jetzt sind Sie ja als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches bin. Das wissen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt, aber bleiben Sie denn dabei? Ich würde den Winkel wählen, nein, nicht, wir werden Sie abschieben. Die Frage ist halt an diese Frau, wenn du sagst, es gibt überhaupt keine deutsche Kultur, was willst du dann hier? Ja. Ösus in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, Frau Ösus in Deutschland nichts verloren hat. Mit wem debattiere ich hier? Mit dem guten CDU-Mann oder mit deinem angemalten Augenbrauen? Wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben, ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen nochmal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. Ich müsste dann im Originaltext nochmal nachdenken. Ich kann Ihnen zeigen, meine Moderationskarte. Nochmal, die Position der AfD ist doch ganz klar. Nein. Es geht doch, es geht doch... Doch, es geht mir jetzt wirklich genau um diese Frage. Alter, der hakt jetzt mehr nach... Darf ich jetzt antworten? Der hakt vor allem mehr nach als der andere Diskutant. Also der macht gerade einen aggressiveren Job als der CDU-Typ. Ja. Ob Sie finden, ob Sie immer noch finden, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat. Das ist eine legitime Frage, auf die ich jetzt gerne eine Antwort hätte. Warum ist es überhaupt hier? Was sucht Sie hier überhaupt? Was sucht Sie hier überhaupt, wenn Sie der Meinung ist, es gibt überhaupt keine deutsche Kultur? Was will Sie dann hier? Vor allem, der nennt die ganze Zeit Özo. Sie ist gerade auch im Leibscherf. Heißt die nicht Öso-Guss? Aber nehmensächlich. Nochmal, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr parat. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Es ist 1 zu 1 korrekt, Seite 188. Wörtlich davon, dass die in Deutschland geborene Politikerin Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat. Das ist ein wörtliches Zitat. Sie können sich sicher sein, dass wir das... In welchem Kontext dieses Zitat steht, ist jetzt nicht klar. Okay, dann halte ich fest, Sie verweigern eine Antwort auf meine Frage. Nein, ich habe nur gesagt, in welchem Kontext dieses Zitat steht, ist für mich jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Das ist die Antwort, die Frau... Ja, ich erinnere daran, also hier ist gerade im Live-Chat zu lesen. It's over, Boyo. Die Öso-Guss hat zwei Islamistenbrüder, ich erinnere mich. Die haben hier, mindestens einer von denen hat, ne, ich glaube sogar beide, haben hier einen islamistischen Shop betrieben, wo du ne, weiß ich nicht, ne Burka erwerben konntest, damit du deine Frau vernünftig verhüllen kannst und so weiter. Also die Aussage, dass die Öso-Guss zwei Islamistenbrüder habe, die ist nicht falsch. Ja, umdrehen und aggressiv werden würde ich sagen. Ich würde halt sagen, nein, nicht wir werden die gute Frau Öso-Guss oder wie Sie sagen Öso-Guss hier abschieben aus Deutschland, sondern meine Frage an Sie ist eben, was sucht sie hier überhaupt, wenn sie der Meinung ist, es gibt überhaupt keine identifizierbare deutsche Kultur? Ja. Frau Öso-Guss. Öso-Guss, ja. Bundestagsvizepräsidentin. Ja, man kann ja nicht alle Politiker kennen in dieser Republik, nicht wahr? Sie haben geschrieben, sie lasse jenseits der Sprache keine... Darf er jetzt mal antworten? Darf er? ...spezifisch deutsche Kultur erkennen? Ich glaube, das ist... Ich habe die Dame jetzt nicht mehr wirklich auf dem Schirm, aber ich glaube, sie hat... Hat nicht sie das gesagt? Sie hat das Wortwürdig gesagt. Sie sagte, Zitat, eine deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlichtweg nicht identifizierbar. Jetzt könnte er ihn hart f***en, ne? Also wenn er das jetzt noch so auf dem Schirm hätte, könnte er jetzt sagen, nein, nein, jetzt verwechseln Sie da was. Ich weiß, Sie kennen meine Buchpassage ja sehr gut, aber nicht habe ich das über Sie gesagt, sondern Sie hat das gesagt, was mich dann zu der Aussage, über die sie sich aufregend gebracht hat. Als wohlgemerkt, die war, wenn ich mich rechnen, sind Integrationsbeauftragte der SPD. Die Integrationsbeauftragte der SPD lässt das Volk wissen, dass es eine deutsche Kultur abseits der Sprache gar nicht gäbe. Ist das dann morgen eigentlich Ihr Faktencheck der Welt? Ich bin gespannt. ... fällig über deutsche Kultur geäußert. Kann das sein? War das vielleicht der Hintergrund? Das liegt in Ihrer Bewertung, wie Sie sich geäußert haben. Herr Höcke, vielleicht drehen wir es andersrum und fragen einfach ganz konkret mit den Remigrationsplänen, nicht die neue Variante, die Sie gerade auch genannt haben, nämlich Deutsche zurückkommen, die ist durchaus spannend, können wir auch noch drüber sprechen, sondern die, für die die AfD bislang bekannt ist und die Sie ja durchaus auch in diesem Buch ein paar Mal erwähnt haben. Es geht ja letztendlich nur darum, dass es hier um ein medial mittlerweile verteufeltes Wort geht. Ja, die AfD möchte abschieben und die CDU möchte das ja angeblich, auch der Herr Vogt möchte das ja angeblich auch. Exakt. Und es geht nicht darum, deutsche Staatsbürger abzuschieben, es geht darum, dass man ihnen Anreize schafft, dass sie aus freien Stücken gehen. Das ist der Punkt. Aber warte kurz, ich glaube übrigens nicht, dass Remigration per se freiwillig erfolgen muss. Also auch ein Ausreisepflichtiger, der remigriert, wenn ich in die Flieger setze nach Hause fliege. Genau, nur in dem Buch von Martin Sellner ist halt die Rede davon bei deutschen Staatsbürgern, dass wir Anreize schaffen. Insofern, das müsst ihr auf dem Schirm haben. Und jetzt wäre spätestens der Zeitpunkt, um zu fragen, mit wem debattiere ich hier. Ich wurde gerade siebenmal unterbrochen von Ihren Kollegen. Jetzt kommen Sie mit dem nächsten Angriff. Also der CDU-Kollege, keine Ahnung, ist er noch im Studio? Hat er noch irgendwas zu sagen? Nicht nur dort. Ganz konkret, jemand, der einen Migrationshintergrund hat, aber mittlerweile seit möglicherweise vielen Jahren einen deutschen Pass, deutsche Staatsangehörigkeit hat, zu Hause aber bosnische Musik und bosnisches Essen genießt. Darf der bleiben oder muss der gehen? Nein, der darf bleiben. Bosnische Musik und bosnisches Essen. Dieser Frame wieder. Er schöpft sich ja nicht darin, der an der Schule den kleinen Jonas zusammenlatzt, zusammen mit seinen bosnischen Freunden, weil der nicht seine Sprachduktus anpassen will an den seiner Freunde und sich so anziehen will wie die. Das ist die Frage. Ich versuche mal, test, test, test. Ich habe uns beide mal mühleiser gemacht, weil ich merke gerade, es ist tatsächlich sehr, sehr leise, das Video von denen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle die Lautstärke auf Maximum drehen, dann sollten wir ungefähr gleich laut sein. Ich habe niemals in Abrede gestellt. Es geht darum, dass die Illegalen im Lande, dass wir die versuchen, möglichst mit Anreizen, mit Sozialstaaten dazu zu bewegen, Deutschland wieder zu verlassen. Stehen Sie doch wenigstens zu dem, was Sie denken. Das ist doch absurd. Sie reden auf AfD-Parteitagen anders als wir. Stopp. Natürlich müssen wir auch Abschiebungen forcieren. Selbstverständlich. Von Leuten mit deutschem Pass. Sie verdrehen mir das Wort im Mund. Das haben wir niemals gesagt. Naja, das haben Sie indirekt gesagt, indem Sie und Ihre Parteikollegen von millionenfacher Remigration sprechen. Und nach unserem Kenntnisstand liegt die Gesamtzahl der Ausländer ohne jeden Aufenthaltstitel gerade bei 500.000. Also wie kommen Sie auf... Ohne jeden Aufenthaltstitel? Und jetzt zu deutschen Staatsbürger. Also der Rest sind deutsche Staatsbürger, oder wie? Naja, eben nicht. Also wir haben 15 Prozent nicht deutschem Land. Das entspricht in etwa 10, 12 Millionen Menschen. Kenntnisstand liegt die Gesamtzahl der Ausländer ohne jeden Aufenthaltstitel gerade bei 500.000. Also wie kommen Sie auf Millionen? Erklären Sie das. Das ist halt Bullshit. Also ich weiß nicht, ob das kommunizierbar ist in so einer Debatte, aber die Aufenthaltstitel sind halt nach einem System vergeben. Das will, dass so viele von denen da bleiben, wie es irgendetwas geht. Insofern, ja, das werden wir ändern. Wir werden ändern, dass so viele einen Aufenthaltstitel haben. Also die millionenfache Remigration ist ein Faktum über die Jahre. Sie müssen ja das Ganze im Jahresverlauf sehen. Das heißt 5, 10, 20 Jahre. Wir haben ja jetzt schon eine Zuwanderung oder eine Abwanderung über mehrere hunderttausend Menschen im Jahr. Wenn Sie das ausfummieren, sind Sie ja schon bei millionenfacher Remigration. Nochmal, kontaminieren Sie doch das Wort der Remigration noch nicht so. Remigration ist ein wissenschaftlicher Begriff. Meines Wissens gibt es auch in einigen Städten sogenannte Remigrationsbeauftragte, die helfen den Menschen, in ihre Heimat zurückzukehren und dort ein neues Leben haben. Ja, da werden Sie dann übrigens einen Faktencheck schustern und sich dann selbst dafür feiern, dass das war Rostock, glaube ich, die auf der offiziellen Webseite nach einer Person gesucht haben, die diesen Posten möglicherweise besetzen könnte. Jetzt hat man den Namen aber geändert. Also da wird jetzt nicht mehr nach einem Remigrationsbeauftragten gesucht, sondern nach einem, keine Ahnung, Abschiebeminister und das werden Sie dann wahrscheinlich auch im Faktencheck runterbeten. Was Höcke da sagt, stimmt gar nicht. Es stimmte halt bis vor drei Wochen. Ja, da hat man in Rostock noch diesen Begriff ganz offiziell benutzt von Seiten der Behörde. Aufzubauen, wo ist das Problem? Und natürlich muss ein Staat, wenn er ein Rechtsstaat ist, auch die Möglichkeit haben, illegal Lebende abzuschieben. Ja, aber das ist ja unstrittig. Aber das ist doch unstrittig. Moment, die CDU macht es doch nicht. Gucken Sie doch bitte in Ihre Bundesländer. Da wird doch in minimalen Umfängen nur abgeschoben, Kollege Fugt. Also ich bitte Sie, wir können das ja gerne mal überprüfen, wo Sie Ihren Ministerpräsidenten haben und wie stark dort abgeschoben wird. Also gucken Sie einfach nur zu Ihrem einzigen Landrat, den Sie haben. Der hat bisher noch nichts hingekriegt. Nach dem, nach dem, nach dem, nach dem Landrat. Also Ihre großen Rotspalen und dieses Rumgeeiere, das finde ich bemerkenswert. Ich hätte wenigstens erwartet, dass Sie heute den Mumm haben, zu Ihren Thesen zu stehen. Aber dass Sie hier anders reden als auf Ihren Parteitagen, das zeigt mir doch nur eines, dass Sie nicht zu der Konsequenz stehen, die Sie eigentlich wollen. Sie wollen Leute, die nicht in Ihren Kram passen, die einen deutschen Pass haben. Und ich habe mir Ihre Passage en detail angehört, 12. Dezember 2023. Da geht es um das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und Sie sagen, ja, diejenigen, die den Pass haben, die müssen sich entscheiden. Und dann gehen Sie halt raus. Und 20 bis 30 Prozent, auf die können wir verzichten. Das ist ein ganz anderes Thema, der Doppelpass. Nein, nein, nein. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben über Remigration von 20 bis 30 Prozent von Deutschen geredet. Er hat da vorhin schon klargestellt, dass es da nicht um das ging, oder? Bin ich jetzt blöde? Es wäre nicht ganz gut, wenn er das jetzt noch mit einem Schwinger zurück dann beenden könnte. Also wenn quasi der CDU-Kack ihm jetzt die Chance dazu gibt, denn davor war mir das zu defensiv bei dem Thema. Das muss jetzt noch irgendwie aggressiv zu Ende gebracht werden. Ihrem Nazi-Schloss da in Schnellroda diskutieren mit Ihrem Spiritus. Vorhin habe ich noch Späße gemacht. Jetzt bin ich tatsächlich überzeugt. AfD-Unweber-Freunde. Das ist einfach die große Gefährlichkeit, dass da eben Sellner und andere ein und ausgehen, die klipp und klar sagen, dass es um Asylsuchende geht, um Leute, die Deutscher sind, aber eben nicht angepasst und die auch gleichzeitig sagen, dass sie Leute, die hier nicht Ihnen in Kram passen, abgeschoben werden sollen. Und da geht es um Deutsche. Und das finde ich im Kern das Verwerfliche. Sie können andere Haltungen haben in Wirtschaftspolitik. Sie können in der Sozialpolitik andere Haltungen haben. Aber stehen Sie doch bitte schön zu dem, was Sie auf Ihren Parteitagen brauchen. Sie riskieren jetzt hier die große Lippe. Ihre Partei ist hauptverantwortlich dafür, dass wir in eine Migrationskrise hineingegangen sind, wie wir sie in diesem Land niemals erlebt haben. Wir haben die Zahlen 2019, 2020 so weit runtergebracht. Das EU-Türkei-Abkommen war genau der entscheidende Punkt. Und seitdem kamen weitere Hunderttausende jedes einzelne Jahr, abgesehen von 2020, als Corona eine große Sache war. Es ist unglaublich. Aber guckt da jemand zu, der so dumm ist und nicht checkt, dass Herr Vogt gerade versucht, dem Zuschauer in Zion zu scheißen? Mehr die Leute gekommen sind. Ich sage Ihnen eins, Herr Vogt. Die Zahlen für Asylsuchen haben sich in den letzten drei Jahren verdreifacht. Das können Sie doch nicht nachdenken. Er muss dominanter werden. Das ist jetzt alles eine Unterbrechung von ihm. Er lässt sich die gefallen. Er muss dominanter werden. Und er muss aggressiver, bissiger da reingehen. Ja. Schauen. Bitte bleiben Sie doch bei den Fakten. Was war 2015? Was war 2016? Was war 2017? Gucken Sie sich bitte die Zahlen an. Die lagen damals noch höher als jetzt unter einer CDU-Kanzlerin. Sie haben den Schaden angerichtet. Sie lösen Deutschland mit dieser Migrationspolitik auf wie ein Stück Seife. Wir räumen auf. Und Sie reden nur. Sie räumen auf. Sie verursachen Schaden und bieten sich danach... Machen wir auch hier einen Schnitt, um in der Zeit zu bleiben und machen gerne mit dem nächsten Thema weiter. Wir diskutieren heute nicht an irgendeinem Tag. Es ist der 11. April. Oh, die Befreiung von Buchenwald. Ich glaube, es ist die nächste Nazi-Keule. ...der Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager von Buchenwald und Mittelbau Dora. Deswegen die Frage an Sie beide. Welche Bedeutung hat dieser Gedenktag für Sie persönlich, Herr Vogt? Mein Heimatort Zimritz ist ein kleines Dorf in Thüringen. Es ist ungefähr 30 Kilometer Luftlinie von Buchenwald. In der Ferne kann man den Glockenturm von... Also Papa hat mich gemacht, oder wie? Das wäre jetzt etwas ansozial. Da merken wir uns wieder. Er hat sich darüber meiner Meinung nach vorher Gedanken gemacht. Und er kann das offensichtlich nicht schnell genug abrufen, als dass das hier wie eine flüssige Rede rüberkommt. Ja, ja, absolut. Absolut. Das ist einstudiert. Übrigens, ich würde eine kleinere Summe darauf wetten, dass der Typ wusste, was für Fragen kommen. Ja, ja, eine kleine würde ich auch setzen. Ja. Von Buchenwald sehen. Ich bin dort als Kind mit dem Schulbus jeden Tag vorbeigefahren. Ich meine, auch wenn es bei dem Thema nicht passt, genau deswegen ist es sehr gut, ihn zu unterbrechen, wenn man merkt, dass er in diese vorgefertigten Dinger geht. Denn dann kommt er durcheinander. Und dann wirkt das noch unorganischer. Ich habe übrigens ein Indiz dafür, dass er sich davor schon Gedanken... ...über gemacht hat. Die 30 Kilometer, die wundern mich so ein bisschen. Also, von welchem Ort weiß ich, dass der 20 Kilometer von meiner Heimat entfernt liegt oder so? Ich kann den nicht ein einzigen nennen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich war schon ein paar Mal in Brandenburg. Ich war ein paar Mal in Polen. Ich kann dir bei nichts eine Kilometerangabe dieser Art machen. Also, ich nehme an, da hat sich jemand vorher Gedanken gemacht. Eine kleine Wette würde ich auch eingehen. Jeden Tag. Ich bin jetzt am Sonntag auch bei der Gedenkfeier wieder anwesend. Bei einer Gedenkfeier, wo Herr Höcke nicht eingeladen ist und quasi Hausverbot hat. Holen sich eigentlich die Leute ernsthaft immer noch so sehr einen darauf runter? Also, sitzen da jetzt Massen vorm Fernseher und sind ganz angerührt? Also, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute können diese Scheiße auch langsam einfach nicht mehr hören. Ja, und dass Höcke da jetzt Hausverbot hat, das ist kein gutes Argument. Es sei denn, er hat da Hausverbot, weil er dort Randalit hat oder so. Wenn er das hätte, dann hätte ich das aber hier vernommen. Also, offensichtlich hat da Herr Höcke aus politischen Gründen Hausverbot. Jemand, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, der darf nicht Thüringer Ministerpräsident werden. Und deswegen ist auch der Richtige. Ja, alles da. Nach mal doch einfach die Verantwortlichen vom KZ Buchenwald zu den Alleinherstellungen bei Deutschland. Und zukünftig den Minister in Thüringen. Ja, und die Managerin vom nächsten KZ, die macht das dann für den nächsten, für das nächste Bundesland und so weiter. Was ist das für ein... Es ist halt nur aufgeladen mit quasi religiöser Bedeutung. Das sind die Leute, die entscheiden können über die große Schuld. Und da ist mir scheißegal, was die sagen. Es ist mir vollkommen rotzscheißegal, was deren Meinung zur Politik ist. Ihr Tag heute darüber zu diskutieren. Herr Höcke, auch an Sie die Frage, welche Bedeutung... Ich zum Buchenwald entscheide darüber, wer in Thüringen Ministerpräsident. Boom, Alter. Perfekt. Absolut perfekt. Punktlandung. Dankeschön. Würth, Sie haben ein Demokratieverständnis. Kollege Vogt, das entscheidet immer noch der Thüringer Souverän. Warten wir mal ab, was der erste Neunte bringt. Dann kommen wir zurück bitte auf die Frage, die ich beide... Wirkt ja fast so, Ihre nachdenkliche Antwort... Wirkt ja fast so, als hätten Sie die Frage im Vorfeld... Das entscheidende... Gut, passen wir auf. Ganz kurz die Frage, die ich Ihnen beide gesteite. Was bedeutet dieser... Nochmal, nochmal, diese 30 Kilometer, die machen mich doch sehr, sehr stutzig. Gedenktag heute für Sie persönlich, das ist meine Frage. Genau. Das ist ein wichtiger Erinnerungstag. Und ich persönlich würde gerne, auch mit meinen Kollegen aus der Landtagsfraktion, diesen Gedenktag auch im ehemaligen KZ Buchenwald begehen. Nur, wir haben seit Jahren Hausverbot. Eine demokratisch gewählte Partei, die mit 23,4 Prozent 2019 im Thüringer Landtag gewählt worden ist, wird systematisch vor der Tür gelassen, wird systematisch ausgeschlossen. Und das ist ein unerträglicher Zustand. Und ich denke auch nicht, dass das... Vielleicht, Herr Höcke, da möchte ich einmal dazwischen... Ich glaube, es ist das fünfte oder sechste Mal, dass jetzt der Moderator anfängt, mit ihm zu streiten. Das hat ja Gründe, warum Sie da nicht eingeladen sind. Sie haben ja unter anderem... Ich bin gespannt. ...von dem Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande gesprochen und eine... Also in anderen Worten, der Herr Augstein, der hat da ebenfalls Hausverbot, ja. Und das ist ein Denkmal des Triumphes des deutschen Volkes. Ja, oder das. Also entweder hat der Herr Augstein da auch Hausverbot. Nee, beides zusammen, beides gleichzeitig. Was für ein Denkmal ist es denn? Das ist der Denkmal des Triumphes. Und der Herr Augstein, der, ich meine, diesen Begriff geprägt hat. Wenn nicht, dann geht das noch weiter zurück. Die haben da auch, also Herr Augstein, ehemaliger, ich glaube, Herausgeber des Spiegels, ich will es nicht beschwören, auf jeden Fall ein hohes Tier beim Spiegel. Ja, der hat damals einen Artikel schrieben. Ich meine sogar, der Artikel hatte die Überschrift, Denkmal der Schande. Wolltest du noch was sagen? Nee. Erinnerungspolitische 180-Grad-Wende gefordert. Halten Sie denn die Gedenkstätte in Buchenwald auch für ein Denkmal der Schande? Hier würde ich wieder die Taktik anwenden, auf das Erste fokussieren, auf die Augstein-Sache gehen, das andere links liegen lassen. Die Leute vergessen das. Die Leute interessieren sich nur für das, was in den Fokus gerückt wird. Ja. Rudolf Augstein hat ja denselben Ausdruck verwendet. Und ich frage Sie nochmal, weil ich so oft missverstanden worden bin, obwohl ich das jetzt in den letzten sieben Jahren, und die Rede, die Sie jetzt zitieren, ist glaube ich schon sieben Jahre her, das war 2017, wenn ich mich recht erinnere. Genau so, 17. Januar. Genau. So. Weil ich so oft schon missverstanden worden bin, obwohl ich das schon so oft verstanden habe. Ja. Auch Journalisten gegenüber. Der Holocaust war eine Schande. Das stellt niemand in Abrede. Das war ein Zivilisationsbruch. Das stellt niemand in Abrede. Ja. Und die 180-Grad-Wende der Gedenkpolitik, die kann ich Ihnen auch erklären. Es ging mir darum, deutlich zu machen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Deutschland auf einem entgegengesetzten Weg unterwegs ist als die anderen Länder dieser Welt. Ich halte es für bedeutsam, wenn wir als Deutsche eine Zukunft haben wollen, wenn wir uns eine Zukunft erhalten wollen, dass wir eine positive Identität aufbauen. Mit einer negativen Identität kann man die Zukunft nicht gewinnen. Davon bin ich überzeugt und davon ist auch meine Partei überzeugt. Das heißt, wir wollen grundsätzlich die Lichtseiten der deutschen Geschichte in den Mittelpunkt der Erinnerungspolitik rücken. Das heißt aber nicht, dass wir die Schattenseiten, die Schrecken der Nazizeit beispielsweise, hinten runterfallen lassen wollen. Wir müssen auch das in Erinnerung behalten. Wir müssen auch weiterhin daran beständig lernen. Aber nochmal, das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Ohne einen natürlichen, vitalen Patriotismus, der auf einer gesunden Identität fußt, werden wir als Deutsche keine Zukunft haben. Aber warum schließt denn ein lebendiger Patriotismus eine gesunde Gedenkkultur aus? Ich verstehe den Gegensatz nicht. Ich habe doch gar nicht... Diesen Gegensatz hat er nicht aufgemacht. Diesen Gegensatz siehst du in der heutigen Gesellschaft. Das ist ja, was ihr so bezeichnet. Die heutige Gesellschaft hat einen Fetisch für diese Schuld entwickelt. Auf jeden Fall von oben her, auf jeden Fall von den Medien her. Weswegen er da gerade seine pathetische Ansprache halten konnte darüber, dass das KZ Buchenwald beziehungsweise die heutigen Verantwortlichen da darüber entscheiden sollten, wer der Ministerpräsident wird. Ich habe gerade von einer gesunden Gedenkkultur gesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, dass andere Länder eine andere Gedenkkultur haben. Andere Länder haben auch nicht sechs Millionen Juden ermordet. Ja, gut. Wir müssen jetzt nicht in historische Diskussion. Wir sind hier als Politiker. Wir haben vorher gesprochen, dass wir über Erinnerungspolitik sprechen. Das war vereinbart. Du willst das als großes Schuldjoch der deutschen Bevölkerung haben. Du willst das so haben. Aha, okay. Eine vitale Erinnerungskultur, eine vitale Gedenkkultur, die fußt in erster Linie darauf, dass man sich der großen Wohltäter, dass man sich der genialen Menschen des eigenen Volkes, die die Menschheit auch im Ganzen vorangebracht haben, erinnert. Das muss im Zentrum der Erinnerung stehen. Das heißt aber nicht, dass das Schlechte, dass das Schlimme, dass das Schreckliche, das wir zu beklagen haben, hinten runterfallen soll. Das muss auch erinnert werden. Aber das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich denke, anders geht es auch nicht, wenn wir... Das ist eine absolut akzeptable Antwort, selbst für den größten Volleyout, der da zuschaut. Eine gesunde Identität ausprägen wollen. Man hat so das Gefühl, die Deutschen sind mit sich selbst uneins. Sie sind im Unrein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Deutschen sich wieder mit sich selbst befreunden müssen. Wir müssen uns wieder mit uns selbst befreunden. Wir brauchen wieder dieses positive Gefühl zu uns selbst. Und da brauchen wir eben eine Veränderung. Herr Vogt, was entdecken Sie in den Worten von Herrn Höcke? Ich bin Thüringer. Das ist meine Heimat. Junge, ey. Du verf***ter Schauspieler. Wer soll das abkaufen? Das fünfte Mal wird es eigentlich immer nur noch unauthentischer. Ja. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Bei uns hat Bach die Fuge entwickelt. Das sind alles Dinge, die uns groß gemacht haben. Goethe und Schiller. Die deutsche Sprache ist auf der Wartburg durch die Bibelübersetzung von Luther geschehen. Das ist unsere geschichtliche Identität. Da können wir stolz drauf sein. Ja, aber das ist ja nicht das, womit wir uns hier tagtäglich beschäftigen. Das ist ja nicht das, an was wir denken, wenn wir uns ein Mahnmal in das Zentrum unserer Hauptstadt denken. Das ist übrigens gerade da im Hintergrund zu sehen. Warst du mal da schon mal? Mhm. Das ist ein wirklich großes Ding. Und ich finde das übrigens auch cool. Das Mahnmal an sich finde ich sehr, sehr cool. Das ist auch ein Touristenmagnet. Man kann da halt durchlaufen und weiß ich nicht. Es ist was Ausgefallenes. Ich habe davon gehört, als größtem Freiluftklo der Welt. Also, dass da alle möglichen Leute hinpissen. Möglich, als ich die letzten Male da war, war das noch nicht der Fall. Aber das ist gut möglich. Dann lädt das auch dazu ein, falsch benutzt zu werden. Aber der Punkt ist letztendlich der, dem, was er da gerade angeführt hat, gedenken wir nicht im Zentrum unserer Hauptstadt. Und das Ding hier steht im Zentrum unserer Hauptstadt. Ja, ihr wollt dieses geschichtliche Ereignis einfach als Totschlagargument haben, einfach als Keule haben oder Peitsche, mit der ihr die Leute da hintreiben wollt, wo ihr sie haben wollt. Oder hintreiben könnt, wo ihr sie haben wollt. Es gibt einen Grund, aus dem du nicht angeführt hast, dass die Leute vom Goethe-Museum nicht wollen, dass Höcke der Ministerpräsident wird. Stolz können wir im Sommer darauf sein, dass hoffentlich die deutsche Nationalmannschaft den Titel nach Hause holt. Alter. Verstehst du, ich bin ja großer Fußballfan. Ja, das hat mich jetzt überzeugt. Ich hoffe, er hat so einen zerreißbaren Anzug und darunter ist das pinke Ticot. Das ist ein Patriotismus, den ich mag. Ich liebe mein Land, aber ich hasse keine anderen. Okay, das ist der Patriotismus, den du magst. Alles klar. Ich bin gespannt, ob Höcke kontern wird, ob Höcke die Kampagne mitbekommen hat zu diesem Trikot. Was ist typisch deutsch? Döner ist typisch deutsch. Mehr als eine Mannschaft ein Turnier haben ist typisch deutsch. Leute einen Typik Allmann nennen ist typisch deutsch. Oder Allmann. Ja. Ich finde, wenn sie nicht im Buchenwald eingeladen sind, dann hat das eben auch Gründe. Und ich habe mir das Zitat nochmal rausgesucht. Und der Grund ist der, dass diese gesamte Erinnerungskultur dazu einlädt, als politische Waffe missbraucht zu werden. Und genau das passiert da. Dieser Mann wird nicht eingeladen, weil man damit schöne PR machen kann, die dann wiederum von einem Herrn Vogt aufgegriffen wird und als Waffe eingesetzt wird gegen den Höcke. Nochmal, nach meinem Erkenntnisstand, hat der Höcke da nicht Hausverbot, weil er dort randaliert hat oder sowas. Sondern weil er halt höf ist. Genau. Und progressive dieses Organ unter Kontrolle haben. ...gesucht. Sie haben im Wall Street Journal im März 2017 einen ziemlich bemerkenswerten Satz gesagt. Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. So, und das sind Ihre Worte. So, und da wundern Sie sich, dass Sie an einem Ort, wo 56.000 Leute ermordet worden sind, keinen Zutritt haben? Das zeigt mir doch, dass Sie ein sehr verschrobenes Bild haben. Weil wir Deutschen, wir haben einen modernen Patriotismus, wir haben ein konservatives Bild von unserem Land, aber wir haben eine hoffnungsfrohe Idee davon, jeder, der darin mitwirken will, dieses Bild zu zeichnen, der ist uns herzlich willkommen. Aber dieses Angst- und Giftverstreuen, das ärgert die Menschen. Und ich glaube, gerade in Thüringen... Nein, das ärgert die Menschen so sehr, dass aber bin ich blöd, oder führt die AfD aktuell in Thüringen? Ja. Ja, das ärgert die Menschen so sehr, dass die AfD dort stärkste Kraft wird bei der nächsten Wahl. Ich meine, Herr Kürb, bei dem Hitler-Zitat geht es darum, dass er quasi eine Art religiöse Gestalt geworden ist. Das absolut Böse, eine Art Dämon. Aus diesem Grund wurde, du hast gerade die Nationalmannschaft angesprochen, das Trikot mit der Nummer 44, verboten, weil das so ein bisschen aussieht wie irgendein Symbol aus der Zeit, wie das SS-Symbol. Aus dem Grund wurde die Deutsche Bahn angegangen dafür, dass sie einen 33-Prozent-Rabatt gemacht hat, zu einem Punkt, an dem sie sich entschuldigen musste. Wir sind religiös, was das angeht. Das ist quasi Satan. für die, die das zum ersten Mal hören, 33 Prozent deswegen, weil das an 1933 ändern könnte. Exakt. Und die Deutsche Bahn Farben rot und weiß sind und schwarz halt für die Schrift. Ja. Also, die Farbgebung war ähnlich die, oder war genau die, von einer Hakenkreuzbinde, ja, und da stand dann halt 33 Prozent drin. Ja. Bei so einem Quatsch entschuldigt man sich anschließend öffentlich. Ja. Das ist der Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Kaspar-Cast war, war das, oder in der Honigwabe, ähm, das halt auch, äh, das einzig Böse, an dem sich alles messen muss, ist halt auch Hitler und die Nazis. Ja, das heißt, bei allen möglichen Problemen ist so, naja, muss man mal gucken und so, äh, zwei Komma irgendwas, Gruppenvergewaltigungen am Tag, Gruppenvergewaltigungen am Tag in diesem Land. Ist schon doof und so, ja, aber, da wurde irgendwo ein Hakenkreuz hingesprüht. Das ist dann die eigentliche Katastrophe. Exakt, du kannst dich darauf wieder beziehen, damit die Leute beschmutzen, die irgendwas an diesen Zuständen ändern wollen und die Leute beruhigen, ne, den Leuten einquatschen, ihr dürft da gar nichts gegen machen, denn denkt an die damalige dämonische Zeit und diese religiöse Aufladung der Hitlerzeit und von Hitler selber als Figur, die ist halt scheiße. Ja, fragt euch selber, was bei uns medial eine größere Aufmerksamkeit erhalten würde, ein Mord von einem Migranten, begangen einem Deutschen, der zu Protokoll gibt, ich hatte einfach nur Bock, mal jemanden abzuschlachten, versus ein Mord von einem Deutschen an einem Migranten, der dabei sagt, du scheiß Ausländer. Ja, du hättest das, das 50-fach höhere Medienecho bei zweiterem. In Thüringen ist das lebhaft, wenn sie am Wochenende eine Bratwurst essen, ein Bier trinken und da auch das Rennsteiglied singen. Das ist das, was die Leute wollen. Aber die wollen nicht ihre verquasten geschichtsphilosophischen Ausführungen. Darum führt die AfD in Thüringen. Deutscher Patriotismus ist Bratwurst essen, Bier trinken und Lied singen. Und dieses eine Lied singen. Die am Ende offensichtlich ins Nirgendwo führen. Herr Höcke, Sie haben vorhin... Nein, nein, der muss auch antworten können. Oh ja, oh ja. Kollege Vogt, ich finde es unterirdisch, wenn Sie mir unterstellen, ich wäre ein Mensch, der hasst. Der Hass als Gefühl ist mir völlig unbekannt. Ich war 15 Jahre Lehrer. Ich war viele Jahre Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer werden Sie nur, wenn Sie ein großes Herz haben, wenn Sie eine große Empathiefähigkeit haben. Ich habe vier Kinder mit Liebe erzogen. Es sind prächtige Menschen geworden. Hass liegt mir völlig fair. Dann ist es unfassbar, was Sie glauben, was ich bin. Es ist unfassbar. Empathiefähigkeit ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben ja vorhin das Holocaust... Ja, hätte das Hitler aufgreifen müssen. Denke ich auch. Also das war bisher der möglicherweise... Nee, nicht der einzige. Er hat so ein bisschen von etwas aggressiver sein müssen, als er da in eine Debatte geraten ist mit den beiden Moderatoren. Das war der bisher schwachste Moment, weil der war halt so... Ja, naja, das kann halt jeder sagen. Weißt du? Da hätte er sich an was Konkreten aufgeilen müssen. Vor allem, es passte eigentlich so gut mit der 44, aber ich habe keine Ahnung, ob er das auf dem Schirm hat. Weil das ist halt ein perfektes Beispiel für die metaphysische Aufladung von Hitler und Nazi-Deutschland. Ja. Du hast als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ist das jetzt eigentlich der Hauptfokus von dieser Debatte? Das geht doch seit 25 Minuten so, dass die Fragen alle sind, oh Höcke, wieso hast du das gesagt? Ja, ich bin gespannt, was er jetzt erzählen wird. Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern Deutschland Verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber, Harris, do it again und die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland... Die, die wohlgemerkt allesamt medial großteils irrelevant sind. Ist egal. Also hinter so einem Banner kannst du herlaufen als Claudia Roth ist schlichtweg egal. Also findet man da einen Artikel vom Fokus oder vom Stern oder was oder von der Welt, der das kritisiert, der Artikel. Findest du nicht? Du bist ein gefeierter Journalist in Deutschland, Dennis Jütschel, wenn du sagst, Volkssterben von seiner schönsten Sorte ist das, was in den Deutschen passiert. Ja, du kannst als, wer war es? Ich glaube, die Linke war es, Solid, die linke Jugend, die damals eine Kampagne gestartet hat, ja, ich bin linksextrem. Und dann die T-Shirts bedruckt. Ich glaube, es waren die Grünen. Ich glaube, es war die grüne Jugend. Ist ja noch geiler. Ja, interessiert keine Sau. Nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war, glaube ich, 2021 in Sachsen-Anhalt bei den Parteien. Bitte erwähne, wer dich angezeigt hat. Drei Freunden. Und das Wahlkampf... Bitte, wenn nicht großes Versäumnis. Sie haben es deutlich in anderer Form auch noch mal. Und das Wahlkampfmotto lautete alles für unsere Heimat. In einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump frei interpretierend und ins Deutsche übertragen, durchdekliniert. Alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto. Alles für Sachsen-Anhalt. Alles für DÖ. Und ich sage jetzt alles für DÖ, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. so stark. Aber das ist Geld, die das Recht in Deutschland eingeschränkt. Wollen Sie damit sagen? Jeder Bürger draußen weiß, dass... Das ist, glaube ich, die achte Diskussion mit den Moderatoren. Jetzt sind wir fast bei dem Zustand, dass alle drei durcheinander sprechen und auf ihn antworten wollen. Es fehlt nur noch der CDU-Lang. Die Moderatoren unterbrechen sich schon gegenseitig. Fenris Wolf für 1000 Bits. Ich muss das kurz machen. Vielen, vielen, vielen Dank. Höcke hat klar gepunktet. Er ist nicht mit Politikphrasen aufgetreten und ich habe extra Kartoffeln mit Quark gegessen. Hübsen, bis sie verrutscht, zum Event des Tages. Fenris Wolf, ich danke dir vielmals. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja, aber Sie wussten... Ludwig der Zweite von Bayern... Nein, ich wusste es nicht. Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig der Zweite Ich habe das mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, also wie sehr muss man das eigentlich wissen? Wie sehr ist das offensichtlich? Ich habe noch zwei Beispiele im Kopf schon, wo du musst mir sagen, welches davon ist verboten, welches ist nicht verboten. Beispiel eins, Rotfront verrecke. Beispiel zwei, frei, sozial und national. Ich würde raten, das Zweite ist verboten, weil es überraschender wäre und ich habe schon mal irgendwas davon gehört, aber kann es nicht zuordnen. Das ist tatsächlich das Erste. Also Rotfront verrecke, diesen Ausspruch habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Der ist verboten, weil auch das eine SS oder SA oder irgendwas Losung ist. Ja, sorry, woher soll ich das wissen? Als ob das zum Job eines Geschichtslehrers gehören würde, durchzugehen, welche Parolen in welcher Form verboten sind. Ich möchte auch daran erinnern, das hat Krati aufgedeckt, dass eine weitere Nazi-Parole damals lautete, du bist Deutschland. Mhm, mhm. Eine offizielle Nazi-Parole. Das wäre auch ein schöner Punkt. Da gibt es einen Spiegelartikel zu, der das Ganze aufgreift. Und wir hatten hier halt in, wann waren das, Nullerjahre? Ja, 2004, 2005, irgendwie so. Ja, da hatten wir eine Kampagne, ich weiß gar nicht, gestartet von der Bundesregierung, ich weiß nicht ganz genau, ja, du bist Deutschland, die große Kampagne, die auch mit, mit Diversität und alle gehören dazu und so weiter und so weiter. Da war es völlig in Ordnung, eine Nazi-Parole, die übrigens glaube ich nicht verbot ist, aber trotzdem eine Nazi-Parole, zu nehmen und damit eine Kampagne zu starten. Und das war völlig in Ordnung. Aber alles für B zu sagen, ist da nicht in Ordnung. Im selben Zeitraum hat übrigens der Spiegel auch einen Artikel herausgebracht mit dieser Überschrift. Stimmt, richtig. Die sind später übrigens abgenannt haben, ne? Also wenn ihr googelt, findet ihr noch einen Artikel vom, ich glaube, Anti-Spiegel, da ist ein Screenshot von diesem Artikel, wie er damals erschienen ist beim Spiegel. Also damals heißt übrigens Ende letzten Jahres oder Anfang diesen, ich glaube Ende letzten Jahres war das, im September, wenn ich mich nicht irre. Und der Spiegelartikel druckt die Überschrift Alles für Deutschland und Inhalt ist nicht etwa Höck und seine Rede, sondern Inhalt ist, ich meine Olaf Scholz und wie er alles für Deutschland gibt und das hier zu einem besseren Land machen will. Und dann hat man diese Überschrift nachträglich geändert. Ludwig II. von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein Vater Allerweltssatz ist dann Allerweltssatz. Es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. Herr Höckert, ist das die zentrale Losung der SA? Die Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext. Man diskutiert nicht, Alter, ihr habt verloren. Wenn der euch fünf Beispiele nennen kann von Leuten, die ihr wahrscheinlich selbst für unverfänglich haltet, die diese Losung ebenfalls benutzt haben, dann ist das Ding an der Stelle verloren. Und irgendwo muss untergebracht werden, mit wem debattiere ich hier. Jetzt unterbricht sie ihren Kollegen wieder. Ja. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. Es ist ein Allerweltspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltspruch ist. Ich hatte nachdem angekündigt worden ist, dass mir dafür tatsächlich der Prozess gemacht wurde, habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt von Menschen, die wahrscheinlich noch gebildeter und noch klüger sind und intelligenter als ich. Die haben mir reihenweise gesagt, Höcke, Björn, das wusste ich tatsächlich nicht, dass diese Losung, diese Allerweltsfloskel, alles für DÖ verboten ist. Und nochmal, dieser ganze... Da müsste man eine repräsentative Umfrage unter Geschichtslehrern machen. Wenn man das irgendwie nicht politisch eingeführt hat. Ja, das hätte man halt vor fünf Jahren machen müssen. Wussten Sie bis zu Datum X. Ja, Sie werden lügen. Also auch Geschichtshistoriker oder so, die werden wahrscheinlich, allein schon, weil sie durch den akademischen Betrieb mussten, um zu werden, wer sie sind, links angehaucht sein. Von daher wirst du bei der Ampott letztendlich verarscht. Ich hoffe, er weist noch darauf hin, dass derjenige, der die Anzeige erstattet hat, Sebastian Striegel von den Grünen ist, der nach wie vor bei den Grünen ist und da übrigens auch ein Amt bekleidet. Das ist nicht irgendein Parteimitglied, der bekleidet irgendein Amt, dieser Mann. Der hat Anzeige erstattet, ist übrigens verurteilt wegen Fahrerflucht bei einer Geschichte, wo er zu Protokoll gegeben hat am Ende, dass er das wohl nicht mitbekommen hätte. Das ist grotesk, wenn ihr euch mal abläuft, durchlest, wie dieser Unfall abgelaufen sei. So, das kann er nicht, nicht mitbekommen haben. Und der Mann hat auf Twitter 2016, glaube ich, oder 2015, ich könnte es jetzt einblenden, ich will nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wir haben es schon tausendmal gezeigt, getweetet, ich zitiere, Zuwanderung bis zum Volkstod. Zitat Ende. Das ist der Mann, der Herr Höcke dafür angezeigt hat. Das wäre so ein guter Punsch. Ja. Ich habe mehrfach gesagt, Herr Höcke, und es ist laut Strafrecht einfach verboten. Es ist verboten. Es ist Paragraf 6 und 8. Dann wird er ja zu 100.000% schuldig gesprochen. Ich bin gespannt. Es ist verboten, es ist verboten. Als wäre es, wenn es irgendwas bedeuten würde, nach Corona. Nein, nachdem ihr drauf gesch***en habt, was verboten ist, im Sinne von Migration hier. Also, wen interessiert das noch, was in irgendeinem Scheiß-Schmücker steht? Also, ohne Scheiß, wer kann das noch in diesem Pathos vertreten? Es ist verboten. Ja. Es ist so verboten? Okay, wenn es verboten ist, dann, wie ist denn der aktuelle Stand der Verhandlung gegen den Spiegel? Ja, gegen die Telekom. die die Überschrift genutzt haben. A des Strafgesetzbuches. Und Sie haben es einmal verwendet und dann in einer... Jetzt übernimmt er wieder. Er kann nicht mal antworten auf Sie. Er kriegt nicht mal eine Redepause von den beiden, damit er darauf antworten kann. Nein, er übernimmt wieder. Das heißt, es ist de facto an diesem Punkt eine Debatte. Zwei Moderatoren gegen Höcke und der CDUler. Dreht Däumchen. Ja, ich lese übrigens gerade im Live-Chat. Ich erinnere mich, ich habe heute den entsprechenden Artikel oder mehrere Artikel von, ich glaube, Horizont verlinkt gesehen. Vogt wollte Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte erhöhen. All klar. Wir können das einspielen, wenn wir wollen. Das ist doch ganz schade. Wir können das einspielen, Sturm, er hat ihm gerade damit gedroht, es einzuspielen. Mhm. Die haben doch gehört im exakten Wortlaut, was er gesagt haben soll. Wenn es was zu bemängeln gibt, dann wirklich das mit dem Grünen, der die Anzeige gemacht hat und sowas gegen den Vogt, also mit so einer Scheiße muss man denen da halt kommen. Man muss versuchen, wie gesagt, die unmöglich zu machen. Das muss die Zielsetzung sein. Ja. Sollen wir es einspielen? Sie brauchen es nicht einspielen, weil der Sachverhalt ja unterkomplex ist. Ich habe es in einer Wahlkampfrede, in diesem Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutsch, so ausgesprochen, weil ich es nicht wusste. Und dann habe ich in einer Rede in Gera diese Absurdität, dass man über Deutschland alles Mögliche, Böse und Schäbige und Ehrverletzte sagen kann. Aber wenn man als Patriot in der Bedrängtenlage, in der dieses Land ist, fordert, alles für dieses Land zu geben, analog, zog Amerika first, dass man dann dafür vorgerichtet, dann habe ich noch mal diese Losung, der Abschluss, diese Abschlusskundgebung durchdekliniert, ohne Deutschland zu sagen und einige aus dem Publikum sagten dann das Wort Deutschland. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Losung... Aber Sie stellen sich doch über das Gesetz damit. Sie stellen sich doch über das Gesetz damit. Oder versuchen es damit. Sie stellen sich über das Gesetz, alter Schwede. Hat er sich selbst begnadigt? Oder ist er jetzt Jury, Richter und Henker zugleich? Er hat gesagt, nee, unschuldig oder was? Also... Sie stellen sich über das Gesetz. Alter, ey. Ist absolut unglaublich. Absolut unglaublich. Ich glaube auch nicht, dass das klug ist. Ich glaube nicht, dass das verfängt beim Zuschauer. Denke ich auch nicht. Das Recht sich zu erklären. Gerade wenn man angeklagt wird, gucken Sie bitte in die entsprechenden Gesetze. Man hat das Recht sich doch auch... Selbstverständlich. Es kann auch nicht sein, dass wenn ich wegen irgendetwas angeklagt werde, ich mich nicht in der Öffentlichkeit erklären kann. Und so dadurch schon reduziert bin in meiner Wirkmöglichkeit als Oppositionspolitiker. Und nochmal, das möchte ich an der Stelle aussagen. Das Strafrecht, das wir im Augenblick haben, wird immer mehr zur Einschränkung der Meinungsfreiheit benutzt. Die Opposition wird allmählich unmöglich gemacht und eine starke Opposition ist der wirksamste Schutz für eine Demokratie. Empfinden Sie sich, Herr Vogt, in der Opposition durch das Recht und Gesetz, wie wir es hier haben, in irgendeiner Form eingeschränkt? Als Opposition. Alter, da macht es übrigens gerade wieder. Also sie greift da gerade übrigens erneut in die Debatte ein. Das merkt man vielleicht so gut, weil sie das Wort an Vogt übergibt, aber das ist genau, was sie macht. Sie bittet ihn jetzt darum, nochmal zu sagen, nö, also ich als Oppositionspolitiker sehe mich hier nicht drangsaliert. Sehen Sie das auch so, dass Höcke ein dummes Dreck ist und dass sie sowas niemals sagen würden? Wir leben in einem Rechtsstaat. Viele Menschen haben den Eindruck, man kann nicht immer alles sagen, was man denkt. Deswegen müssen wir auch... Wir leben in einem Rechtsstaat, sagt der Mann, der die Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte erhöhen wollte. Freie Meinungsäußerung kämpfen, das machen wir unter anderem heute auch hier. Wenn sich jemand versucht, da als Opfer zu generieren, Herr Höcke steht doch heute hier und kann seine Positionen erläutern. Also insofern sollte er da mehr so... Ja, richtig. Und teilweise kann er es auch nicht so richtig. Da wird er dann, nein, nicht niedergeschrien, aber es ist schwierig. ...Diet zeigen. Und Rechtsstaat bedeutet, dass man eben auch überprüfen kann, wenn man sich zu Unrecht betituliert fühlt, behandelt fühlt. Es ist übrigens ein Problem, dass das Thema Migration abgehakt wurde nach zwei Drittel Gerede darüber, wie radikal Höckes Ansicht und Remigration und so weiter ist. Hätte man nach Möglichkeit mehr umdrehen müssen zu ihr verantwortet 3000 Vergewissigungen zwischen 2017 und 2020 und so weiter und so fort. Aggressiv. Wenn man das aufs Brot späht, wenn man den Verfassungsschutz beobachtet, dann ist das wehrhafte Demokratie... Der, der, der ein, meine wir hatten das in der letzten Monik war, aber ja ausführlich erläutert von einem amtierenden Polizisten, der auch AfD-Politiker ist, der, um es kurz zu machen, der Verfassungsschutz ist weisungsgebunden. Und wird in Thüringen von einem Linksextremisten geführt. Ich hoffe auch diesen Punkt macht, Rucke, denn den macht er gerne. Er nennt ihn gerne Linksextremisten, weil er weiß, dass er nicht verklagt wird dafür, weil dann wahrscheinlich auch ein Gericht feststellen würde, dass man ihn durchaus Linksextremisten nennen kann, den Typ. Der hätte ja denselben Status. Der liked Antifa-Tweets, also wortwörtlich von irgendwelchen Accounts mit der Antifa-Flagge im Profilbild, Antifa Nordost oder irgendwas. Und ist im Vorstandsrat oder im Stiftungsrat, besser gesagt, der Amadeo Antonio Stiftung von einem Verein, deren Gründerin oder auf jeden Fall Anführerin Kahane gesagt hat, für mich ist das größte Problem seit der Wende, dass der Osten weiß geblieben ist. Und, das größte Versagen, hat sie gesagt, und deren Schreiberlinge wie ein Robert Wagner Geld sammeln, um Leute zu belohnen, die jemandem wie einem Sellner einen Milkshake in die Fresse werfen. Solche Sachen müssten jetzt angebracht werden. Und auch das Letzte nicht irgendwie in privaten Chatgruppen, sondern öffentlich auf Twitter. Exakt. Öffentlich Geld sammeln für eine Straftat. Ja, mit denen liegt der Chef vom VS in Thüringen im Bett. Und man kann dagegen rechtlich vorgehen. Herr Höcke ist schon mal unterlegen. Im Namen des deutschen Volkes wurde über ihn geurteilt. Du Schlange. Gänsehaut. Diese Titulierung zeigt doch letztlich, wir sind in einem funktionierenden System. Dass das nicht immer jemandem schmeckt, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt überlegen wir uns mal eines. Wie viele Länder auf dieser Welt gibt es, unter anderem eben auch Russland, wo sich Leute wie Nawalny oder andere gewünscht hätten, sie hätten ein funktionierendes Rechtssystem. Und deswegen kann ich nur eines sagen. Wir sind die Partei des Rechtsstaates und Recht und Ordnung. Und desavouieren sie das nicht. Darum wird ihr seit 2015, also ihr seid ja nicht bei der Macht, schon klar, aber darum wurde seit 2015 viele Jahre lang hier millionenfach besagtes Recht gebrochen. Und ihr habt nicht gesagt, da müsst ihr was tun. Ihr seid dafür hauptverantwortlich. Fast schon alleine verantwortlich. gehen sie in ihrem Verfahren. Das wird ein deutsches Gericht behandeln und da können sie ihre Argumente vortragen. Aber bitte weinen sie jetzt hier nicht. Julien Massage würde sich sicherlich auch über mehr Rechtsstaatlichkeit freuen. Herr Höcke, VHS angreifen. Ja. Höcke, VHS angreifen. Sofort VHS angreifen. Wir müssen uns ruhig weitermachen. Uns läuft jetzt in der Tat. Ich verstehe, ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind. Durchsetzen. Sagt der netten Frau, die soll die F*** erhalten. Durchsetzen. Das ist wichtig. Jetzt VHS angreifen. Das ist der Punkt, der die Debatte entscheiden könnte. Guck mal, 60 Prozent, 60 Prozent der Deutschen sagen... Oh, die Umfrage von Insa, die in der Jungfreiheit aufbereitet wurde, dass 60 Prozent der Deutschen mittlerweile dem Verfassungsschutz misstrauen. Die Mehrheit der Deutschen misstraut dem Verfassungsschutz. Ist auch ein sehr, sehr schöner Punkt. Man kann in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen. Ah, okay, sorry, falscher Punkt, aber der wäre noch besser gewesen. Ja, und VHS, wie gesagt, ihr seid in Thüringen, da ist der Karma-Chef. Der Karma ist ein Linksextremist. Eine SA-Parole hat nach meiner Auffassung nichts für einen. Doch, es ist eine SA-Parole. Nein, Deutschland ist nachweislich eine SA-Parole. Und eine Zentrumsparole. Es kommt aus dem Kontext. Die beiden haben sich wieder gegenseitig unterbrochen. Wir sind wieder bei einem Punkt, den wir gerade eben schon bearbeitet haben. 60 Prozent der Deutschen... Ich glaube, wir reden jetzt so an die zehn Minuten über seine Aussage Alles für D, richtig? Ja, vor allem, das wäre jetzt ein wunderbarer Punkt. Was jetzt noch dazu gesagt wird, ist scheißegal. Die Leute merken sich das eh nicht. VS angreifen jetzt hier auf der großen Bühne, den VS lächerlich machen. Sagen, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr gegeben ist. Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nichts. Aber Herr Höcke, Sie stehen hier in einem Fernsehschnitt und wollen Ihre Meinung äußern. Ja, und ich werde angebrüllt von zwei Moderatoren, die eigentlich diese Debatte moderieren sollen, die sich selber nicht entscheiden können, wer von Ihnen eigentlich gerade ins Wort fallen will. Ja, und zwar zum ungefähr zehnten Mal. Neunte oder zehnte Mal ist das jetzt. Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht gedacht werden. Aber Sie stehen in einem Studio und können Ihre Meinung äußern. V.S., 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 Herr Höcke. Ja, aber Sie sind nicht eingeschränkt. Sie fallen hier nur noch ständig ins Wort und ich habe auch nur wenig Zeit. Darf ich kurz mal referieren? Glücklicherweise, machen wir hier einen Punkt, glücklicherweise leben wir in einem Rechtsstaat. Sie stehen nächste Woche in Halle vor Gericht und es ist dann an einem deutschen Richter zu entscheiden, was aus dieser Äußerung wird und ob das bestraft wird oder nicht. Ich meine übrigens, dass da geht es um Volksverhetzung und bei Volksverhetzung muss man dir nachweisen, dass du diese Aussage willentlich und wissentlich getätigt hast, um letztendlich eine Art Volksverhetzung zu begehen. Wobei du mein Clowns-Gericht kriegen kannst. Das ist vollkommen korrekt. Aber ich meine, mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass du nicht sagen kannst, naja, es klingt aber so, von daher ist das jetzt eine Volksverhetzung. Es muss eindeutig sein, dass es so gemeint war, wie der Richter es dann interpretiert. Das Problem ist nämlich, wenn das nicht so wäre, dann könnte ein Gericht immer alles Mögliche irgendwie interpretieren. Ich erinnere da an das wahrscheinlich beste Schattenmacher-Video, was ich jemals gesehen habe, so aus philosophischer Sicht, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das ist ein altes Video, drei Jahre alt oder so, da hat er ein paar Verse aufgesagt, die sich gereimt haben am Ende und das letzte Wort war dann irgendwie sowas wie, deshalb müssen wir, also gereimt hätte sich Merkel umbringen, aber er sagte dann, deshalb müssen wir Merkel, keine Ahnung, eine Rose schenken. Genau, sowas in der Art. Und ich fand das Video einfach so großartig, weil das zeigt jetzt nicht das Problem auf, von dem, über was da geurteilt wird vor einem Gericht. Natürlich kannst du sagen, uns ist schon klar, dass sich das eigentlich reimen müsste, von daher, wollten sie eigentlich sagen, Merkel umbringen. Naja, habe ich aber nicht. Und natürlich, ich will, dass den Leuten genau dieses Bild im Kopf gezeichnet wird, aber als sadistisches Mittel und so weiter und so weiter. Ich meine, nach meinem Verständnis, wenn er nicht an ein Clownsgericht gerät, wird das hier mit einem Freispruch enden. Auf den nächsten Punkt und da geht es ganz kurz noch, aber wir wollen es einfach auch mal angesprochen haben, Antisemitismus. Seit dem 7.10., das ist dieser furchtbare, Überfall der Terroristen, der Hamas auf die Kibbutzime entlang des Gaza-Streifens gewesen. Nur noch mal als Kontext für die Menschen, die das vielleicht nicht so parat haben, das Datum 7.10. zeigt sich weltweit. Weil das Datum so relevant ist. Wie viel Uhr, du Doppelf***er? ... uns in Deutschland auf den Straßen. Ein unfassbarer Antisemitismus. Da sind Dämme buchstäblich gebrochen. Was müssen wir dem, gerade eben auch, vor der ja schon häufig jetzt erwähnten deutschen Geschichte entgegensetzen, Herr Vogt? Ja, zuerst einmal müssen diejenigen, die antisemitisch... Ja, Soldaten entsenden und da möglichst mit melden. Also ich glaube, jetzt geht es um raus mit die Viechers. Also ich glaube, sie wird jetzt beiden die Chance nochmal geben, raus mit die Viechers zu sagen, halt wegen dem Antisemitismus. Den kann ich nicht folgen. Naja, auf deutschen Straßen Antisemitismus und zum Beispiel. Daraus folgt die eigentlich raus mit die Viechers. Ja, wäre eine Steilvorlage, um nochmal auf Remigration zu sprechen zu kommen. Eigentlich schon. Die SPD zum Beispiel zehn Jahre rückwirkend gefördert hat, Leuten den Pass zu entziehen und sie abzuschieben. Und die solche Flaggen zeigen, die Israel soll sterben, die müssen einfach, wenn sie, sag mal, hier kein Bleibestaat oder wenn sie kein Aufenthaltsrecht, sollten kein Aufenthaltsrecht mehr hier haben. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Also ich finde... Den Pass haben, Kumpel? Was machen wir denn? Die Antisemitismus, der ist unerträglich. Ich bin selber Gründungsmitglied im Thüringer Landtag des Freundeskreises Israel. Mir ist das ein wichtiges Anblick. So siehst du auch aus. Meine, vielleicht schließt sich da der Kreis, vielleicht ist das auch eine Pressure Group oder eine Vorgruppe, die dann wiederum natürlich unter einer Decke steckt mit den Betreibern des KZs Buchenwald. Und da würde sich dann der Kreis schließen, warum er das eigentlich gegründet hat. Eigentlich hat er diesen Verein gegründet oder als Vorsitzender oder was auch immer aus Machterwägung und nicht, weil wenn er abends schlafen geht, er Israel im Herzen trägt. Und genau aus diesem Grund sage ich Ihnen aber auch, dass wir klarstellen müssen, dass das Selbstverteidigungsrecht des Staates Israel auch deutsche Staatsräson ist. Das ist Kernbestandteil dessen, was unsere Überzeugung ist. Das heißt nicht, das hatten wir schon vor. Ich bin Christ. Und der jüdische Glaube, der christliche Glaube sind eng miteinander verbunden. Und deswegen müssen wir alles tun. Deutschland hat ein waches Auge darauf zu halten. Wir müssen mit der vollen Härte vorgehen. Und deswegen ist mir diese... Mit der vollen Härte vorgehen, alles dafür tun, das hieße im Zweifelsfall dort Truppen hinzusenden oder was? Nee, ich glaube es geht um Deutschland. Es geht um deutsche Staaten. Achso, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Alles klar. Das Thema illegale... Nee, nee, er war gerade bei dem Verteidigungsrecht Israels. Achso, ja stimmt. Staatsräson und so. Ja, ich will halt nichts Konkretes sagen. Ja, naja, es sind halt wieder viele schöne Worte, die alles und nichts bedeuten. Einwanderung auch so wichtig, dass wir dort eine Null-Toleranz-Strategie fahren. Das ist ein ganz zentrales Problem. Und das Zweite ist... Aber die Leute, die kommen, sind doch alle Antisemiten. Die Leute im arabischen Raum, also ein Näherungswert an 100% von denen sind Antisemiten jedenfalls nach jeder Definition, die ihr hier anlegen würdet. Ja. Das ist natürlich auch... Also zumindest würden sie dir weitestgehend zustimmen, dass sie Antizionisten sind. Ja, ja, klar. Wenn du die fragst, sollte Israel da sein? Richtig. Exakt, exakt. Es auch darum geht, Aufklärung darüber zu betreiben, wie geschichtlich wir verwoben sind. Mit dem nötigen Refektionsfähigkeit... Ja, ja, da muss Ali Schuldgefühle dafür machen, dass dein Opa gemädelt hat. Mhm, so sieht es aus. Das wird funktionieren. Aber immer mit der Offenheit, dass wir als Deutsche auf Israel aufpassen. Herr Höcke, Sie haben jetzt viel genickt. Ihre Rippen. Ja, weil ich grundsätzlich die Position, was den Kampf gegen Antisemitismus teile, durchaus bei Kollegen Vogt bin. Aber auch da müssen wir wieder fragen, wo sind die Ursachen für den Antisemitismus in Deutschland? Ich sehe keinen Antisemitismus ausgeprägten Maßes bei der ursprünglichen deutschen Bevölkerung. Auch wieder ein Problem, dass wir uns mit Migration ins Land geholt haben. Die millionenfache Einwanderung aus dem islamischen Kontext, die Islamisierung Deutschlands und Europas... Aber wie meint ihr, dass Sie sehen, dass Sie da... Aber kurze Zwischenfragen... Junge, kurze Zwischenfrage. Der Typ hat gerade irgendwie drei Minuten da referiert und Höcke hat jetzt drei Sätze gesagt. Es ist so unverschämt. Keine deutschen Neonazis in Deutschland? Es gibt auch deutsche Neonazis, es gibt auch deutschen Antisemitismus. Drei oder so. Das war jetzt die wichtige Zwischenfrage. Gibt es keine Neonazis in Deutschland? Was hat er da für eine Antwort erwartet? Also... Aber der ist klein im Verhältnis zu dem, was leider die Menschen nach Deutschland gebracht haben und gucken sie nach Frankreich. Mittlerweile fliehen Juden aus Frankreich, weil der Antisemitismus dort so groß geworden ist. Nicht durch die auch Toton-Franzosen, sondern... Da muss man immer aufs Wohl spielen. Immer in Migration kommt, musst du sagen, CDU. Migration, CDU. CDU führt zu Migration. Menschen islamischen Glaubens, dass sie ihre Heimat verlassen und nach Israel gehen. Das sind schlimme Befunde und da müssen wir mit aller Härte dagegen gehen. Wie genau? Das heißt, die Maus keinen Faden hat. Indem wir vor allen Dingen die Einwarnung erstmal aus dem islamischen Kulturkreis beenden. Wir dürfen nicht mehr Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland grundsätzlich, es mag Einzelfälle geben, aber grundsätzlich aufnehmen. Ich halte das für eine große Gefahr, auch für den Bestand unseres demokratischen Rechtsstaates. Dann verstehen Sie mich bitte nicht... Sie stellen Millionen Muslimen unter Generalverdacht. Oh, Alter. Also wenn ich mich nicht erzählt habe, sind wir bei zwölf Unterbrechungen. Also im Sinne von Diskussion mit den Moderatoren. Siehst du, man muss wirklich eine Geige mitbringen. Ja, klar. Ja, nee, nochmal. Ich kenne... Ich bin kein Feind des Islams. Ich bin überhaupt gar kein... Keinermannsfeind. Der Islam ist eine alte Religion. Der Islam hat einen Kulturraum, wo er sich auch entfalten kann. Und da möchte ich ihm auch nicht reinreden. Aber dieser Kulturraum kann nicht Europa sein. Und ich kenne kein Land in der Welt mit einer islamischen Mehrheitsgesellschaft, wo es demokratische Rechtsstaatlichkeit nach europäischen Standards gibt. Deswegen möchte ich nicht mehr islamische Zuwanderung haben. Und das stellt auch nicht in Abrede, dass es prima Menschen islamischen Glaubens gibt, die voll integriert sind, die voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber die Masse und einfach die Gefährlichkeit dieser unkontrollierten Anwanderung, der müssen wir entschieden begegnen. Sonst kippt dieses Land und kippt auch unser demokratischer Rechtsstaat. Einmal der Hinweis, Herr Höcke, weil Sie sich vorhin etwas benachteiligt fühlen, was die Redeanteile angeht. Wir haben mal auf die Uhr geguckt. Sie haben deutlich mehr geredet bisher. Ja, aber ihr habt ihm auch tausend mehr Fragen gestellt. Dieser ganze Mittelpart war voll mit, Herr Höcke, Sie haben das gesagt, Herr Höcke, Sie haben das gesagt. Da hat der andere Typ die Fresse gehalten. Mess doch mal eure Redezeit. Ja, und vor allem büsst du ganz gerne, wie wurde da die Uhr gestoppt? Also wenn Höcke gerade etwas erzählt und die beiden fallen ihm ins Wort und Höcke versucht erneut zu antworten, die beiden fallen ihm ins Wort, ist das Redezeit für Höcke? Oder wurde da wirklich im Sekundentag umgeswitcht zwischen, das ist Höckes Redezeit, jetzt redet er gerade nicht. Das ist Höcke... Der Typ. Bitte. Ja, und selbst wenn, also der Typ hat ja irgendwie zweimal Raucherpause quasi, während die beiden seinen Job übernommen haben. Ja. Und es ist übrigens auch nicht sinnvoll, das Ganze nach Redezeit zu bewerten, wenn die Redezeit, die er hat, genutzt werden muss, sich gegen Angriffe zu verteidigen, die Herr Vogt über sich gar nicht hat ergehen lassen müssen. Ja, und die kommen von den Moderatoren. Ja. Und das Letzte, was mich so ein bisschen wundert ist, dass er sagte, sie hatten deutlich mehr Redezeit. Warum dann nicht in dem Moment eine Zahl nennen? Wenn ich nehme an, die Zahl ist so zwei Sekunden, zwei Minuten 40 oder sowas, wo man dann sagen muss, naja gut, komm Alter, also dann hätte sie den Punkt auch weglassen können. Nur so als kleiner Zwischenstandard. Es kommt einem immer anders vor selber. Kommen wir zum nächsten Thema. In der Tat, wir wollen schauen natürlich auch noch auf ein weiteres Thema, was glaube ich... Schade, dass er den Punkt nicht gemacht hätte. Ja. Wäre vielleicht gut gekommen. in den östlichen Bundesländern ein bisschen anders gesehen wird in weiten Teilen als in den westlichen. Der Konflikt Russland-Ukraine, der Angriffskrieg, der russische auf die Ukraine. Und was durchaus ja interessant ist und für viele auch nicht nachvollziehbar, so ein bisschen ist diese, ich will es gar nicht Russland-Freundlichkeit nennen, aber doch ein größeres Verständnis für offenbar das Agieren Russlands, für das Agieren Putins, als ich das eher im Westen wahrnehme. Ich war jetzt auch gerade drei Wochen in Thüringen unterwegs. Ich kann mir da schon so ein bisschen auch... Aber den gefallen noch. Mein Vater lebt dort. Ich bin da sehr häufig. Insofern, wir sind ja fast unter uns. Erzählt das eigentlich zu Höckers Redezeit? Ich kann auch nicht mithalten, ich bin sauer, Lennar. Sorry, was? Erzählt das eigentlich zu Höckers Redezeit? Schön, Märs. Ich nehme dich mit beim nächsten Mal. Mich würde einfach interessieren, wie Ihre Haltung da im Moment zu ist. Haben Sie auch ähnlich das Gefühl, dass man mehr auf Russland zugehen müsste in diesen Tagen, in diesen Wochen? Wo stehen Sie da? An dem Haus meiner Großeltern gingen die Panzerstraße. Die Anekdoten los, ey. Die Russen zu DDR-Zeiten haben die Panzer immer von ihren unterschiedlichen Garnisonen von A nach B gefahren. Ja, die wird im russischen Panzer aufgenommen. Und das ging unmittelbar vorbei. Sind sie mit ihren T-54 da langgefahren? Manchmal ist die Kette gebrochen und da habe ich da einen Eimer Wasser hingebracht, weil die total durstig waren. Das waren wirklich arme, junge Soldaten. Ich habe schöne Gänsehaut. Die waren wirklich arm dran mit ihren Filzstiefeln, mit ihrer Wattejacke. Und wenn ich heute die Bilder sehe und gerade heute aktuell hier der Angriff in Kharkiv, wenn ich die Bilder in der Ukraine sehe, wenn ich sie in Russland sehe, dann denke ich genau an diese Welt. Moment, 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 Moment. Der Angriff in Kharkiv, ich glaube, das ist nur etwas, was spekuliert wird, das in der Zukunft kommen könnte. Ich muss ganz kurz mit einer Karte angucken. Kharkiv ist doch das da oben, wo die Russen gar nicht am Meddeln sind, oder? Also klar, da fliegen mal Raketen drauf, aber es gibt keinen Angriff. Ich glaube, ist das der Ort, wo, als die Ukrainer zurückgekommen sind, dort die Leichen auf den Straßen lagen? Nee, nee, das ist Butscher. Ah ja, okay. Kharkiv ist befreit worden von der Ukraine, die haben das zurückerobert, in der Offensive im Herbst 22. Aber seitdem, es wird momentan halt spekuliert darüber, dass ein großer russischer Angriff kommen könnte nochmal auf Kharkiv. Aber das sind Spekulationen. Live-Chat sagt gerade, der meint Tarkov. Kannst du damit was anfangen? Das kann sein. Tarkov hat aber, oder das ist doch ein Videospiel auch, aber es gibt, glaube ich, auch einen echten Ort namens Tarkov. Tarkov würde ich jetzt nichts mit verbinden im Zusammenhang mit diesem Krieg. Okay. Weil egal. Okay, okay, sorry. Master Gregor sagt gerade das war ein Witz. Master Gregor. Du versorst dazu. Fühlst du dich aufs Glatteis, mein Lieber? Egal, ob die jetzt auf der russischen, auf der ukrainischen Seite stehen, die sind beide geiselhaft eines irren Aggressors Putins. Und diese Reibung, die spüren viele Leute in den neuen Bundesländern im Osten, in Thüringen. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass man das im Blick hat. Die Reibung zwischen Putin und Putin? Ja, also die USA haben damit auf jeden Fall gar nichts zu tun. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also wirklich überhaupt gar nichts haben die USA damit zu tun. Ich meine, die reden momentan darüber, dass man da mal Truppen reinschicken könnte. Lustig, wie weit wir bereit sind zu gehen, nur für Menschlichkeit und die moralisch richtige Seite. Wir haben ja keine Interessen in dem Bereich oder so. Ja, aber also vor allem auch bei dem Land Ukraine, dessen Namen die meisten US-Amerikaner bis vor zwei Jahren noch nicht kannten. Ja, und jetzt pumpen die US-Amerikaner da über 200 Milliarden US-Dollar rein. Es ist schon merkwürdig. Natürlich auch. Also es wirkt fast so, als ginge es da mindestens auch um US-amerikanische Interessen. Könnte man fast, also weiß ich nicht. Könnte was dran sein, oder? Also das ist eine Verschwörungstheorie. Ich glaube auch, die Pipeline haben wahrscheinlich die Russen weggespringt. Aber wenn man für Geschwurbel zugänglich ist, vielleicht. Dass man Farbe bekennt. Farbe bekennen heißt, dass natürlich die Ukraine sich verteidigen muss. Weil das ist das Entscheidende. Sie ist Teil unseres europäischen Kulturraums. Die Ukraine hat den bekackten Krieg verloren. Das Ding ist durch. Was soll denn da noch groß kommen? Es sei denn, ihr eskaliert wirklich mit Bodentruppen. Es hat ja einen Grund, dass Macron kommt mit Bodentruppen, weil das Ding halt durch ist. Das wird jetzt ganz, ganz bitter. Und dann stehen wir davor, dass die Russen, was sie eh kriegen, selbst wenn jetzt verhandelt werden würde, wesentlich mehr bekommen, als hätte man damals am Anfang vom Krieg Frieden gemacht in Istanbul und dafür noch 100.000 plus Ukrainer durch den Fleisch aufgedreht wurden. Also das wäre jetzt gut. Ja, ich bin so gespannt, wie wir über diesen Konflikt heute in zehn Jahren denken. Oh ja. Ich meine, ich bin mir ganz sicher, ich war da noch recht jung an Politik, nur so am Rande interessiert. Ich meine, dass zum Beispiel der Krieg im Irak damals von unseren Medien recht neutral begleitet wurde. Und heute sind sich dann alle einig, dass das eine absolute Scheißidee war. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Der Spruch geht aber noch weiter. Dann kommt der Krieg zu dir. Und genau deswegen werbe ich für diplomatischen Druck, um Frieden zu erreichen. Aber ich werbe eben auch dafür, dass wir... Das ist halt irre, dass wir weiter natürlich ein Fleischwolf drehen. Eine irre Propagandaerzählung, um den Buhmern Angst zu machen, um den Leuten Angst zu machen, die eigentlich nicht sehen, warum es sie interessieren sollte, was da in der Ukraine passiert. Nein, wenn es darum ginge, die NATO anzugreifen, hätte Putin das direkt gemacht. Was bringt das denn, vorher da die Hälfte seiner Armee in der Ukraine zu verheizen? Konsequenzen sehen. Wenn Putin in der Ukraine gewinnt, dann wird er genau das machen, was er in Russland jetzt eh schon macht. Kreueltaten, Leute umbringen, tausende Tote, Millionen Flüchtlinge. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 10... Was? Tausende Tote und Kreueltaten? Ich weiß gar nicht, ich kann ihm gerade nicht so ganz folgen. Es gab Butcher, das war aber nichts, was von... Nein, 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 wenn er gewonnen hat, dann bringt er da noch mit der Ukraine. Ich meine, wie gesagt, in ihm besetzen... Einfach so oder was? Ich fand's, ich meine, es gab das eine Massaker von Butcher, was halt von einer Handvoll Soldaten verübt wurde. Und das ist halt so ein bisschen, naja, im Krieg passiert so ein Scheiß leider. Aber das war nichts, was angeordnet wurde. Ja, und zumal, wieso sollte es so weitergehen, wenn der Krieg vorbei ist? Also dann hat er doch bekommen, was er wollte. Ja, ja. 10 Millionen Ukrainer dann fliehen werden, 4 Millionen wahrscheinlich dann auf Deutschland, nach Deutschland... Aber warum? Sag mal, ich meine, dass nicht mal die Idee im Raum steht, dass er die komplette Ukraine annektieren wird. Sondern der Dritte hat in irgendeiner Form geteilt, dann existiert doch immer noch ein progressiver Teil der Ukraine. Warum müssen die dann nach Deutschland fliegen? Das ergibt für mich auch gar keinen Sinn. Ja, die haben momentan mehr Grund, nach Deutschland zu fliegen, als wenn das Ding, oder zu fliehen, als wenn das Ding mal durch ist. Ja. Deutschland. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir besonnen für dauerhaften Frieden uns einsetzen. Und ich habe keinen Schiss in der Buchse vor von nie aus 5 Millionen Ukrainen. Was die Ukrainer hier gemacht haben, war wesentlich weniger zerstörerisch, als was die Migranten aus dem arabischen Raum gemacht haben. Insofern, klar, auch die sind etwas krimineller. Das sind vor allem ein gigantischer Kostenfaktor. Genau, ein großer Kostenfaktor. Aber wenn ihr weniger Geld habt für feministische Radwege in Peru, bin ich eigentlich glücklich. Insofern gerne. Und die Ukraine verteidigungsfähig halten. Sie haben gerade gesagt, die Ukraine muss verteidigungsfähig bleiben. Präsident Zelensky hat vorgestern hier bei Welt TV im Interview mit meinem Kollegen Paul Ronsheimer dem Westen vorgeworfen, die Waffen zu verweigern, die sein Land zum Überleben ganz dringend braucht. Deswegen die Frage an Sie beide nochmal. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine liefern? Herr Höcke. Wieso kriegt eigentlich Höcke jetzt erst diese Nachfrage, die dann an beide geht und die erste geht nur an ihn? Bereichen vor der Front sind unerträglich. Hunderttausende junge Männer, Russen und Ukraine sind in den letzten zwei Jahren dort verblutet. Junge Männer, die keine Familie gründen konnten, die kein Leben weitergeben konnten. Das macht mich sprachlos und fassungslos. Und meine Großeltern haben mir noch erzählt, was Krieg ist. Und deswegen sage ich, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und zwar um jeden Preis. Wir brauchen einen Waffenstillstand an der Landzeiten. Ich hatte nur eine Waffenlieferung. Jetzt werde ich langsam wirklich aggressiver da. Also wir kommen jetzt hier demnächst beim Wolfssohn-Niveau an. Und das sind die Moderatoren. Wolfssohn war immerhin noch ein Diskutant. Das sind die Moderatoren. Die haben ihm gerade eine Frage gestellt, die nachher auch der andere noch bekommt, nachdem sie die erste zum Ukraine-Krieg nur dem anderen gestellt haben und unterbrechen ihn jetzt in den ersten Sätzen. Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine. Überzeugung, dass wir auch mit der Kriegsrhetorik der CDU nicht wirklich weiterkommen. Die Äußerungen von Herrn Kiesewetter sind unerträglich. Wir brauchen keine Eskalation in diesem Krieg, sondern wir brauchen jetzt Deutschland als Friedensmacht. Deutschland muss seine Brückenfunktion zwischen Ost und West ausspielen, muss zu Friedensgesprächen einladen. Das heißt, keine Waffen. Wer Waffen liefert, der will keinen Frieden, der will den Krieg. Deswegen müssen wir aufhören mit dem Schlachten und müssen jetzt in Gespräche gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diese Gespräche gehen könnten, dass diese Gespräche anberaumt werden könnten. Wir hatten ja schon Gespräche kurz nach Ausbruch des Krieges in Istanbul. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Die Friedensverhandlungen waren damals schon relativ weit gediehen, sind dann abgebrochen worden. Ich will jetzt nicht spekulieren, warum, weshalb und wieso. Leider... Ja, ich meine, die offizielle Idee ist die, dass, wie heißt er, der Blonde aus... Boris Johnson. Genau, dass Boris Johnson dem Ganzen da Stöcke zwischen die Speichen geworfen hat. Genau, zwar mit der Drohung. Auf geheiß der USA. Aber das weiß man alles nicht. Exakt. Und mit der Drohung den Ukrainern gegenüber, dass das sehr unvorteilhaft enden würde mit ihren Beziehungen zum Westen, wenn sie den Deal annehmen. Da sind in der Zwischenzeit schon wieder viele hunderttausend junge Männer gestorben. Das Schlachten muss sofort ein Ende haben. Herr Höcke, Sie haben selber gesagt, Sie waren Vertrauenslehrer. Vertrauen ist also eine wichtige Sache. Absolut. Wo sollen die Ukrainer das Vertrauen hernehmen? Gesetz den Fall. Selenskyj erklärt sich bereit, ich setze mich mit Putin nochmal an einen Tisch, was er nicht machen wird, glaube ich. Aber er setzt sich mit Ihnen an einen Tisch. Nach all dem, was passiert ist, nach all dem, was die Russen dem ukrainischen Volk angetan haben, wo soll das Vertrauen von ukrainischer Seite herkommen, zu glauben, dass Putin, selbst wenn er ein Dokument unterschreibt, sich daran hält. Mach eine Umfrage. Das Schlimmstmögliche passiert doch jetzt schon, dass sie sterben. Die werden geschreddert. Mach eine Umfrage bei den Verbleibenden. Guck dir an, es gibt einen Grund, aus dem die Wahlen ausgesetzt werden da. Die Selenskyj-Partei ist komplett abgekackt in allen Umfragen. Die wollen das nicht mehr. Mach eine Umfrage, ob die Bock haben, weiter zu kämpfen. Die Antwort ist nein. Ich kenne Wladimir Putin nicht persönlich. Ich kann also keine Einschätzung geben. Ist das ein Mann, der... Aber wir erleben ihn ja seit... Gott, jetzt haltet euer Maul und lasst den Mann antworten. Über 20 Jahre. Die einen, mit Verlaub, das Schwarz-Weiß-Meilen, dieses Konfliktes in den deutschen Medien, ist auch nicht unbedingt dazu angetan, diesen Mann zu erhellen. Für mich jedenfalls zu erhellen. Ich denke aber, dass Wladimir Putin die Kräfteverhältnisse zwischen der russischen Föderation und der NATO sehr gut einschätzen kann. Russland ist weit unterlegen, sowohl was die Menschen angeht, was die Waffentechnologie angeht, auch was das Militärbudget angeht. Die NATO hat über eine Billion Euro Wehretat. Die Russen sind, glaube ich, bei 85 Milliarden. Das heißt, Putin weiß auch, außerdem hat er den Druck der Chinesen aus dem Osten. Er hat den Druck des Islam aus dem Süden. Russland ist auch ein bedrängtes Land und ich glaube, Russland will Frieden. Und ich glaube, dass Putin trotz dem, was man über ihn ausführt, ein rationaler Mann ist, der auch erkennt, wann es genug ist und wann Frieden geschlossen werden muss. Ich glaube, wenn man mit entsprechenden Persönlichkeiten dort aufschlagen würde und Friedensgespräche beginnen würde, dann könnte man was erreichen. Also ich meine, dass wenn Trump die Wahl gewinnt, da können wir eine Wette drauf halten und der Krieg bis da nicht sowieso vorbei ist, dann ist der 14 Tage später vorbei. Ja. Man sollte es zumindest versuchen. Wir müssen es versuchen und zwar so schnell wie möglich. Herr Vogt. Ja, fand ich sehr elegant. Also das ist auch total normigerecht, dass das auf die Toten zu beziehen und so weiter. Fand ich gut. Vielleicht sogar etwas zu positive Worte über Putin für den Normi, für den, der halt Satan ist, aber im Rahmen. ...Viertel der Bevölkerung in Thüringen sein gegen weitere Waffenlieferungen, haben sie gesagt, denn so wörtlich, ich zitiere sie da, der Großteil der Leute hat keinen Bock mehr, der verlängerte Arm der Amerikaner zu sein. Geben Sie den Leuten recht, die sowas sagen? Ich will Thüringen... Sorry, wer hat das gesagt? Also Höcke oder so? Also irgendein AfD hat das gesagt und jetzt wird der Herr Vogt gefragt, wie er das findet oder was? So, ich war gerade so ein bisschen im Live-Stell. Komm, scheiß drauf, Alter. Wir hören einfach weiter. ...Thüringer Ministerpräsident werden und die Mehrheit der Thüringer denkt so und das respektiere ich. Das ist wichtig. Ich habe ihm meine Position heute hier geschildert. Ich... ...die Mehrheit der Thüringer denkt, dass wir da, was diesen Konflikt betrifft, zum verlängerten Arm der US-Amerikaner gemacht werden. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube ja. Nein, dann sind die Thüringer ziemlich basiert. Ich glaube, dass es, dass wir in dem Konflikt das Gleiche erleben, was wir 2015 schon erlebt haben. Sie können vieles verantwortlich machen. Die CDU hat auch nicht immer alles richtig gemacht. Es sind auch Fehler gemacht worden. Aber 2015, diese Asyl-Situation... Situationen... Bauchfehler. Hat die Bauchfehler gemacht. Es war nicht alles perfekt unter Merkel. Sagen wir mal so. Es war nicht alles perfekt. ...schaffen wurden, weil er an der Seite von Assad Giftwaffen eingesetzt hat. Das ist die Situation. Und das... Unsinn. Auch das... Ich meine richtig. Ich meine, dass es da einen abschließenden Bericht gab, der kam entweder Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres raus, wonach das Blödsinn ist. Für jeden logisch denkenden Mensch stinkt das doch sowieso von Anfang an vom Himmel. Warum... Genau. Warum sollte er das tun? Nicht nur das... Warum sollte er das tun? Und warum hat er es danach nie wieder getan? Ja. Es gibt nichts, was eine Giftwaffe, eine Biowaffe machen kann, was eine konventionelle nicht machen kann, die dann nicht diese Schlagzeilen erzeugt. Dasselbe macht er jetzt auch. Warum hat denn Finnland die Grenze zugemacht? Weil er versucht hat, Flüchtlinge dort langzuschicken. Und dieselbe Situation, überrennt uns gerade. Putin hat versucht... Ich weiß das nicht. Kann das nicht sein. Fucking 2015 Putin in die Schuhe schieben, oder wie? Nee, nee, nee. Ich meine aktuelle Fluchtbewegung oder Fluchtbewegung von einem Jahr oder sowas. Aha. Ja gut, über die Weißrussen und so weiter. Ja gut, aber die sind ein sehr kleiner Teil von dem, was hier reingekommen ist. Mhm. Und wir sind doch in einem Systemkonflikt. Autoritäre Regime, China, Russland gegen die demokratische Welt. So und jetzt, wenn man sich das Europawahlprogramm der AfD anschaut, was wollen die? Die wollen raus aus der NATO. Das Sicherheitsbündnis, das uns 70 Jahre mit beschützt hat. Was der alles erzählen kann und Offroad gehen kann und dabei nicht unterbrochen würde? Ja, ich würde so zusammenfassen, gewissermaßen Mikroautoritarismus, jede Kleinigkeit im Leben der Leute kontrollieren zu wollen, aber nicht mit drakonischen Strafen, sondern mit Gepisacke gegen Makroautoritarismus. Nicht jede Kleinigkeit kontrollieren zu wollen, aber die großen Sachen und ernsthafte Feinde ernsthaft bestrafen. Seite ist da der Vorschlag, wir wollen in so eine Shanghai-Organisation, wer ist denn da drin? China, Russland, der Iran und Pakistan. Also wenn das unsere neuen Verbündeten sind, dann glaube ich, ist die Position von Deutschland viel, viel schwächer. Und genau aus dem... Das Shanghai-Kooperation oder so ähnlich, das klingt für mich nach Handel. Also ich meine, dass Shanghai das Finanzzentrum Chinas ist. Da würde mich doch sehr wundern, wenn es jetzt nicht um was anderes als Wirtschaftsbeziehungen gehen würde. Ja, ich möchte auch gerne mit Pakistan eine tiefe und ehrliche Freundschaft führen, was den Handel betrifft. Im Grund ist es wichtig, was ich auch gesagt habe, Ukraine in der Verteidigungsfähigkeit stärken, gleichzeitig den Druck erhöhen, weil so wie Sie sagen, Frau Ohm, derjenige, der belogen wird, dem vertraut man nicht mehr. Und es sind so viele nach Moskau gereist. Putin hat ihnen alles Mögliche erzählt. Im Bundestag haben AfD-Abgeordnete geredet. Es gibt keinen Krieg. Drei Tage später gab es Krieg. Das ist doch die Situation. Und deswegen braucht es einen gemeinsamen Druck. Die Türkei, die das Getreideabkommen schon mit der Ukraine verhandelt hat und Russland. Indien, die wirklich die kommende Wirtschaft... Ich glaube, damit holt er niemanden ab. Also ich muss da jetzt wirklich ganz genau hin und um zu verstehen, was der mir da eigentlich gerade erzählen will. Ich glaube nicht, dass das gerade vorteilhaft ist. Also Indien, die Leute, die das Öl kaufen aus Russland und uns dann teurer verkaufen, die machen mit dabei, dass wir hier wieder alles ins Lot bringen oder wie? Ja. Was macht in Asien sind? China und natürlich auch USA. Und es braucht eine gemeinsame europäische Anstrengung. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bundesregierung... China und Indien sind nicht auf eurer Seite in diesem Konflikt. Die sehen das bestenfalls neutral. Die haben aber mehr Verständnis für die russische Seite. Genau das macht, was Deutschland immer stark gemacht hat. Wir sind eine diplomatische Kraft. Das Minsker Abkommen ist unter anderem deswegen entstanden, weil Deutschland agiert hat. Und das wünsche ich mir... Ich hätte zu sagen, dass man damit nur die Russen verarschen wollte, war wahrscheinlich nicht der beste Move, aber ja. Hat Merkel gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, das war Merkel, ja. Auch von unserer Bundesregierung jetzt. Und das Minsker Abkommen ist deswegen gescheitert, weil auch Frau Merkel zugegeben hat, dass dieses Abkommen gar nicht ernst gemeint war. Der Wertewesten ist nicht immer so uneigennützig, wie Sie das gerade darstellen, sehr geehrter Kollege. Es war Egon Bahr, der bekannte SPD-Politiker, einer der letzten SPD-Politiker mit Staatsmann-Qualitäten. Der hat mal vor einer Schulklasse 2013, ich glaube, das war im Hessischen, ausgeführt, ich zitiere jetzt nicht, sondern gibt das von dem Tenor nach wieder, glauben Sie nichts von dem, was in Ihren Büchern steht und was Ihre Lehrer Ihnen bezüglich Kriegen sagen. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Kriege werden immer aus Macht und Geldinteressen geführt. Das hat Egon Bahr gesagt, ist nicht von mir. Ja, aber Putin hat doch die Ukraine angezeigt. Darin sind wir uns doch wenigstens einig, oder? Herr Vogt, dieser Krieg hat drei Ebenen. Natürlich ist die erste Ebene, die tagtäglich in den Medien auch kommentiert wird, die politische Ebene, die wir alle erkennen können. Das ist der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Auf der zweiten Ebene, und Sie haben sich sicherlich auch mit Geostrategie beschäftigt, ist dieser Krieg ein Stellvertreter. Deswegen stehen Sie heute in Berlin. Herr Höcke, wir müssen da leider nicht. Also nochmal, Vogt konnte gerade den übelsten Blödsinn erzählen. Ich verstehe es natürlich sehr wohl. Ich mag die Optik, deswegen stehen Sie heute in Berlin und wir so zur Seite guckt dann. Und jetzt jumpt sie rein. Er macht gerade ein Drei-Punkte-Ding. Was für ein Witz ist, das ist vollkommen klar, er ist noch nicht fertig, er ist noch nicht mal bei seinem Punkt angekommen und wird unterbrochen erstmal von ihm und dann jumpt sie noch rein. die Zeit in einem Maße weg. Ist das ein Stellvertreter? 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 Aber wir müssen, Ihre Redeanteile sind auch deutlich vor denen von Herrn Vogt. Ja, die Redeanteile sind so, das war auch geplant. Dieser Punkt war geplant von Anfang an. Die haben geplant, ihm tausend diffamierende verleumderische Fragen zu stellen, auf die er eingehen muss, um dann später die ganze Zeit sagen zu können, weil halt der Vogt da sich ausruhen konnte 20 Minuten, Sie haben höheren Redeanteil. Ich darf es Ihnen ganz genau sagen. 32 Minuten brauchen 30. Wir brauchen Kooperationen. Hat er gerade gesagt, ich kann es Ihnen genau sagen. Sie haben zweieinhalb und wurden dann unterbrochen? Das würde meiner Schätzung entsprechen. Also zweieinhalb Minuten hat er mehr geredet nochmal und sich mindestens zweieinhalb Minuten lang, also mindestens gegen irgendwelche Angriffe der beiden Moderatoren verteidigt, was der Herr Vogt zu keinem Zeitpunkt machen musste. ... mit Russland und wir brauchen keinen Hass zwischen Deutschen und Russen. So, wir brauchen vor allen Dingen jetzt das nächste Thema aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sorry, wir müssen weitermachen. Sie wollen doch auch über Thüringen sprechen, oder nicht? Ja, natürlich. Wunderbar, perfekt. Dann sind wir jetzt nämlich auch bei Thüringen angelangt. Sie beide würden gerne Ministerpräsident werden. Wenn wir auf die Umfragen schauen, im Augenblick, Regierungsbildung wird wieder ein schweres Los in den Tagen nach der Wahl werden. Wie genau wollen Sie, und damit geht die Frage an Sie beide, die Mehrheiten beschaffen, die Sie brauchen werden, weil eine absolute wird keiner von Ihnen erreichen, so wie es im Moment aussieht. Herr Vogt, bitte. Wie ist er da verfuckt am Anfang? Wird du uns nicht mehr erzählen, was das für ein großartiger Patriot ist, Schlomo? Er hat weniger Redezeit, Kasper. Also, der Mann muss auch mal zu Wort kommen. Also, ich glaube, dass Menschen keine Koalitionen wählen, sondern sie wählen... Sind Sie sicher? Nein, Menschen wählen Personen, denen sie vertrauen, dass sie die Probleme angehen, die sie wirklich täglich stören. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass wir wieder die Frage von Fleiß muss sich lohnen, dass das Leben wieder einfacher wird, nicht so kompliziert, dass es um die Frage von Recht und Ordnung geht. Das ist das, was Menschen in Thüringen wollen. Mit wem wollen Sie das umsetzen? Ja, ich will Ministerpräsident aller Thüringer sein. Und wir haben momentan in Thüringen jede Woche eine Parteigründung. Jede Woche. Und ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche davon am Ende im Thüringer Landtag sitzen. Aber was ich Ihnen sicher sagen kann, ist... Von den Parteien, die jetzt gegründet werden? Also die WU wurde gegründet, auch in Thüringen, und das BSW. Und der Rest sind offensichtlich irgendwelche Splitterparteien, von denen noch nie irgendjemand gehört hat. Jede Woche wird eine gegründet. Vielleicht übertreibt er einfach gerade ein bisschen, ist er als stilistisches Mittel in Ordnung. Ich finde es nicht besonders clever. Mit diesen völkischen Bildern, mit diesen völkischen Ideen von Herrn Höcke, werde ich nicht zusammenarbeiten. Und das Zweite, es darf auch kein Weiter-sog geben, zehn Jahre Rot-Rot-Grün nach Thüringen zurückfallen lassen. Und deswegen muss die Linke... Wieso kam es denn zu zehn Jahren Rot-Rot-Grün? Also zumindest die letzten vier Jahre Rot-Rot-Grün. Wieso kam es denn dazu überhaupt? Es hätte ja eigentlich ein FDPler Ministerpräsident werden sollen. Hat die CDU dann aber dafür gesorgt, dass diese Wahl rückgängig gemacht wird. Deine Partei ist also nur ein schwarzes Loch für Stimmen. Also regieren werdet ihr eh nicht. Alles klar. ...Regierung abgewählt werden. Und dafür setze ich mich ein. Und ich sage Ihnen eins, wir ändern heute Abend das Bild der Wählerinnen und Wähler. Und die CDU hat den Anspruch, stärkste Kraft zu werden. Dafür werde ich alles tun. Darf ich ganz kurz noch mal da einhaken? Sie haben relativ klar gemacht, mit der Linken auf gar keinen Fall. Haben aber beim BSW das noch nicht so ganz ausgeschlossen. Da scheinen Sie eher noch so zu sein, naja, könnte eventuell was werden. Wo ist denn für Sie da im Moment inhaltlich der... Das wäre ein interessantes Gespräch mit dem Agitator, falls das zustande kommen würde. Ich glaube, das würde er nicht feiern. Ja, ja, das denke ich auch. Also zumal das BSW ja da Juniorpartner wäre, ne? Ja, klar. Unterschied, wenn Sie bei den Linken sagen, auf gar keinen Fall, ist natürlich auch mit... Ich möchte anmerken, das ist jetzt übrigens, ich meine das erste Mal, dass sie da einen wunden Punkt aufgreift und nochmal eine Nachfrage stellt. Bei Funkt. Grund, was die CDU das insgesamt sagt, bundesweit und beim BSW sagen Sie, naja, eventuell, das könnte sein. Wermutstropfen, ich wäre jetzt gespannt drauf, ob da etwas kommt, was wieder vorgefertigt klingt. Auch das könnte ihm schon vorher mitgeteilt worden sein. Wie gesagt, das ist ein CDU-Fernsehsender. So viel anders mit einer Sarah Wagenknecht vorneweg? Na, das erste Mal kandidiert Sarah Wagenknecht nicht in Thüringen. Frau Ohm, ich habe Demut und Respekt vom Wähler. So und die stimmen ab am 1. September. Und da ist viel in Bewegung. Wir haben das gerade im Januar erlebt. Da hatten wir eine Landratswahl in Thüringen im Saaler-Orler-Kreis. Da hat die CDU und die AfD im ersten Wahlgang über 80 Prozent gemacht. Das heißt, die Auseinandersetzung des Jahres lautet CDU oder AfD. Und das, was die Menschen wollen, ist, die wollen eine Regierung, die wollen eine Regierung der Vernünftigen, die für Stabilität steht, aber gleichzeitig eben auch Veränderung. So und wenn ich mir angucke, welche Parteien. Aha, also dass alles gleich bleibt und gleichzeitig sich alles ändert. In anderen Worten halt langsam weiter in den Progressivismus. Wie ist denn das? Gemäß der Prognose ist es nicht wahrscheinlich nur möglich, ohne die AfD zu regieren, wenn man mit allen anderen zugleich koaliert? Ich meine, anders geht es gar nicht mehr. Ich meine, es kann sein, dass es mit der BSW jetzt anders ist. Aber... Nee, dafür ist ja die Linke komplett verdrängt. Nee, halt, stimmt, stimmt. Nee, 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 nicht in Thüringen, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. In Thüringen ist die Linke nicht bei 4,9 Prozent oder sowas. Die haben dann noch ein paar Prozent. Okay, du hast recht. Du hast recht. Ja, dann geht es jetzt nicht darum, wer von den beiden, also die Linke und BSW, wer kriegt weniger Stimmen? Und wenn eine davon halt 6 Prozent bekommt, dann wird die wahrscheinlich nicht nötig sein, um da koalieren zu können. Okay. Und momentan da sind, habe ich es Ihnen gerade gesagt, die gründen sich jede Woche. Man weiß gar nicht, was der im Programm ist. Man weiß gar nicht, wer die Personen sind. Und mit der Demo trete ich vor den Wähler. Aber ich sage eins, ich will eine starke CDU. Herr Höcke steht vernünftigen Lösungen in Thüringen im Weg. Und deswegen diskutiere ich heute Abend hier. Meine Herren, wir hatten 45 Minuten. Ich darf nichts mehr zur Koalition sagen. Ihr habt mich gerade auch ein bisschen gewundert. Dann die Zeit, jetzt sind wir schon so weit drüber. Ich muss Ihnen das einfach noch mitgeben, lieber Herr Vogt. Mich hat vorgestern mein alter Büroleiter angerufen, der viele Jahre für mich gearbeitet hat und der davor elf Jahre lang für Willi Waldberg, für Willi Böck gearbeitet hat, den ersten Thüringer Innenminister. Sie kennen ihn sicherlich. Er ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und mein Büroleiter hat mir gesagt, der Willi hat damals eine konservativ-patriotische CDU aufgebaut. Der Willi, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, wie die heutige CDU sich den roten und bunten Genossen an die Brust werfen würde. Also rot und bunt, das habe ich nie gehört. Das ist ein schönes Ding. Herr Vogt, gehen Sie in sich. Denken Sie noch mal darüber nach, ob Sie mit der CDU wirklich in diesem Linkskurs gut unterwegs sind. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns auch noch aus. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind mutterkulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, es ist immer Höcke drin. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammen. Meine Herren, wir hatten für dieses Duell 45 Minuten eingetragen. Hauptsache, sie kommt von Vogt. Hauptsache Vogt kann noch mal irgendwie Nazi sagen. Gute Schlussworte. Über der Zeit haben 71 Minuten gesprochen. Am 1. September entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler in Thüringen, wer zukünftig regiert. Wir danken Herrn Höcke und Herrn Vogt für die Diskussion. Herzlichen Dank. Alles klar, Freunde. Dann war es das. Ich würde das jetzt hier auch schnell ein Ende einleiten. Bitte jetzt nicht mehr hier großartig was rausballern, wenn ihr wollt, dass es vorgelesen wird, weil dazu wäre einfach nicht die Zeit. Aber ich pfeife schon aus dem Letzten noch. Ich habe es euch vorhin schon gesagt. Ich kann mir das nicht heute noch mal leisten. Dann penne ich morgen auf der Arbeit ein und der Chef kommt rein und dann bin ich mit dem Job los. Das wollen wir auch nicht. Von daher, ich mache noch ein paar Beiträge, Schlomo. Wir brauchen jetzt hier auch nicht irgendwie ein Fazit zu ziehen. Bewertung 1 bis 10 von Höckes Leistung. Sagen wir gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1, 8. 2, 1, 8. 7. Okay. Ähnlich. Ja. Also ich denke, das war schon deutlich gut. Das war auf jeden Fall gut. Aber hier und da, meine, perfekt ist das wahrscheinlich auch nicht. Sind wir uns einig, dass meine 10 quasi nicht erreichen kann? 10 ist quasi theoretisch. Also 9,5 oder so. In 50 Minuten ist das schwierig, da am Ende eine 10 zu erreichen. Ja. Und die Moderation war noch mal deutlich offensichtlicher voreingenommen, als ich gedacht hatte. Ich dachte, sie sind zahmer. Na, ich war mir nicht ganz sicher, was kommen wird. Ich fand das schon sehr auffällig, aber wenn ich mich nicht irre, hat der Moderator ja wortwörtlich im Interview angekündigt, dass er, ich will jetzt hier nicht Twitter durchgehen und dieses Zitat draus suchen. Ja, stimmt. Aber dass er da im Grunde genommen antritt, um Herrn Höcke eins auszuwischen. Alles klar. Dann haben wir Tobi für 6,66 Euro. Vielen, vielen Dank. Gute und grüße, ihr Hetzer. Ich hoffe, Höcke hat ihn vorher zum Essen eingeladen. Das gehört sich so, wenn man, wenn man will. Du hattest übrigens letzte Woche auch Streamlabs-Nachrichten. Bei PayPal ist meine jedenfalls abgerechnet worden. Das wundert mich, ich scroll mal und kurz runter. Vierter, Tatsache. Tatsache. Dann habe ich vielleicht deine eine überlesen. Das tut mir sehr leid. ach so, letzte Woche sagtest du. Letzte Woche, ja alles klar. Also ich mache mal kurz hier den Tobi. Ja, da habe ich den wahrscheinlich überlesen. Für 5,55 Euro von letzter Woche. Vielen, vielen Dank. Gut und grüße Sie, Kaspar. Herr Selle macht tatsächlich den Dekalent. Wenn das Thema unbequem wird, ist auf einmal der Chat böse. Mittlerweile sind ja die Medien wieder auf dem Trip, dass wir in 30 Jahren eine neue Eiszeit bekommen. Echt? Da werde ich es bekommen. Hast du das mitbekommen? Nee. Doch. 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 Da war was. Da war was. Da war was. Und da ist sogar Kritik geäußert worden. Da war die Verteidigung, die, ja nee, warte mal, ich glaube, es wird dann erst mal sehr, sehr warm, bevor es dann sehr, sehr kalt wird. Also keine Ahnung. Also so wie die Welt geht weiterhin unter. Day after tomorrow, der Golfstrom kippt um. Das war ja früher immer die Erzählung. Ja, ich nehme an, sowas in der Art. Also noch davor war ja, es wird einfach immer kälter. Dann war, es wird wärmer und deswegen kippt der Golfstrom um und dann war, es wird nur noch wärmer. Wir können gespannt sein, was uns als nächstes prophezeit wird. Kaspars Notizzettel für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Spur mal an die Stelle vom TV-Duell, wo die eingeblendete Live-Uhrzeit auf 20.36 wechselt und lasst 10 Sekunden laufen. Herr Vogt sagt da, null illegale Migration in Deutschland. Achtet auf die Handgeste, mit der Herr Vogt seine Worte unterstreicht. Ich nehme an die OK-Geste. Ei, 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 warte mal. 20.36 war das, ne? Mhm. Ja, dazu und in den und die 180 Grad, wenn ihr der Gedenkpunkt Quentes rückführen und abschieben und das dritte absolut Okay, gehen wir mal zurück. Genau, wie die Zeit umspringt, sagt er. Ja, da war's. ...eine Plätze erhalten, weil sie für Ausländer reserviert sind. Das ist der falsche Weg und deswegen müssen wir bei dem Thema illegale Migration eine ganz klare Strategie fahren. Boah, alter Schwede. Müssen wir bei dem Thema illegale Migration eine ganz klare Strategie fahren. Boah, da ist der Free-Screen, Baby. Zero. Ist das ein Dog-Whistle? Tja, wer weiß. Also, ich meine, es könnte Linke geben, die es ernst nehmen, ne? Also, vielleicht muss das mal jemand einem Stefan an Pallagern oder so unterbreiten. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, gerne, gerne, gerne mal auf Twitter ihn darauf hinweisen. Ja. Vielen, vielen Dank. Gleich zurück. Kaspers Mutizettel. Bumper Leo Bob für zweimal fünf Euro. Vielen, vielen Dank. Wie erwartet ein 3 vs. 1. Ist hier einer im Chat, der nicht wusste, dass das so ablaufen würde? Eigentlich bräuchte es danach auf Höckes X Kanal ein Traut euch, kommt zu mir, Mario Vogt geben. 1 vs. 1 mit Zeit. Schlumme bitte Hühnchen-Imitation dazu. Bock, 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 bock. Dankeschön. Höcke nicht in jedem Thema gut, aber verdammt noch mal, es muss doch jedem auffallen, dass Herr Vogt nur Politikergeräusche ohne jeden Tiefgang absondert. Wenn bei der nächsten Umfrage fünf Prozent weniger bei der Union sind, dann weiß ich warum. Einfach unehrlich. Ja. Ich bin sehr gespannt, was das in Umfragen machen wird. Meinst du, was macht irgendein der da rein? Also das Gespräch heute? Boah. Also ich nehme an, das ist durchaus möglich. Wir reden ja aber vom ein bis anderthalb Prozent Bereich oder so, wo dann die Frage ist, war das der Auslöser? Wer hat das alles gesehen? Haben das meine 50.000 haben es live gesehen? Wer guckt sich das vom Nachgang an? Vielleicht noch zweimal so viele, dreimal so viele? Ja, da wahrscheinlich Thüringer überrepräsentiert, aber dann haben wir so eine vielleicht 200.000 Leute, vielleicht haben sie eine halbe Million gesehen. Ja, natürlich massiver Konsum über die Überschriften darüber, über Schnipsel und so weiter. Ja, aber die werden nicht Wahlwerbung für Hörge machen. Ja, ja gut, die Schnipsel teilweise auf Twitter. Das stimmt, das stimmt. Das sind dann viele Leute, wenn der auf Twitter unterwegs ist, der ist glaube ich nicht auf der Suche nach einer politischen Heimat. TikTok vielleicht noch? Ja, ja, ja. YouTube. Na, hoffen wir aufs Beste. Dann habe ich Dexter Tricks für 500 Bits. vielen Dank. Schlomo mal eine Frage. Würdest du eine eidesstaatliche Erklärung unterschreiben, dass du niemals Honigwabe Superchat Zahlungsdaten an Drittpersonen weitergegeben hast? Würde ich im Prinzip tun. Also, ich hätte nichts zu befürchten, wenn ich das tun würde. Ähm, hast du etwas vorliegen? Oder? Ja, gerne, gerne mehr Aufklärung. Also, ich, kann von meiner Seite auch sagen, dass ich nie dabei war, dass Schlomo jemals irgendwelche Daten an Dritte weitergegeben hat oder Daten rausgesucht hat oder so. Schlomo handhabt das wie ich. Wobei ich glaube, Schlomo handhabt das sogar noch härter als ich. Schlomo ist es schlichtweg egal, ja. Ich gucke ab und zu mal, wenn ich eine E-Mail bekomme mit irgendwelchen komischen Namen, dann gucke ich ab und zu mal, ist das, heißt der wirklich so? Ja, dann finde ich da einen Treffer und dann vergesse ich das auch ganz schnell wieder. Äh, also, ich würde da meine Hand für Schlomo ins Feuer legen. Swiss Carrot, 500 Bits, vielen, vielen Dank. Höcke sagte, seine Hand sei weiterhin ausgestreckt. Das war dann doch eine Dogbüste am Ende, Freunde. Ja. Alles klar, dann sollten wir durch sein. Kärtenkehle 129 sehe ich hier noch beim Durchscrollen, 32. Monat, vielen, vielen Dank. 32 Monate, viel zu viel Hass. Avocado. Vielen, vielen Dank. Oh, den habe ich auch noch fast vergessen hier. Fantastic Mr. Fox, 500 Bits, vielen, vielen Dank. Hallo ihr Hetzer. Ich habe mir die Diskussion mit dem Agitator angeschaut. Sella war wie immer scheiße. Nur zusammenhangsloser Müll und die passiv-aggressive Art. Wobei ich überzeugt bin, dass er eigentlich ein Lieber ist. Ja, bin ich ebenfalls. Also, ich glaube, der Typ ist privat eigentlich ein netter Kerl. Ja, so halt ein bisschen anstrengend. Den Agitator fand ich super, ich ebenfalls. Und interessanterweise wart ihr euch ja näher, als man das vielleicht vorher gedacht hätte. Agitator in die Wabe. Schönen Abend noch, Bernd. Kann gut sein, dass das irgendwann mal passiert. Das müsste halt passen vom Thema her. Ja. Ja. Alles klar. Den Rest haben wir. Stummo, dann ein Ende mit Schrecken statt ein Schrecken ohne Ende. Ich sage dir vielmals, liebe Zuschauer, ich danke euch vielmals. Übrigens heute, glaube ich, Zuschauerrekord. War zwischenzeitlich über 1300 Zuschauer. Finde ich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Haben wir nur auf Twitch? Ja, nur auf Twitch. Ja. Ah, okay, alles klar. Ja, cool. Ja, haut rein. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.